Ja, ich begrüße euch heute zu diesem dritten Landesparteitag in der Knochen-Vorpommern. Ich hatte eigentlich vor, eine ewig lange Rede zu halten, habe aber gesagt, dass wer jetzt schlimmer noch reden möchte, dass ich das sein lassen werde. Ja, ich sehe eine ganze Menge bekannte Piraten, eine ganze Menge neue Piraten. Bin hochgradig begeistert auf diesen Ansturms. Das ist ja fast das Dreifache, was wir normal sein haben. Ja, ich freue mich darauf, dass wir heute hoffentlich einiges schaffen, einen neuen Vorstand zu wählen, ein paar Anträge durchzuboxen und generell uns nach vorne zu entwickeln. Vielleicht ein kurzer Umbriss, was haben wir letztes Jahr geschafft? Letztes Jahr haben wir geschafft, dieses Land prokturell auch inhaltlich zu entwickeln. Wir haben eine lange Landtagsprache mit uns, die über ein paar Prozent abgeschlossen haben. Hört sich erstmal nicht viel an, aber mit 1,9 Prozent auf diese Fläche mit nur 30 aktiven Leuten, wo von nur 10 aus anderen Landesverbänden kamen, denke ich, das ist ein grandioses Ergebnis. Von daher würde ich sagen, da ist natürlich noch ein paar Wochen. Und das werden wir dann auch schaffen, spätestens zur Bundestagswahl. Nächste Saison übernächstes Jahr, mal gucken, was da kommt. Ja, im Grunde war es das schon als großartige Motivationsrede meinerseits. Ich will euch nicht langweilen, weil wir haben eine ganze Menge vor. Und unser Bundesberater möchte jetzt noch eine sehr großartige Rede halten, von der wir alle begeistert sein werden. Und das Wort gebe ich euch nochmal an. Das würde ich gar nicht machen, ich habe überhaupt keine Rede vorbereitet. Mein Name ist Bernd Schlömer, für alle, die jetzt neu zu den Pedraten gestoßen sind. Ich bin stellvertretender Bundesvorsitzender, Mitglied des LV Berlin und auch Wohnmacht in Hamburg. Ich bin heute, glaube ich, zum ersten Mal, sucht heute überhaupt ein Bundesvorstandsgebiet, einen Landesparteitag in Mecklenburg-Vorpommern. Ich möchte die Neumitglieder, die engagierten Mitglieder hier im Landesverband herzlich begrüßen und genau das sagen, was Michael auch schon gesagt hat. Das war ein ungeheuer gutes Ergebnis mit der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern angesichts der geringen Zahl an aktiven Piraten hier im großen Fleckenland. 1,9 Prozent der Stimmen zu erreichen ist schon allerhand. Da hat Berlin etwas einfacher gehabt, weil man in einem Stadtstaatwahlkampf betreiben konnte und auch ein bisschen da ein Heil entstand. In den letzten Wochen gab es ein bisschen Unruhe hier im Landesverband Mecklenburg-Vorpommern. Es gab verschiedene Stellungnahmen von Sebastian Merz, der Vorsitzende, noch von mir. Ich möchte nochmal aller Deutlichkeit sagen, dass wir eine Mitmachpartei sind und dass wir im Bundesvorstand nicht darüber befinden können, wer eingegangen findet, weil wir Mitglied werden in einer Teilhierung der Piratenpartei. Es entscheidet immer die unterste Gliederung über Mitgliedschaften. Wir selber im Bundesvorstand wünschen uns, dass es keine, ich sag mal, Gesinnungsprüfung oder Eingangskontrollen gibt, wenn man Mitglied in einer Piratenpartei wird. Das ist, glaube ich, auch Position des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Jeder ist herzlich eingeladen, mitzumachen. Wenn jemand eine etwas schwierige Vergangenheit hat, so möchte ich es mal allgemein beschreiben, so möchten wir als Piratenpartei auch eine Art Exit-Strategie anbieten. Das ist also die Meinung, dass es gut ist. Bisschen lauter sind wir. Eine Art Exit-Strategie auch anbieten, sich, ich sag mal, in demokratischer Weise, sich den Parteimitgliedern der Piraten zu stellen, auch mit zu diskutieren zu können. Es wird also, weder werden wir allerdings Jugendsünden verharmlosen, noch werden wir auf Schall sagen, das darfst du nicht mitmachen. Oder hier dürfen wir nicht mitmachen. Die Vergangenheit hat ja immer wieder gezeigt, dass Menschen, die jetzt eine schlechte Vergangenheit haben, wiederum der Partei eigentlich schaden können, sobald sie an eine etwas höhere Position kommen. Habt ihr da schon jetzt Konzepte auch dafür und Ideen, dass man... Können wir diese Diskussion auch später vertragen? Und die müsste eigentlich, ich bin gerne bereit, mitzudiskutieren, aber sie müsste eigentlich, in der Film auch von Michael als Landesvorsitzender, betrieben werden, aber ich will mich gerne da engagieren. Ich wollte nur noch mal etwas sagen zu den, ich sag mal, durchaus medienwirksamen Ereignissen der letzten Wochen im Landesverband, im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in Bayern. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, dass ihr einen guten Vorsitzenden wählt, einen guten neuen Vorsitzenden. Und ich bin ganz gelassen, was die weitere Entwicklung der Piratenpartei angeht. Ich glaube, dass wir alle auf dem Weg sind. Danke. So, als ersten Punkt auf der Tagesordnung müssen wir eine Versammlungsseite bestimmen, beziehungsweise in diesem Fall werden das wahrscheinlich zwei sein. Zur Wahl stellen sich Sebastian und Tom als Team. Würde es auch jemand aufstellen? Super. Dann bitte ich euch, entweder intuitiv die grüne Karte für Ja oder rot für Nein zu heben. Okay, gibt es da Gegenstimmen? Gut, dann sind die beiden ab sofort Versammlungsseite. Dann bitte ich euch hier nach vorne und gebe das Wort an Tom. Ja, wir haben 26 akkreditierte, achso, ich dachte, wir wollen die Zahlen wissen. Akkreditierung läuft hier bei Isar. Du musst auch noch hinlegen. Ja, komm mal hin. Okay, dann schicke ich als nächster Tagesordnungspunkt die Bestimmungen ein. Als Wahlteams gibt es Menschen, die sich gerne als Wahlleiter oder Wahlhelfer melden würden. Entschuldigung, ich habe einen Punkt zu bringen. Machen wir bitte die Beratung von Gästen. Dann stimmen wir zuerst darüber ab, ob wir Gäste, Audiovisual, Dienerlande, Aufnahmen etc. zulassen wollen. Wer dafür ist, dass wir die Zulassung gestimmt haben, ist ja. Ich sehe, es ist ziemlich einstimmig, einstimmig angenommen. Dann käme ich zurück zu der Wahl der Wahlleiter und der Versammlungsleiter feststellen. Ja, gibt es einen Wahlleiter, der sich so wahrgestellt hat? Ich habe da vorne einen anderen Wort. Rainer. Rainer. Gibt es sich als Wahlleiter, da haben wir einen Wahlleiter, gibt es weitere Wahlleiter? Ja, darf ich bitte? Kevin. Kevin und Andreas. Andreas. Gut. Gibt es Bedenken, dann geht das über den Block wählen oder hat jemand Bedenken, dass wir die nicht im Block wählen? Die Wahlhelfer werden nicht gewählt. Wie auch? Die Wahlhäuser. Die Wahlhäuser. Die Wahlhäuser. Die Wahlhäuser. Wir haben noch keinen Protokollführer, bevor wir das alles machen, weil wir das gut wir mal hätten. Die Wahlhäuser werden nicht gewählt, sondern vom Wahlleiter bestimmen. Okay, das ist ja gut. Dann können wir nachdenken, weil ich stelle hier auf. Das muss ich nicht, dass wir in meine Hände ziehen. Das wird als Protokollführer sein? Ja, das ist ja immer spontan. Okay, gibt es jemanden dagegen, dass wir das im Block abstimmen? Dann stimmen wir das im Block ab. Wer dafür ist, dass diese Menschen Wahlleiter und Wahlhelfer machen? Gibt es Gegenstimmen? Nein, ist der jetzt einstimmig? Glückwunsch. Dann bestimmen wir jetzt einen Protokollanten. Möchtest du jemand sich als Protokollanten verhältn? Das ist nicht so schwer. Keine? Peter, welches Protokollanten mache ich? Ich schlage Peter als Protokollanten vor. Kannst du doch noch zwei, zwei Leute geben. Ich schlage mal ein Pet. Ja. Okay. Ist jemand dagegen, dass Peter macht? Also stimmt, genau. Ja. Stimmen wir. Wenn ihr dafür seid, dass Peter den Protokollanten macht, dann stimmt jetzt ja. Ist jemand dagegen? Sie sind eine Gegenstimme, Peter, nimmst du das an? Dann ist Peter der Protokollant. Dann brauchen wir, wir müssen die Kassenprüfe erwähnen vom Landesparteitag. Es gibt zwei Bewerbungen für die Kassenprüfe. Ich glaube, das waren Peter und Christian. Wollt ihr noch? Peter, warum die Dach geht? Wo ist der Peter? Ja. Okay, du müsstest euch jetzt zusammenstellen, weil sonst haben wir uns ein Problem. Wir müssen jetzt waschen, dann haben wir uns ein Problem. Hey, geil. Gut. Ist jemand dagegen, dass du diese beiden im Block abstimmen? Ich sehe nein. Dann stimmen wir jetzt im Block dafür. Wer ist dafür, dass die beiden die Kassenprüfer machen? Ich will nochmal die einzelnen Posten, der das macht. Rechnungsprüfer und Kassenprüfer. Das ist normaler uns. Der Peter ist Rechnungsprüfer und der Jan Peter ist Kassenprüfer. Wer ist dagegen? Haben wir das hier? Nee. Ist gerade. Das ist ein Tausend. Ja. Das ist schon mal. Das ist schon mal. Dann ist der nächste Punkt die Annahme einer Geschäftsordnung. Die Geschäftsordnung, die aktuell gilt, ist hier ausgelegt. Ich hoffe, alle haben sie gelesen. Es gibt einen Geoantrag. Ich stehe jetzt auch nochmal auf. Wir sollten uns vielleicht angewöhnen, dass Leute, die gewählt werden, nochmal aufstehen, dass man die Leute sehen kann. Ich würde für die Geschäftsordnung ändern. Aus dem Grund, in der Geschäftsordnung steht unten drin, dass jeder Pirat jederzeit Anträge stellen kann. Dieses jeder Pirat ist aber unglücklich formuliert, weil da wirklich klar ist, ob jedes Mitglied der Piratenpartei Deutschland, jedes Mitglied der Piratenpartei der Kirche und Gruppen ist oder jedes Mitglied des Landesparteitages. Insbesondere könnte das bedeuten, dass Außenstehende auf irgendwelchen Wegen und Mittel für uns Anträge zugeben, wo wir danach Geschäftsordnung abstimmen. Deswegen würde ich, stelle ich den Antrag, dass wir § 7 Absatz 1 der Geschäftsordnung so ändern, dass dort nicht jeder Pirat, sondern jedes Mitglied des Landesparteitages steht. Dass klar ist, dass wer einen Antrag stellen möchte, hier im Ort sein soll, dass akkreditiert ist. Und wenn externe Anträge stellen sollen, dann sollen sich ein Partner vor Ort suchen, der hier stellt, weil wir nicht von außen was haben. Das betrifft, wenn ich eine Geschäftsordnung habe, ich habe sie auf jedem Tisch, sieht die Geschäftsordnung aus, hier § 7 Absatz 1. So, das ist mein Antrag und bitte, dass wir dann abstehen. Gibt es Gegenrede? Ja, dann haben Sie. Frau Marius, was ist dein Gegenrede? Ja, Stefan, ich würde nur zur Diskussion stellen, ob es nicht sinnvoll ist, unser Antragsrecht auch allen Parteien in Betimburg-Vorpommern zu zugestehen und sozusagen den Antrag vorher einreichen, weil es natürlich auch Leute gibt, die vielleicht keine Möglichkeit haben, uns im Parteitag teilzunehmen. Ich würde das einfach nur zur Diskussion stellen. Also einen Antrag, dann müsst ihr den Antrag dann ablehnen jetzt, den GO-Antrag und einen Neustellung auch nicht stemmen, wenn ihr das so haben wollt. Da war man so gegen Johannes. Johannes? Nee. Ich wollte zu der Sache sagen, es besteht ja jederzeit die Möglichkeit, dass jemand von außen einen Antrag heranträgt, der dann durch einen Mitglied dieses Landesparteitages sozusagen in Vertretung gestellt wird, was ich dann für sinnvoll halten würde, sozusagen diesen Weg zu gehen. Ja, das ist das Nadelöhr, wo man auch mit dem, der hier sitzt. Ja. Wenn man aus einer Kleinstadt kommt oder auch vom Dorf kommt, hat man dann keinen, den man kennt, der hier sitzt. Ja, ich sage mal so, wie sind ja alle denkenden Menschen. Michael? Aber in dem Moment, wo er irgendwo sitzt, muss er uns trotzdem mal den Antrag an uns stellen. Das heißt, er muss halt trotzdem mit uns irgendwie kommunizieren. Ja, ich stelle das in den Vicky rein, klar. Ja, aber ich frage, ob das irgendjemand übernimmt in dem Moment. Und das wird dann auch passieren. Also ich glaube nicht, dass irgendwas nicht übernommen wird. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also wenn ein Antrag von niemandem übernommen wird, dann hat ja offensichtlich auch niemand ein Interesse daran, diesen Antrag abstimmen zu lassen. Man schränkt es auf jeden Fall ein. Okay, das ist die Diskussion, die wir vielleicht mal anderweitig führen sollten. Wenn ihr dagegen seid, dass wir das ändern, dann müsst ihr den Antrag als Ablehnung und unter Umständen einen neuen Antrag stellen. Wer ist dafür, dass wir den Antrag stellen, Paragraph 7 zu ändern, wie jeder Privat aus Mückenburg vorkommen hat. Also der muss vielleicht, genau, das ist der zweite Geho-Antrag. Das heißt, wir müssen erst seinen Abstimmen. Wenn ihr das wollt, müsst ihr ablehnen, dann schaffst du sagen und darum geht alles. Das reicht dafür, dass wir das so ändern, wie Nils es wollte, also dass jeder Akkreditierte seinen Antrag stellen darf. Dann stimmt jetzt mit Ja. Ist jemand dagegen? Es gibt Gegenstimmen, aber die Mehrheit war dafür. Somit ist der Antrag angenommen. Die Geho-Antrag ist, ja, Geschäftsordnungsende. Gibt es weitere Anträge zur Geschäftsordnung? Ich sehe nein. Dann stimmen wir jetzt ab. Aber das hat es nicht gleich wieder ein. Dann muss ich noch zuziehen. Er hat noch kein gestellt. Ich habe noch kein gestellt. Keine Ahnung. Er trifft nicht stellt. Weil sie eingestellt haben, ziehe ich ihn zurück. Okay, ich stimme jetzt darüber, ob wir die Geschäftsordnung so annehmen möchten. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer ist vereinstimmig? Jemand ist die Geschäftsordnung? Haben wir eine Geschäftsordnung? Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Und zwar die Abstimmung über die Tagesordnung, die wir heute haben. Also, Zutat ist vorgesehen. Lass mich gut aussehen. Das war, wir Rechenschaftsberichte machen und werden den alten Vorstand entlassen. Es wird Anträge zur Wahlordnung geben. Dann die Satzungsänderungsanträge. Wahl ist Vorstand, zieht es gerecht. Und dann weiter. Ich habe gesehen, es gibt einen Geo-Antrag dazu. Ich habe einen Geo-Antrag auf Änderung der Tagesordnung. Das liegt daran, dass in der Wahlordnung gewisse Dinge drinstehen, die die Satzung betrücken. Und falls wir die Satzung ändern, müssen wir die Wahlordnung anfassen. Deswegen stelle ich den Antrag, dass wir Tagesordnung um 9 und 8 tauschen. Dass wir erst die Satzung abstimmen und danach über die Wahlordnung. Den Antrag zur Änderung der Wahlordnung, den wir nicht dann stellen. Die Satzungsänderung, die Wahlordnung würde ich gerne tauschen. Das ist mein Antrag. Gibt es Gegensäte? Sehr nein. Ich würde ja überabstimmen wollen. Dann würde ich gerne abstimmen. Ich weiß, es geht, aber ich würde trotzdem gerne abstimmen. Dann machst du eine formale Geringe. Wer ist dafür, dass wir es so annehmen? Ich glaube sicher, ich würde sagen. Wer ist dagegen? Wer ist dagegen? Komm, wir sind anwesend, wenn du abstimmen lässt, dann sagst du noch mal in den konkreten Wortlauf des Antrags. Ja. Gut, dann haben wir diese Tagesordnung abgestimmt. Wir haben die Änderung abgestimmt. Wir haben die Änderung abgestimmt. Ganz ruhig. Wir müssen erst die Tagesordnung abgestimmt. Kann man eine Frage noch? Ich stelle den Antrag, dass der Antrag, der jetzt, glaube ich, unter Top 12 läuft, Kreistagsmandat von Matthias Bahner vorgezogen wird, und zwar hinter Top 7, also zwischen Top 7 und Top 8, 9. Also als 9, Top 8. Das ist nach den Entlastungen. Nach den Entlastungen. Und haben die Urteile schon drin? Ja. Achso. Hast du die Rede drin? Nein, ich habe nur eine Information dazu, die ich dazugeben möchte. Ich hatte vorhin das nicht erwähnt, das wollte ich in diesem Zusammenhang erwähnen. Matthias Bahner hat mir geschrieben, dass er heute nicht erscheinen wird. Das heißt, er wird sich dann dementsprechend auch zur Diskussion stellen können. Lassen wir als Information an euch. Ich stellen können oder nicht? Ich stellen können. Hat er sich gegründet oder? Ja, privat. Wir haben einen Überantrag. Ich selber stelle, geht ja eine Regenrede dazu. Das will ich mich jetzt wiederholen. Dass wir den sonstigen Anträgen, den Antrag zu der Vertrauensfrage als neuen Top 8 machen. Man fällt damit sonstige Anträge dort weg? Nein, nein, keine Ahnung. Auch sonstige Anträge. Das ist ein Merk von Sie. Ich selber hätte dazu Gehenrede. Mir persönlich ist die Wahl des Vorstands wichtiger. Deswegen würde ich das am besten da hinten so lassen, sondern wir kommen so oder so dazu. Und das, denke ich mal, wird unter Umständen viel Zeit beanspruchen. Ich würde gerne folgen, wenn wir einen Vorstand haben. Gibt es eine Meldung dazu? Ja, ich gebe mich da auch zur Begründung. Dieses Thema ist natürlich wahnsinnig wichtig. Und das ist ja bundesweit in der Presse gewesen. Wir müssen hier reagieren. Und für mich persönlich ist es auch so, ich möchte keinen Vorstand wählen, bevor ich nicht dieses Thema hier geklärt habe. Weil ich auch wissen möchte, wie der Vorstand dazu steht, wie die Kandidaten dazu stehen, die ich dann wählen soll. Also muss dieser, aus meiner Sicht, dieser Antrag vorher im Handel werden. Sonst habe ich da, fehlt mir ein wesentlicher Entscheidungsgrund nachher. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ich sehe nein. Wir stimmen jetzt darüber ab, ob wir den Antrag nach vorne schieben wollen. Wenn ihr dafür seid, stimmt jemand ja. Eine Gegenstimmung? Nee, also wenn nicht dafür ist, steht jetzt in der Hand. Zwei Gegenstimmen. Seht an, dann ist der Antrag angenommen. Und das wäre dann... Okay, nach der Entsetzung. Gibt es dann weitere Anträge zur Tagesordnung? Eine Frage, ja, sonstige Anträge, warum müssen die Anträge gestellt werden? Die kannst du auf Ad-Hoc stellen dann. Gut. Dann stimmen wir über die Tagesordnung ab. Wer ist für die Tagesordnung in der Gendert-Gefroren? Gibt es Gegenstimmen? Dann ist die Tagesordnung in der Gendert-Gefroren. Als nächsten Punkt haben wir dann die Rechenschaftsberichte. Ich würde anfangen mit dem Vorstandsvorsitzenden, Michael Rudolf. Ja. Woll ich dort oder hier? Stell dich doch ruhig hin. Also ich habe jetzt nicht vor, meinen Rechenschaftsbericht auszulesen. Mein Rechenschaftsbericht steht im Wiki, wenn ich das mal ganz sprach sagen kann. Weil wenn ich das jetzt hier alles vorlese und alles vortrage, dann sind wir längere Zeit beschäftigt. Achso, Entschuldigung. Wir sind längere Zeit beschäftigt und ich stelle mich aber natürlich jederzeit euren Fragen. Grundsätzlich, meine Grundaufgaben waren halt, ja, Vorstandsvorsitzende, das heißt Repräsentation der Basis und des Vorstandes. Dann auf bundesweiter Ebene war ich halt hier unterwegs auf allen möglichen Parteitagen, Bundesparteitagen und Versammlungen. Vorbereitung der Landtagswahlen, Teilnahme an Veranstaltungen innerhalb des Landes, strukturelle Entwicklung, Landtagswahlen 2011 und Öffentlichkeitsarbeit, so als angerissene Punkte. Gibt es Fragen an Michael? Ich sehe, es gibt keine Fragen. Kritik? Kritik auch? Vorverhältnism allgemein? Nein? Dann, das war der Rechenschaftsbericht von Michael Rodas. Dann vom stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden von Dr. Ferdinand. Ja, Rechenschaftsbericht steht bei mir auch im Wiki, ich habe es auf der Mealing-Liste gepostet. Ich habe als Stellvertreter, wo das Land irgendwie sehr vage umrissen ist, hatte zwei Aufgaben in der Vergangenheit. Das eine war die Organisation der Wahl, dass wir zur Wahl angemeldet sind. Da habe ich mir den Hut aufgesetzt und die ganz vielen Leute ganz viele Mählen geschrieben und sich an Fristen erinnert. Und das zweite war die Inhaltsbildung. Das war alles, was dann am Ende in dem Wahlprogramm gemütet ist. Das war so die Hauptaufgabe, die jetzt durch die Wahl kam. Und dazu noch viele Kleinigkeiten, die man unter Tagesgeschäft zusammenfassen kann. Soweit dazu. Auch da antworte ich gerne Fragen zu. Ja, der fest ist, ob das nicht der Fall war. Ja, bitte. Und dann, Herr Ferdinand, du hast insgesamt so pro Woche investiert. Und hat da immer Leute, die später gleich hier in Stellvertretung überhaupt nicht handeln möchten? Das ist schwer zu sagen, weil man sich nicht hinsetzen kann und sagt, ich mache heute jetzt mal zehn Stunden Wahlhandel. Das ist so, dass, wenn was anliegt, muss es passieren. Es ist wirklich schwer zu sagen, was es ist. Ich weiß noch, dass es gegen Ende war es so, dass es die Wochenenden aufgerissen hat. Also es ist jetzt, war jetzt, es ist jetzt nicht so, wie, ich möchte jetzt nichts anderes. Es ist jetzt nicht so ein Job, dass ich sage, heute setze ich mich hin und beantworte ich Ihnen jetzt. Also du wirst keine sagen, es ist schwer zu sagen, als ich überlassen. Wer war verantwortlich für dieses ganze Internetauftritt und alles im Vorstand? Im Vorstand hatten wir nicht direkt jemanden. Wir haben die AG Öffentlichkeitsarbeit gehabt. Die war größtenteils für die Artikel zuständig. Und aus dem Vorstand waren mehrere Leute verantwortlich, auf Facebook und auf Twitter den Ausland zu machen. Da muss ja immer für irgendwas ein Verantwortlicher gehen. Und wenn ich das, kann zwar alles delegieren, aber irgendjemand muss ja einen Hut aufhören. Und es passiert ja sowas, wie wir... Der Vorstand. Die Frage ist konkret, welches Medium meinst du jetzt konkret? Na, unser Internetauftritt zum Beispiel. Also technisch verantwortlich ist unser Administrator. Inhaltlich. Inhaltlich hatte Tom das später bei der Meinung gehabt, was da inhaltlich drauf passiert. Der ist doch nicht vom Design, sondern da würde ich mir mal was von Artikel drauf. Es wird, spätestens Info, nächstes Wochenende eine Klausurtagung der AG Öffentlichkeit geben. Da kannst du dann gerne mitmachen, da wird auch sowas besprochen werden. Also war das jetzt... Beantwortet das deine Frage? Ich nehm's mal so hin. Ich kann doch einfach mal was wissen. Ich hab die Frage nicht verstanden, deswegen weiß ich nicht, wie ich es besser beantworten kann. Also wenn es um den Punkt Twitter geht, da haben Nils und Nils und ich auch und an... Ne, darum geht's nicht. Also da geht's wirklich um die Internetauftritt, um die Wiki-Seite, die nicht... Wo das letzte Produkt... Lange mal, eine Struktur ist dort drin, dass man fast drei Tage braucht, wenn man überhaupt alles findet. Also das Wiki ist der letzte Protokoll vom Landes... vom Vorstand ist vom 07.11.2010. Ich weiß, dass man woanders noch andere Protokolle findet. Ja. Ne, aber solche Sachen. Also es muss irgendwo einen Einstieg geben auf den Seiten, wo alles strukturiert zusammen ist und wer dort reingeht, der muss dann auch was finden. Wenn nicht jemand davon aus, du hast mir mal welche angesprochen, der sagt, der ist ja ganz aktuell seid ihr. Also solche Antworten kriegst du dann und dann steht er erstmal da und sagst, ich krieg's aber irgendwo ein anderes gelesen. Und dann fängst du selber wieder anzusuchen, weil du gar nicht mehr weißt, wo hast du das gelesen, ja. Genauso wie ihr jetzt gerade sagt, ihr habt eure Sachen reingestellt. Normalerweise würdet ihr Klick machen müssen auf der ersten Seite und würdet ihr eure Sachen reingestellt finden müssen. Ja, das ist der Parteitag und dann hast du unten die Mitglieder, weil sie aufstellt und da steht auch da drin. Ja. Die Rechthastberichte sind auf der Medienliste drin, die Rechthastberichte... Naja, das geht schon los, die sind auf der Medienliste, die sind im Wiki, die sind da. Es gibt eine Seite zum Landesparteitag, doch ist alles verlinkt. Also, ich verstehe, dass das wirklich chaotisch ist, das ist aber nicht Aufgabe einzelner Personen. um das Wiki aufzuräumen. Und wir haben für den Landesparteitag diese Informationen zusammengesammelt und dort sie die Rechthastberichte drin hat. Geht es dir jetzt nur darum, da was zu finden konkret, oder wer dafür jetzt wirklich verantwortlich ist? Oder wer das in Zukunft noch ändern kann? Mir geht's um Verantwortlichkeit. Weil jetzt Wiki wird sich oft, sagen wir mal, wenn wir sagen, wir sind nicht dafür da, das Wiki aufzuräumen. Das mag richtig sein, aber das Wiki wird sich auch nicht von alleine aufräumen. Also, das ist mir ganz was Neues, dass jetzt was im Netz alleine passiert. Also, das wird halt nicht delegiert, das machen Leute, die halt Lust und Zeit haben, da was zu machen. Und, ja, also, dem geht wird dann nichts. Ich stehe ein bisschen auf. Ja, also, die aktuelle Strukturen-Wiki habe ich, glaube ich, mal irgendwann so halbwegs in einem Nachthaube entworfen. Und seitdem ist da halt strukturell, glaube ich, nicht mehr so viel passiert. So viel kann ich da sagen. Problem ist halt, dass wir aufgrund der Mitglieder-Decke, und da aufgrund, dass wir halt einen Wahlkampf hatten, haben wir uns natürlich nicht so sehr um Wiki gekümmert. Weil, das Wiki ist jetzt nicht der Einstiegsport für die Piratenverteidigung, wo wir kommen, dann dauert es. Also, diese Problematik hier geht ja eigentlich nicht nur um Wiki, sondern um unsere gesamten Sachen, die wir so machen, das ist alles viel zu verstreut. Das ist eigentlich ein ewiges Problem schon, wo ich auch schon im Jahr 2009 gemeckert habe, also kurz nachdem ich eingezwägt bin in die Partei, und da war das ja eigentlich auch schon ein altes Problem. Und hier haben wir ja immer wieder Leute, die sagen, ja, wir wollen aber nicht, dass wir das zentralisieren, sondern dass wir alles verspreut sein. Ich würde vorschlagen, wir haben zu diverser Geste sich auch im nächsten Mal. Wochen da neu ordnen werden. Und wenn du Fragen dazu hast am Vorstand, wie die das stellen, dann würde ich das am besten in der Vorstandswahl den Personen, die Fragen an der Stelle stellen. Ich wollte das auch gar nicht so verzetteln. Ich wollte halt nur, ich dachte, also ich habe das vorhin so verstanden, dass hier auch für seine Position ein Problem aufgetreten ist, hinsichtlich von dem ganzen Chaos, das wir da verursacht haben. Und die AGs mit dem aktuellen Stand bin ich selber nicht so jetzt auf dem neuesten Stand, deswegen wollte ich eigentlich auch nicht mehr dazu sagen. Aber ich denke, das ist halt ein ganz anderes Thema sozusagen. Und gar nicht, das gibt es nicht. Gut, dann gibt es noch letzte Wortmeldung, Fragen zu der Tätigkeit von der Planeten Slohmann? Ja, ich sehe nein. Dann kommen wir zum Rechenschaftsbericht der Schatzmeisters und der Kassenprüfer und des Rechens, wie das andere auch immer hieß, vorschlagen wird. Denn der Peter und der Jan-Peter sich dazu auch zuwider gesellen und dann die Ergebnisse vorstellen. Hallo allerseits, die meisten werden mich kennen. Ich bin die Schatzmeisterin vom Landesverband in Form, Isabel Nord. Ich bin seit 2009, seit der Gründung unseres Landesverbandes im Vorstand, habe bisher die Stärke des Schatzmeisters bekleidet und habe gestern zusammen mit Rechenschafts- und Kassenprüfer die Kasse durchgegangen. Die beiden werden mir das Ergebnis gleich vorstellen. Meine Hauptaufgaben, die ich während meiner Tätigkeit gemacht habe, war hauptsächlich Spruchverkehr mit Mitgliedern, Spruchverkehr mit anderen Landesverbänden. Ich habe die Parteienfinanzierung mit vorbereitet. Ich habe die Steuererklärung von dem Landesverband gemacht. Die diversen anderen Sachen stehen in meinem Tätigkeitsbericht, den ich gestern über die Mailingliste verschickt habe. Falls Fragen sind zu meiner Arbeit, ihr könnt gerne Fragen, ihr könnt auch gerne die Kritik äußern. Ich habe die komplette Kasse dabei, hier in dem Ordner. Also wenn ihr sie einsehen wollt, könnt ihr es gerne machen. Ansonsten, wir haben einen Bargeldbestand mit Stand gestern. Wir haben 130,11 Euro, Paypal-Konto 3,56 Euro, Girokonto 9502,08 Euro. Kannst du es mal kurz wiederholen, bitte? Ich kann es mal aufhören. Ich schicke es dir gleich. Ne, ich habe die auch. Wir haben aktuell 275 Mitglieder. Das ist seit der Landtagswahl ein Zuwachs von 26 Prozent. Unser jüngstes Mitglied ist 17 Jahre alt, das älteste Mitglied 61. Anträge auf Neumitgliedschaft sind 23. Plus eins eventuell, heute? Stimmt, plus eins. Das sind über 299. Also wenn noch ein Gast hier ist, der irgendwie einen Präsentkorb braucht. So beginnt. Die Sache ist, die Anträge auf Neumitgliedschaft, die werden erst berücksichtigt, wenn der neue Vorstand besteht. Wir sind hier jetzt erst kommissarisch. Und wenn der neue Vorstand besteht, dann gibt es einen Beschluss und dann sind die ganzen Anträge auf Neumitgliedschaft in einem entsprechenden Ruf. Aber deshalb muss das jetzt laut Satzum extra gemacht werden. Ansonsten, ich werde mich nicht mehr für den Schatzmeister zur Verfügung stellen. Ich war es jetzt zweieinhalb Jahre lang. Aus privaten Gründen möchte ich kein Vorstandsamt mehr begleiten. Ich werde mich im Hintergrund halten, bei der Verwaltung helfen, bei der Presse helfen. Aber zum Schatzmeister werde ich nicht mehr begleiten. Fragen zu meiner Arbeit, Fragen zur Kasse? Ich bin hier Kritik. Ich bin hier in der Kassenkarte für Ihr Ergebnis. Ja. Mein Interesse, wie groß ist der Haushalt der Partei? Aufs Land gesehen? Also wie viele Einnahmen kommen rein? Das ist... Wir hatten, glaube ich, knappe 11.000 Euro im Februar mit der ersten Parteienfinanzierungszahlung. Die zweite war noch mehr 6.000, also dann waren wir 17. Mit den ganzen Mitgliedsbeiträgen würde ich sagen zu 20.000 ungefähr. Also ich kann es jetzt nicht genau sagen. Okay, das ging auch um den großen Wort. Aber ungefähr 20.000. Danke. Sonst noch irgendwelche Fragen? Ja, also ich war ein Rechnungsbrücker, Herr Peter war ein Kassenbrücker. Wir haben das gestern mit dieser schnell durchgebuckt und sind zum Schluss gekommen, dass alle Belege und der gesamte Ordner, also die gesamte Rechnung, akkurat gelegt wird. Damit es keinerlei Kritik großartig aussieht, dass einmal nur eine Bestellbestätigung vorhanden ist und die Originalrechnung, weil die noch in der Post ist und einmal ist es nur eine Topie der Rechnung, weil auch die Originalrechnung heute erst angekommen ist, oder? Genau, richtig. Und ansonsten haben wir in der Barkasse einen Fehlbetrag festgestellt, vor uns um 27 Cent. Was ich aber dadurch erklären ließ, dass es einen Beleg gab, der einfach nicht mehr lesbar war und wir daher eher da raten mussten, was genau erstattet werden konnte, beziehungsweise die entsprechende Zeile, die wichtige Zeile dabei war nicht mehr lesbar. Ansonsten sind wir absolut zufrieden, denke ich, mit dieser eklaren Umführung. Wir haben auch keine der Unstimmigkeiten festgestellt. Alle Belege sind vorhanden, sind logisch nachvollziehbar und es sind auch keine nachlichen Fehler zu erkennen. Von daher empfehlen wir den Landparteitag der Entlastung des Schatzmeisters, die zu stimmen. Gut, das ist vorhanden, das würde ich auch versuchen. Gibt es Fortlemmen oder noch etwas? Die beiden. Hast du noch gefragt? Noch irgendwelche Fragen? Zur Verrufung. Ich habe, ja, du warst kurz die Frage, wie viel Ausgaben wir für Einnahmen verantworten, das ist ja, wenn wir dann über den Platz haben. Also die größte Ausgabe war? Nur als Summe, also großartig. Also die größte war? Also wenn wir 20.000 Einnahmen ungefähr gerechnet haben und wir jetzt noch 9.000 übrig haben und ich sage jetzt mal hochgehend 12.000, aber das finde ich dir jetzt auch nicht. Nee, ist auch niemand über das Problem. Gut, weitere Wortmeldungen? Dann war das der Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters und dann kommen wir zu den Rechenschaftsberichten der Beisitzer. Ich würde anfangen mit Florian Christoph, der steht jetzt nicht raus und Micha? Ja, vielleicht mal ganz kurz sitzen und lese es einfach vor, ist nicht viel, was mir Florian Christoph gestern noch geschrieben hatte oder uns. Genau, nicht jeder kennt Florian Christoph. Florian Christoph war vom letzten Vorstand gewählt worden, ist durch seinen Umzug nach Dachlind dann halt zurückgetreten, was natürlich sinnvoll ist, weil aus Dachlind ein Vorstand mitzuladen ist. Schwierig. Und ich habe ihn angeschrieben, dass er seinen Rechenschaftsbericht bitte noch abgibt, obwohl das hätte gleich machen müssen, nachdem er zurückgetreten ist, aber das haben wir es heute, ist okay. Er schreibt, zu meinen Aufgaben zählten inhaltliche Betreuung der offiziellen Webseite der Piraten, im Mettor-Kopp-Pummern, Koordination der Pressearbeit innerhalb des Landesverbandes, Verfassen und Veröffentlichung von Pressebeteiligungen und Teilnahme von Forschungstreppen sowie Stammtischen. Das ist zu Florian Christoph. Verankern kann ich dazu leider jetzt nicht großartig beantworten, da könntest du trotzdem stellen. Gibt es denn Wortmeldung dazu? Meinungsgut. Dann gehen wir weiter zu den, du möchtest das? Ja, ich kann den guten, wie lange hat er denn gewirkt? Bis zum 3.1., glaube ich, oder wenn ihm erreicht, muss das Gewinn sein, hat er sechs Monate knapp. Dann kommen wir zum nächsten Beisitzer, Matthias Bahner, der wird mir, glaube ich, auch was vorlesen. Ja, muss ich das vorlesen, was er geschrieben hat, er hat in den Rechtschaftsbericht geschrieben, hat es auch umgeschickt. Möchte das jemand vorgelesen hören? Das waren diese Stichpunkte. Das waren diese Stichpunkte, genau, die stehen, die auch der Medienliste auch umgehen. Ja, seine Gruppaufgaben sind halt die Mitgliederverwaltung gewesen im Lande, dann an Vorstandstreppen teilzunehmen, an bundesweiten Treppen der Staatsmeister hat er teilgenommen und ja, dann halt seine ganz normalen Aufgaben, das Wahlkampf, Teilnahme, ein Stand zwischen den Infraständen, was hier von uns gemacht hat im Land. Gibt es da noch Fragen, die wir nicht beantworten können? Ich sehe, es gibt keine Fragen, dann war es das mit den Rechenschaftsberichten und das ist der nächste Punkt, die Entlastung des Vorstands. Hat jemand etwas dagegen, dass wir im Block abstimmen, ob wir den Vorstand entlasten? Ich stelle den Antrag, die Vorstandsmitglieder einzeln zu entlasten. Gibt es Gegenrede? Entfragen, warum? Oder eine Begründung des Antrags. Also teilweise, das ist natürlich vor allen Dingen auch die nicht anwesenden Mitglieder, vor allen Dingen Matthias gemünzt. Ich kann jetzt so nicht ohne Rückfragemöglichkeit und so weiter, kann ich persönlich jetzt nicht, ich bin nicht sicher, dass ich jetzt einfach sozusagen, auch wenn ich die anderen gerne entlasten möchte, ob ich ihn dann auch politisch entlasten kann. Ich kann es nicht nachvollziehen. Okay, dann sehe ich es um keine Gegenrede, dann kann ich den Antrag annehmen. Das heißt bestimmt einzeln, über die Entlastung abfangen wir an mit dem Vorstandsvorsitzenden Michael Rudolf. Wer ist dafür, dass wir den Vorstandsvorsitzenden entlasten? Stimmen mit Ja. Gibt es Gegenstimmen? Stimmt der Vorstand nicht mit? Dann wurde ein Stimmen, wenn Michael Rudolf entlastet. Sehr gut. Dann bedanke ich mich dafür. Als nächstes Herr Lohmann, dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden, wer ist dafür, dass wir den Herrn Lohmann entlasten? Stimmen mit Ja. Gibt es Gegenstimmen? Also es ist gar keine Gegenstimmen, also nicht entlastet. Nächste Reihe, den Schatzmeister und die Kassenprüfer. Wer ist dafür, dass wir den Schatzmeister und die Kassenprüfer entlasten? Stimmen ebenfalls mit Ja. Gibt es Gegenstimmen? Sehr einstimmig. Wer ist dafür, dass wir Florian Christoph mit Abwesenheit entlasten? Stimmen mit Ja. Gibt es Gegenstimmen? Auch Florian Christoph wird damit einstimmig entlastet. Als letzten in Runde stimmen wir darüber ab, ob Matthias Barne entlastet werden soll. Wer ist dafür, dass wir Matthias Barne entlastet? Stimmen mit Ja. Gibt es Gegenstimmen? Okay, ich würde auch ein bisschen das rausziehen. Ja. Dann stimmen wir noch mal, wer dafür ist, dass wir eine Klasse schon mal noch mit Ja. Kreditierung. Ja. 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 Ich wollte nicht sagen, ich wollte zählen. Achso, was solltet. Um das Wort am besten nochmal Hände hoch. Wer ist dafür, dass wir ihn entlasten? 1, 2, 3, 4. Okay, wer ist dagegen? Hier, ich sehe das halt. Also, ich würde mal interessieren, was jetzt eigentlich damit bezweckt ist. Also, wenn man einen Kassenprüfer oder einen Schatzmeister nicht entlastet, im Vorstand an sich, und das hat natürlich dann irgendwo auch von Frequenzen, also die Sache mit der Kasse abgerechnet, das etc. Aber was oder welche Folgerungen erwartet ihr jetzt eigentlich aus der Nichtentlassung eines Freisitzers? Das ist mir ungegab. Es gibt, braucht man noch was? Ja. Also, den Schatzmeister zu entlasten und auch die Kassenprüfer hat quasi vor allem den Vorteil, dass man quasi nicht mehr haftbar gemacht wird, weil die Kasse geprüft wurden. Finanziell haftbar. Finanziell haftbar gemacht wird, ja. Genau, also eben für diese rechte Gesetze, dass man da eben haftbar gemacht werden kann. Und für den Beisitzer in dem Fall nehme ich mal an, dass diese Einzelabstimmung jetzt gemacht wird, eben in dem Sinne für die Präsentverhandlungen umsetzen wird. Peter, auch zuerst, ja. Außer dem ist es halt auch eine politische Aussage. In dem Sinne, ob man den Vorstand denkt, gerade diese politische Entlastung ist auch nicht weniger als finanzielle Regresspflicht anzusehen, sondern mehr als, wir sehen ihn nicht unbewegt, als entlastet. Herr Hans, ich würde sagen, dass die Entlastung, die politische Entlastung eines Vorstandsmitgliedes bedeutet in dem Falle, dass, wenn sozusagen der Parteitag dafür stimmt, dass dieses Vorstandsmitglied entlastet wird, bedeutet das sämtliche Verantwortung für sein Handeln während seiner Amtszeit von der Partei übernommen wird. Das heißt, der Mensch ist nicht mehr persönlich verantwortlich für diese Dinge, die er damals getan hat, politisch oder ähnliches. Und das bedeutet also sozusagen in dem Fall, dass sämtliche Handlungen, die ein Vorstandsmitglied getätigt hat, im Rahmen seiner Tätigkeit, dann, nachdem sein Amt abgeschlossen wird und er entlastet worden ist, sozusagen er dafür nicht mehr belangt werden kann, sondern die Parteiverantwortung dafür übernimmt. Gut, dann war Nils, hat er noch eine Wortmeldung dazu? Okay, ist das okay? Okay, gut, es war vorhin ziemlich eindeutig, da waren wir zwei Fehlkrimmen, vier Fürstamm, bedeutet damit erst... Wann, möchtest du das nach der... ich weiß nicht, also nach der Klärung vielleicht nochmal, das war jetzt mitten in der Abstimmung, diese Zwischenfrage, deswegen... Okay, wir müssen nochmal abstimmen, weil die Enthaltung steht. Okay, wer ist dafür, dass wir Micha... Matthias Bahner entlasten? Darf ich mir, darf man sich nicht enthalten? Doch, 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 Sie haben nicht gefragt. Also, wir müssen explizit nochmal fragen, also wo ist man ja... Micha sagt ja, es geht um die Zahlen. Also jetzt ist es gut. Wer ist dagegen, dass wir Matthias Bahner entlasten? Ich muss mich anbekommen. Noch, hier. Wer enthält sich da, Peter Fertz, dabei? Acht, okay, acht. Nochmal, wer enthält sich? 10, 100. 1, 10, 11. Äh, Michael ist... Also, weil er entlastet sind, und dann... Also, sind wir fünf dafür, im Gegensatz... Wir haben keine Mehrheit dafür. Die enthaltenen Stimmen stehen aber in der Wahlordnung, dass sie nicht als abgegeben zählen. Und dann haben wir... Also, es ist nicht entlastet. Es ist keine Mehrheit mit der Entlastung. Ja, genau. Also, von daher ist es egal, wo man es rechnet, aber dafür kein Mehrheit, damit ist er nicht entlastet. Ja. Damit ist der Matthias Bahner nicht entlastet. Dann gehen wir zu dem nächsten Tagesordnungspunkt über. Der nächste Punkt ist der Antrag, dass Matthias sein Rasterkontar niederlegen würde, zumindest die Vertrauensprüfung dafür. Wer möchte den Antrag vorstellen? Ja, äh, sozusagen der Antrag, äh, wurde schriftlich eingereicht, äh, gesetzt von uns. Dann auf der Medienliste steht auch ein Wiki. Ähm, den Antrag haben, ähm, der ist aus dem letzten Stammtisch am Sonntag im Reisfeld entstanden. Den haben sechs Leute unterschrieben. Wovon sind vier auch heute hier, die diesen Antrag vertreten können. Die anderen beiden sind, äh, die sind, äh, heute hier sein. Äh, der Antrag geht darauf, äh, dass der Landesparteitag, äh, Matthias Bahner auffordert, sein Mandat im Kreistag wiederzulegen von Vorkommand Weiswald. Zur Begründung, Matthias ist das einzige Kreistagsmitglied der Piratenpartei, ist der einzige Mandatsträger, äh, des gesamten Landesverbandes. Insofern sehen wir auch durchaus ein Interesse, äh, nicht nur das Kreisverband ist von, äh, der Region Greifswald, sondern auch ein Interesse, äh, der gesamten Landespartei, zumal, äh, der ganze Vorgang hier auch bundesweit Wellen geschlagen hat und uns auch alle betrifft. Äh, äh, begründet wird der Antrag, äh, damit, dass Matthias nach unserem Eindruck, äh, zweimal die Umheit gesagt hat, gegenüber Öffentlichkeit und gegenüber Piratenpartei. Einmal, da war ich eigentlich selbst nicht dabei, so war das, was er selbst bestätigt, äh, gegenüber dem Landesparteitag, als er bei der Kandidatur gefragt wurde nach einer politischen Vergangenheit, äh, und dann zum Zweiten bei seiner Erklärung, äh, äh, glaube ich, vom 8. Oktober 2011, äh, die also leider nicht vollständig ist und teilweise auch unrichtig war. Äh, ich weiß nicht, ob ich das im Einzelnen ausführen muss, das ist sozusagen auch in dem, in dem, in dem Antrag noch wahr begründet worden, äh, seine erste Erklärung erweckt doch den Anschein, dass er da aus eigenem Antrieb, äh, an die Öffentlichkeit gegangen ist, das war nicht so, erweckt den, äh, äh, der Eindruck, dass er aktiv ausgetreten ist aus der NPD, äh, das war wohl eher ein schleichender Prozess und, äh, was er eben auch explizit gesagt hat in dieser Erklärung, dass er bei der NPD, äh, selbst nie eine politischen Veranstaltung teilgenommen hat und auch das trifft nicht zu, äh, das muss er berichtigen, wir mussten das berichtigen und das, äh, für mich persönlich besonders bitter im Grunde, dass man, äh, aufgrund einer Pressemitteilung der NPD, äh, äh, da gezwungen war, zu reagieren und das richtigzustellen, dass es sozusagen eigentlich der Schöne, so etwas passieren kann. Ähm, ich persönlich habe Matthias unterstützt, auch nach der, ich, ich kenne ihn noch nicht so lange, ich bin auch noch nicht so lange Pirat, ähm, ähm, ich habe ihn unterstützt nach seiner ersten Erklärung, habe ihm auch gleich eine Mail geschrieben, dass, äh, dass ich das gut finde, dass er dort, äh, den Ausstieg geschafft hat bei den Rechten und, äh, dass er sich melden soll, wenn ich ihm irgendwie helfen kann und, äh, bin aber davon, dabei davon ausgegangen, dass das sozusagen auch zutrifft, was er in dieser Erklärung da geschrieben hat, vom 8. Oktober und das, äh, war dann doch ein Vertrauensbruch, äh, und das habe ich auch erst später sozusagen im Laufe der Tage realisiert, was das eigentlich bedeutet hatte. Das ist, äh, für uns im Kreisverband, im Kreisverband ist das ein Problem, aber ich denke, dass es auch für die gesamte Landespartei ein Problem ist, und, äh, äh, dass es uns helfen würde, also insgesamt, wenn sozusagen der Parteitag mal ein Votum dazu abgibt, äh, ob sich die Landespartei, äh, durch Matthias im Kreistag vertreten fühlt oder eben nicht mehr vertreten fühlt. Er hat das freie Mandat, das, äh, respektieren wir auch, äh, das will ihn niemand zwingen, das kann ihn niemand zwingen, das Mandat wiederzulegen, er ist gewählt vom, vom Wähler, äh, das ist absolut zu respektieren, äh, aber er hat natürlich die Möglichkeit, aus eigenem Entscheid dieses Mandat zurückzugeben, äh, mit der Folge, dass, äh, ein, ein Nachrücker dann dieses Mandat antreten würde. Also auch da, das haben fünf kandidiert, äh, einer ist nicht mehr, äh, hier im Land, aber, äh, drei andere hätten durchaus die Möglichkeit, äh, dieses Mandat anzutreten innerhalb des Kreistages. Äh, äh, klarstellen wollte ich nochmal, dass es uns, äh, äh, nicht darum geht, jemand abzustrafen, weil er früher in der NPD war, sondern der Punkt, der uns bewegt, ist, äh, der Umgang von Matthias mit diesem Fakt und sozusagen mit diesem, diesem Umgang sind wir einfach nicht einverstanden und sehen nicht so richtig, wie man da jetzt weiterarbeiten kann, weil wir natürlich ihn auch begleiten müssen, sozusagen, wie er, wie er dieses Mandat ausübt und, äh, die Kommunikation ist da im Moment massiv gestört. Okay, schade, dass er nicht da ist. Zwei Worten, drei Wortmeldungen, erstens, mich aber auch du. Äh, dann haben wir eine Frage, und dann bin ich von dem Antrag, ähm, ist das ja auch noch eine Sache mit dem Kreisverband. Das heißt, äh, die Frage ist jetzt, falls jetzt der Landverteiltag sich dafür ausspricht, dass er das Mandat zurückgift, welche Konsequenz hat das mit der Zusammenarbeit mit mir mit dem Kreisverband? Das heißt, würdest du ihn dann gar nicht mehr unterstützen, oder was ist die Konsequenz daraus? Ich meine, du hast selber gesagt, das ist ein freies Mandat, man kann nichts, man kann ihm nichts reden. Oder wie sähe dann die Zusammenarbeit zwischen dem Kreisverband und Matthias aus? Gut, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wir müssen ja auch den Kreisverband neu konstituieren, auch auf die neuen Kreisgrenzen und einen neuen Vorstand wählen. Das muss ja auch wie oft dann demnächst noch passieren. Äh, klar, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber als erstes steht natürlich eine Entscheidung von Matthias an, so sehe ich das. Und, äh, weil er ganz zuerst natürlich eine Entscheidung des Parteitages und dann eventuell eben eine Entscheidung von Matthias, wer darauf reagiert. Äh, ja, wie da die Willensbildung dann im Kreisverband weiter verläuft, kann ich nicht sagen. Es ist, äh, es ist einfach schwierig, wenn man nicht informiert wird. Und das ist ja leider nicht nur ein Sinnfrei, sondern das ist ja, das zieht sich ja ein bisschen so durch. Michael? Ja. Ich kann Ihnen nur als Frage, ich kenne die Antwort schon, aber dann auch für die Öffentlichkeit. Ähm, hat sich Matthias Bahner dann dazu geäußert, wie er dann reagieren würde nach dieser Entscheidung? Äh, ja, hat er eindeutig gesagt, also bei der Aussprache 13. Oktober am Stammtisch hat er gesagt, ähm, er würde das Vertrauensvotum akzeptieren. Also wenn er das Vertrauen nicht mehr hat, würde er sein Mandat zurückgeben. Das war seine Zusage und, äh, das würde ihm den Weg freimachen für Nachrücker. Der erste Nachrücker wäre Georg Michel, Ingenieur am Max-Planck-Institut in Greifswald. Ist in der Kommandatpolitik ein bisschen erfahren, weil er in der Gemeindevertretung Gemin sitzt. Zwar gerade im Ausland, aber, äh, es gibt da Nachrücker. Also ich persönlich würde hoffen, dass er es dann tatsächlich auch tut, was er so gesagt hat. Wie darf es zuhören? Wir wissen das nicht, aber, äh, ich denke, auch wenn es schwierig ist, würde ich ihn da beim Wort nehmen, erst mal. Aber da haben wir keinen Einfluss drauf. Ich sag nein. Du kommst jetzt an. Ja. Reiner. Natürlich schade, dass er nicht da ist. Und ich finde es auch jetzt, zu sagen, einen Antrag zu bearbeiten, über jemanden zu sprechen, über jemanden, der nicht dabei ist, ist ein bisschen kompliziert. Weil, äh, weil, äh, so ein bisschen nach Strafgericht aussieht. Und da bin ich eigentlich absolut, weil, äh, aber andererseits zeigt mir, dass er heute nicht gekommen ist und heute früh erst abgesagt hat, dass er so mit dem ganzen Prozess selber noch nicht so hinten rein ist. Und mit seinem Verhalten, ich weiß, wie er das alles selber bewerten soll. Ich verstehe zwar, dass die Greifsweiler dieses Problem mit ihm haben, aber mir reicht eigentlich die Substanz momentan nicht aus, weil wir selber uns im Widerspruch so Zetjahre sehen. Dass wir sagen, wir wollen ihm eigentlich eine Möglichkeit geben, weiter mitzuarbeiten. Aber andererseits sehe ich so die Verhaltenskette, erstmal diese Stückweise zugehen, mit dem steigenden Ausstiegsprozess sehe ich vielleicht ein bisschen anders. Äh, dann, heute nicht so erscheint sich eigentlich, sagen wir mal, als den größten Fauxpas, weil ich weiß ja nicht erst seit gestern Abend, dass er der Parteitag ist. Und er hat ja bisher eigentlich keine Anteutung gemacht, dass er auch nicht privat nicht kann. Also, ich sehe, dass er als vorgeschoben. Aber ich weiß nicht, ob er es nach außen ein gutes Bild macht, über jemanden hier zu urteilen, der nicht wahr ist. Für mich ein Fehler. Also, ich möchte mich da eben noch ein bisschen anschließen, weil erstmal, seine Begründung war ja, dass seine Kommunikation nach außen dem ziemlich schlecht war. Nach außen und hinten. Ja, und da stimme ich dir voll zu. Also, das müssen wir da auch berücksichtigen. Ich denke, da spielt auch so ein bisschen die Angst mit rein. Oh Gott, wenn jetzt jemand erfährt, dass ich da in der NBD war, das, ich denke mal, das wirkt sich auch auf das Berufsleben aus. Das wirkt sich auf den Freundeskreis in der NBD aus, etc. Also, da ist ein gewisses Angst. Und da ist kein Berufspolitiker, hat auch, denke ich, dann ein Kommunikationsdefizit in diesem Sinne. Weil, klar, es wäre am besten gewesen, er hätte gesagt, hör zu, ich war in der NBD, aber das ist noch vor seiner Wahl. Und jetzt hat er es nicht gemacht und hat dann diesen, ich stückweise zugegeben. Das ist natürlich, hm. Aber jetzt ist natürlich die Frage, er ist erstens nicht da, schon mal sehr schlecht. Und die zweite Sache ist ein Vertrauensvotum, also wir wollen jetzt praktisch, wir haben ihn praktisch noch nicht bei der Arbeit gesehen. Wir sehen nicht, wie er für demokratische Prinzipien eintritt. Wir wollen ihn gleich absägen. Und da ist die Frage, wollen wir das wirklich? Ja. Ich bin auch aus Greifswald und habe 2009 Matthias schon kennengelernt, war aber anderthalb Jahre nicht wirklich aktiv. Und hatte mich jetzt in den letzten Wochen Probleme, mich da so deutlich zu äußern. Weil es immer komisch ist, wenn so Leute, die jetzt vielleicht wieder neu da sitzen, über andere sprechen wollen. Aber ich sehe das nicht so relativ, wie du das noch gesagt hast. Also auch, was Rainer sagte. Er ist nicht hier, erinnert nichts an diesen Sachverhalt. Der ist völlig klar, das ist eindeutig. Es ist nicht so, dass er etwas nach und nach erzählt hat, sondern er hat deutlich gelogen, mehrfach. Er hat den Landverteidiger angelogen. Und für mich sind so privatige Tugenden, weswegen ich hier bin und eingetreten bin, schwerstverletzt. Also Transparenz ist überhaupt nicht mehr gegeben. Vertrauenswürdigkeit nicht, Ehrlichkeit. Es ist keine Kommunikation da, nicht nach innen. Wir wissen gerade teilweise überhaupt nicht, was los ist, was er macht. Wir haben schon gesehen, wie er arbeitet. Er war beim Kreistag. Wir wissen bis heute nicht, über was er wie abgestimmt hat, weil keinerlei Informationen kommt. Also ich sehe diese Arbeit für uns schwer beschädigt. Also nicht nur nach innen. Also wir unterschätzen das vielleicht, weil wir uns kennen, weil wir Matthias kennen, weil er umgänglich ist als Mensch. Aber der Schaden nach außen ist enorm. Das schätzen wir gar nicht ab, was da passiert. Weil er nämlich im Kern das, was uns ausmacht, die Ehrlichkeit und Transparenz haben, Politik zu machen, extrem beschädigt wurde. Die Öffentlichkeit kennt nur Michaels Gesicht und Matthias Gesicht. Die wissen gar nicht, wie viele tolle, nette Leute hier noch sind, die kompetent sind. Das müssen wir mal in Zukunft ändern. Da hat Reinhard völlig recht. Öffentlichkeitsarbeit, da muss natürlich was passieren. Und ich wüsste nicht, wie wir vor Ort, und das ist das einzige Mandat, die noch Politik jetzt machen sollen in der Situation, ist völlig verfahren. Wir kriegen ja permanent Reaktionen auch von Wählern, die sich verarscht fühlen, ehrlich gesagt. Und ich persönlich tue das mittlerweile auch. Weil er war auch gestern nicht beim Stammtisch. Die Frage kam auf, Stimmungsbild in Greifswald, also es war eindeutig bei dem Stammtisch. Da können wir auch abstimmen und sonst was machen. Ich denke, mit meisten sehen das absolut ähnlich, dass da zur Zeit einfach kein Vertrauen mehr da ist für die Zusammenarbeit. Und man muss ein bisschen überlegen, was renkt man jetzt höher? Weil jemand aus der rechten Szene ausgestiegen ist, und ich finde eine Jugendsünde wie dieses keine Bargatelle. Er hat es nicht deutlich gemacht, den Schnitt. Oder wollen wir nur das Ganze nehmen, was wir an politischer Arbeit machen? Und da gibt es schwerwiegende Fehler, durch diese Magnetransparenz. Also ich finde, man kann es nicht aufwiegen. Und ich bin deswegen doppelt sauer auf Matthias, weil er uns die Chance nimmt, zu zeigen, dass wir solche Leute offensiv unterstützen können, durch diese ganze andere Scheiße, die wir auflassen. Muss man einfach mal so sagen. Und ich würde euch bitten, uns auch zu unterstützen, uns die Chance zu geben, da wieder neu anzufangen, auch wieder auf die Leute zugehen zu können, indem wir hier ein klares Signal geben. Danke. Ja, im Grunde sagt er, hat man das schon alles erzählt. Vielleicht noch mal als Hinweis, wir wissen gar nicht, wann wir dann Matthias das nächste Mal zu fassen kriegen. Das heißt, wenn wir das jetzt vertagen, wir wissen einfach nicht, wann wir das nächste Mal die Chance dazu haben, auch in diesem Rahmen darüber abzustimmen und nach außen ein Zeichen zu setzen. Deswegen finde ich schon wichtig, dass wir es hier heute machen, in seiner Abwesenheit. Was schade ist, er hätte mehrmals die Chance, sich dazu zu stellen. Und das dazu, was wir sagen, wäre einfach nur ein weiteres Hinauszöger. Und wir haben jetzt im Grunde lange noch da aufgewartet. Ja, ich bin auch aus Greifswald. Ich nochmal zum Punkt, du hattest es gesagt, dass wir noch nicht Arbeiten gesehen haben, dass wir keine Grundlage dafür haben, für diese Bewährungschance, die wir eben eingeräumt haben. Es gab gestern keinen Mailverkehr zwischen Frank und Matthias, in dem es darum ging, dass gelesen wurde auf einer Facebook-Seite eines Grünen, also einer Privatseite, dass die Piraten in eine Zielgemeinschaft mit CDU und FDP gehen. Das war dann plötzlich, wow, wir wussten nichts davon. Das wusste nur Matthias anscheinend. Und dann hat Matthias sich natürlich geäußert, hat sich wie so oft leider persönlich angriffen gefühlt und hat daraufhin geschrieben, ich weiß es erst seit 48 Stunden. Und dann muss man natürlich sagen, zwei Tage, das ist wirklich für einen Menschen, ich muss ihn natürlich hier in Schutz nehmen, ganz, ganz schwer, sich an einen PC zu setzen, eine Mail zu schreiben oder auch an unsere Blogger, Sascha und Frank, da würden wir mal zu sagen, Leute, da gibt es gerade neue Wendungen, CDU soll es in die Zielgemeinschaft reingehen, FDP wusste ja schon, dass da was läuft, CDU ist neu, dass es ganz schwierig ist, einfach mal eine Mail zu schreiben oder an die Blogger das weiterzugeben, ja, da gibt es neue, gibt es jetzt Änderungen. Und das ist so ein Beispiel für diesen Fall, dass er einfach für mich nicht mehr demokratisch denkt, nicht mehr piratisch denkt, das ist für mich ein Substanzverlust und da, glaube ich, stimmen mir die Kreiswalder auch zu, die da gestern mit am Stammtisch saßen, weil das geht einfach nicht. Ja, bitte. Also ich wollte nur noch sagen, also bis gestern Abend war eigentlich noch der Mann von dem Jungen her in der Frau, den Namen weiß ich jetzt, den Rücken geht auf den Kopf, nur, nein, diesen Mann hat sich, das musste ich jetzt leider heute Morgen hier bewegieren, da Herr Mahner ja nicht da ist und so nachdem, was ich jetzt gehört habe, dass er sogar vom Stammtisch her voraus schon weiß, dass dieser Antrag hier gestellt werden würde, muss ich ganz ehrlich sagen, da reicht mir als Aussage, warum man nicht kommen kann, private Gründe definitiv nicht aus, in keinster Weise. Und dann hätte er ganz klar sagen müssen, was für private Gründe es sind. Mathias? Nee, hat sich zuhört. Ja, also ich muss eigentlich nochmal klarstellen, also ich gehe mit der Grunddiskussionlinie mit, ich habe ja schon gleich, als damals das so kam, mit als erster geschrieben, dass eigentlich als erster war, dass er sein Kreistagsmandat niederlegt. Also da war ich von Anfang an dafür und das wäre für mich auch die klarste Aussage gewesen. Das andere habe ich eigentlich nicht als so wichtig ertragen, weil ich dachte, eine Woche später ist eine Partei, dann hätte man alles über die Gespräche, über seine Parteiarbeit und ähnliches, hätte er trotzdem eine gute Seinkommission sein können, und zu sagen, wir entlasten ihn, und dass er sich auch wieder zur Wahl stellen können, dass er sich dann gar kein Problem vielleicht mit gehabt hat. Weil dann kann ich das anders als nach außen nennen. Ja, aber was ich heute hier so erlebe, stellt sich die Frage, was ergibt sich daraus? Er stellt sich nicht mehr, er stellt sich im Kreisfeld nicht mehr, er stellt sich hier nicht. Wie wollen wir, wir können das heute beschließen, was machen wir weiter mit ihm? Die Frage stellt sich doch. Und da sogar sollten wir noch kurz sprechen, bevor wir den Antrag hier, weil der Antrag ist ja für mich, der hat eigentlich kaum Wirkung, der ist bloß in der Zeile nach außen, aber eigentlich sollten wir aus den Fehlern oder sagen wir mal aus den Schwierigkeiten, die wir in den letzten Wochen hatten, weil wir in den letzten Wochen hatten daraus, auch gleich festlegen, was kommt als nächster Schritt oder wie wollen wir mit ihm umgehen? So ein Thema, er hat ja keinerlei Sachen, das wurde schon angesprochen, er hat auch im letzten Stammtest explizit gesagt, dass wenn es einen solchen Antrag gibt, er sich ihm stellt. Er hat schon so viel gesagt. Er hat das gesagt und ich werde es nicht so anfangen. Das ist jetzt eine Geschichte von wegen, wir stimmen jetzt hier irgendwas symbolisch an. Er hat es so gesagt und wenn jetzt dieser Antrag, deswegen wurde er auch so gestellt, und ich wollte jetzt nur Gegenrede machen, was das eben jetzt bringt. Und Gegenrede darf nicht erwidert werden, also gehen wir weiter mit der Regelung? Die Ordnung? Ja, Johann, ich würde gerne die Redezeit etwas beschränken, damit wir ein bisschen zu unterhalten. Und diesen Antrag, damit wir ein bisschen zur Sachlichkeit zu kommen. Gegenrede, Gegenrede und die Ordnung? Ich würde sagen, eine Minute mal. Komm mal an. Möchte jemanden begründen? Nee, komm mal an. Okay, gut, gut. Dann stimmen wir darüber ab, wer ist dafür, was hattest du an die Lange? Eine Minute. Wer ist dafür, dass die Redezeit auf eine Minute begrenzt für diesen Antrag? Schließen wir mit einer Minute, dass das Thema Matthias Bahrer hat? Nein, 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 jeder, jeder. Können wir mal, dass die Energie, also man, ja, da muss man runternehmen. Ist ja, wer dafür, dass der Gehortrag angenommen ist? Was hast du jetzt gemacht? Was hast du gemacht? Nein, es dürfen die Runden nicht angenommen. Ja, okay. Wer ist dafür, dass der Gehortrag angenommen wird? Okay, wer ist dagegen? Ja, es gibt Enthaltung. Keine Enthaltung sehe ich. Dann holt es der Gehortrag mit 15.12. Dann müssen sich ja nicht alle melden. Ja, das ist auch klogisch. Das heißt, ab jetzt ist die Redezeit noch eine Minute. Also ganz kurz, ich finde nicht, dass der Beschluss nichts ausrichten würde, oder der Beschluss einfach klarstellen würde, ob Matthias das Vertrauen in das Mandat der Wahl hat oder nicht hat. Und das kann man auch nach außen transportieren. Selbst was ich nicht glaube, wenn er das Mandat behält, kann man immer sagen, der Parteiter hat ihn aufgefordert, wir haben uns davon distanziert und dann hat man klare Verhältnisse, als wir ihn jetzt haben. Darum geht uns das auch. Ja, Peter. Rainer? Rainer, genau. Du hast ja vorhin diese, Rainer, schon vor der Rede gehalten, war das quasi ein Büroantrag auf Ausschluss aus der Partei, oder wie war das mit dem? Also in welcher Hinsicht? Du hast ja gesagt, da müssen Konsequenzen gezogen werden. Du hast ja eng an Gott. Du möchtest mir nicht anmaßen. Okay, okay. Und ich denke, also dafür bin ich zu kurz dabei, um mir anzumaßen, jemanden, der zwei Jahre dabei ist und was getan hat und bestimmt auch nicht schlecht erarbeitet hat. Und das hätte gleich, weil ich so ein gutes Ergebnis erreiche, das möchte ich mir nicht anmaßen. Aber ich möchte einen Beschluss herbeiführen, das formulieren kann, dass irgendwas passieren muss bei einer weiteren Arbeit mit ihm. Ja, und das kann ja uns ja ein Nasenriff durch die Gegend führen, das war, das war immer nicht klar. Gut, jetzt müssen wir gerne erst mit einem Doppel. Ja, ich habe es hier schon gesagt, das war natürlich die zweite Stelle, jetzt zum Beispiel, ich meine, es ist nicht ein Stabensystem, wenn jemand sich ein Amt wird oder ein Mandat in der Berichtung wird, es hat ja richtig gespart fühlen, dass er ein Mitbürger da war, in der Regel war. Und wenn das Mandat oder das Mandat entdeckt, dann hat es auch nichts mit dem Stabensystem zu tun. Wer uns oder auch Mandatsträger, sollte in jeder Phase der Ausbildung des Mandats des Mandats derjenige sein, der von seinen Wählern als Segen hier angesehen wird, die am glaubwürdigsten dieses Mandat und dieses Mandat wahrnehmen können. Wenn diese Überzeugung nicht mehr da ist, dann sollte ein Bestandesbegriffen werden. Ich möchte kurz anmerken, dass wir vielleicht mal trotzdem überlegen sollten, ob wir beim Parteiausschuss erfahrenen Nachdenkungen, weil er war Mitglied des Vorstandes und hat wissentlich gelogen. Also, dass wir da mal drüber diskutieren, mit den anderen nicht wieder hin, aber dass wir einfach mal offen darüber diskutieren. Wenn wir den EU-Antrag beantragen, in diesem Punkt sind wir sonstige Anträge später aus. Wenn du dich dann erstellen möchtest? Dann stelle ich offiziell in Antrag ein Parteiausschuss-Verfahren zu Matthias Wahn. Das ist schon diskutieren. Das ist schon diskutiert. Das ist schon diskutiert. Das ist schon diskutiert. Was ist denn das? Wenn ihr beschließen könnt, was wir da drüber diskutieren, oder? Das kann nicht so passieren, dass der Ausschuss-Verfahren abstehen muss. Das kann sich persönlich auch noch bescheiden. Ich kann euch nur ein Rat geben. Ich will Diskussionen jetzt hier auch im Rahmen der Landesmitgliederversammlung nicht hören. Eine Mitgliedschaft in einer Piratenpartei und ein darauf bezogenes Parteiausschuss-Verfahren ist nur bezogen möglich auf die eigene Satzung, die man sich gibt. Und ich prognostiziere euch, dass ein Parteiausschuss-Verfahren nicht möglich sein wird, weil Matthias Wahn nicht gegen die Satzung verstoßen hat. Alles, was hier diskutiert wird über Ordnungsmaßnahmen, Sanktionen, geht also in die falsche Richtung. Am Anfang habt ihr, also die Greifswalder haben hier in sehr konstruktiver Weise, glaube ich, zum Ausdruck gemacht, sie wollen neu beginnen, neu anfangen, Vertrauen zurückgewinnen. Ich glaube, das ist die richtige Richtung, in die es gehen muss. Und nicht über Sanktionen diskutieren. Das ist mein Rat an euch. Vielen Dank. Es ist auch drüber nachzudenken, wenn der Antrag vom Kreisland abgelehnt wird, welches Signal damit ausgewendet wird. Das würde nämlich bedeuten, dass der Landesparteitag explizit nach den Vorkommnissen der letzten Wochen Matthias Wahn das Vertrauen ausspricht. Und ob ihr das explizit wollt, stelle ich ein bisschen in Frage. Letzten Endes hat mich verwundert, wie der Vorgang abgelaufen ist von der Reihenfolge. Denn man kann den Eindruck haben, dass Vorstandsfunktionen wichtiger sind als Wahlfunktionen gegenüber dem Wähler. Und das halte ich für nach außen ein wenig grenzwertig, sage ich mal so. Das hat eigentlich eine andere Reihenfolge reingewert. Und ich würde das sehr gut finden. Danke schön. Stopp deine Winsatz vor Ort. Danke schön. Dazu muss man sagen, wir sind auch an Matthias nicht rangekommen. Auf der Medienliste und mit direkter Kommunikation, wo direkt wird der Vorgang auf und wurde er gebeten, das Mandat zurückzugeben. Was er überhaupt die Möglichkeit hatte, sein Vorstand zurückzugeben, lag daran, dass wir es überhaupt geschafft haben, eine Vorstandsitzung überhaupt zu machen. Und dort hat er ganz klar gesagt, er will nur vom Vorstand zurücktreten und nicht von seinem Mandat. Das können wir so nur so hinnehmen. Das sieht nach außen so aus, wie er nimmt nur die Ämter zurück und über das Mandat erhalten. Das ist so. Was gab, keine andere Möglichkeit, das ist mehr reinvoll. Das wollte ich nur so stehen lassen, wie das jetzt so aussieht, als wenn wir das so überlegen, dass es so nicht mehr geht. Das klingt ja schon so. Aber so ist ja nicht konzipiert worden. Gibt es letzte Wortmeldung? Dann würde ich dir nochmal die Möglichkeit geben, meinen Schlusssatz anzusehen. Und dann hat man mal so zu kommen, wenn du es genau klar hast, was ich abkomme. Ich habe den Satz jetzt nicht vor mir. Also ich würde, ob wir den Antrag so stellen wollen, wie er angekündigt ist. Ich lese das nochmal vor. Nur den ersten Fall. Ja, nein, Frage. Genau, der Landesparteitag möge die folgende Willensbegründung verabschieden. Der Landesparteitag der Piratenpartei Mechernburg-Vorkommern folgt Matthias Bahner auf, sein Mandat im Kreistag von Vorkommern-Greiswald niederzulegen. Okay, wer ist für diesen Antrag in der Form? Können Sie mich gleich wieder runternehmen, ja? Wer ist gegen diesen Antrag? Gut, damit ist dieser Antrag ongenommen. Und als nächsten Punkt, es gab vor mir im Montag eine Pause, wenn ich darüber nachstimmen lassen, ob eine Pause gemacht werden möchte. Wer ist für eine 15-minütige Pause? Ja, wer ist für eine 15-minütige Pause? Ja, wer ist für eine 15-minütige Pause? Ja, wer ist für eine 15-minütige Pause? Oh, wer nimmt hier auf? Das ist das Stream. Nee, das Stream ist nur oben. Weiter? Entschuldigung. Der ist an hier, glaube ich. Der ist an hier, glaube ich. Der ist an hier. 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 Das ist schon richtig, aber das ist ja mit jeder Schritt. Vielen Dank. 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 ... ... ... ...... ...... ...... ...... ......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......... ......... ......... ......... ......... ...... ......... ......... ...... ............ ............ .................. ............... ............... ......... ............ ............ ...... ...... ......... ......... ......... ......... ...... Untergliederungen sich zusammenschließen, denke ich, das ist die Sache. Also da muss ich jetzt in die Bundessatzung an den Punkt reichen. Nein, da können sich Kreisverbände bilden, also die Bundessatzung regelt, dass die Untergliederung, sozusagen der politischen Gliederung, entsprechen müssen. Und damit ist nur gesagt, dass auch ein Kreisverband gebildet werden kann, der zum Beispiel aus der Stadt Schwerin und dem Umlandkreis oder Stadt Rostock und Landkreis Rostock bestehen. Und das können meines Erachtens aber die, wenn sich Kreisverbände dort gründen, sozusagen selbst entscheiden. Ich glaube nicht, dass da, die Satzung erlaubt ist nur und sie muss es erlauben, weil es sonst unzulässig wäre. Und hat für die Wahl geblieben, dass keine Probleme. Für was? Für Wahlparteitage dann oder Aufstieg von Wahllisten. Das regelt sich sowieso nicht für andere. Das regelt sich anders. Ah, okay, hat das zu tun. Die Wahllisten beziehen sich auf den Kreis, wo gewählt wird. Und dann wird eine Mitgliederversammlung für diesen Wahlkreis gemacht. Und die stellt dann die Liste auf. So haben wir es jetzt auch bei der Landkreiswahl. Keine Worte mehr. Ja, dann müssen wir jetzt da. Also ich sage, ich hätte noch die Anregung, du hast ja jetzt aufgenommen, dass sozusagen die Mitgliederverwaltung komplett beim Landesverband erfolgt. Und dann sollte man konsequenterweise auch die Beendigung der Mitgliedschaft gegenüber dem Landesverband anzuzeigen machen. Also hier in § 5 Absatz 1 steht eben der niedlichste Widerung, dass der Kreisverband und eben an der Informationsverluste hat, würde ich anregen, verschiedene Sachen zu ändern und die Beendigung der Mitgliedschaft ist dem Landesvorstand anzuzeigen, zu ändern. Ich sage jetzt noch was. Also ich habe den Antrag gestellt, dass wir dieser, der ursprüngliche Antrag war auch eine andere Satzung. Ich möchte meinen Antrag ändern und den Antrag stellen, so wie es ausgedrückt ist mit deiner Änderung. Und ich würde diesen Satzungsänderungsantrag gerne zur Abstimmung geben und übergebe jetzt an die Versammlungsleitung, was wir heute nur gesagt haben. Danke sehr. Also um das nochmals klassisch zu stellen, müssen wir quasi zweimal über diesen Antrag abstimmen, weil das gerade eine Änderung war, zu dem Antrag, der gestellt wurde. Nils wollte den noch übernehmen, den Änderungsantrag. Da muss aber Robert nicht abstimmen. Ihr habt eigentlich noch überhalten. Ja, genau. Also wer ist dafür, dass Nils Änderungsantrag... Was? Frag mal, ob ich noch Zeit zu nehmen. Nur noch. Braucht noch jemand Zeit, sich einzulesen? Weil es ist ja Änderungsantrag. Ich sehe, es gibt keinen Bedarf dafür. Wer ist dafür, dass wir diesen Änderungsantrag mit deiner Änderung annehmen? Es geht darum, dass die Mitgliedschaft... Also ich kann das erläutern. Also in § 5 Absatz 1 ist zu streichen, der niedrigsten Gliederung zu uns zu ersetzen durch den Landesvorstand. Der Satz würde dann heißen, die Beendigung der Mitgliedschaft, dem Landesvorstand anzuzeigen. Also ich werde die Gliederung an dem Landesvorstand anzeigen. Dem Landesvorstand. Wer ist dafür, dass wir diesen Antrag in der geänderten Form annehmen? Da stimme ich jetzt mit Ja. Ich muss nicht zählen. Ich muss nicht zählen. Das wird mehr geht. Ich lasse dir die Zeit, die du brauchst. 1, 2, 3. Und dann geht es hier. Ja, ja. Ich habe mich schon gezählt. Ja, nein. Stimmt es, das wird einfacher zu zählen. Okay, dann. Ich glaube, das ist die wahrscheinlich... Dennoch, gibt es Egenstimmen? Gibt es Enthaltung? Nein, damit ist dieser Änderungsantrag angenommen? Gibt es weitere Änderungsanträge oder Wortmeldungen dazu für den Antrag der Satzung? Ich sehe nein, wir stimmen jetzt darüber ab, ob wir den Antrag in der geänderten Form auch wirklich annehmen, also das als neue Satzung beschließen. Wer ist dafür, dass wir... Achso, das haben wir gerade gut vor. Nein, das ist die Änderungsantrag angenommen. Achso, die Änderung der Änderung angenommen. Genau. Okay. Okay. Jetzt also dafür, dass wir das als neue Satzung haben, diesen Antrag. Kannst du dich einfach an Eben unterteilen? Nein. Geht nicht. Das wäre alles, was wir tun. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltung? Dann wird der Antrag angenommen und wir haben eine neue Satzung. Ja, es gibt einen hohen Antrag zur Wahlordnung von Nils. Ja, ich habe die Wahlordnung jetzt ausgedrückt. Von wem hat man die Wahlordnung gegeben? Die Wahlordnung regelt Versammlungen, also das Wahl, die Wahl und die Abstimmung für alle Versammlungen der Piraten, Mecklenburg-Vorpommern. Die Satzung, die muss geändert werden, weil die alte Satzung festgelegt hat, dass der Landesparteitag abstimmt, wie viele Mitglieder im Vorstand sind. Die neue Satzung legt fest, es sind fünf Mitglieder im Vorstand. Dementsprechend müssten wir § 8 Absatz 2 Satz 1 reichen. Dieser Satz sagt, vor einer Vorstandswahl ist in einer Abstimmung zu beschließen, wie viele Mitglieder der Vorstand haben wird. Dieser Satz ergibt keinen Sinn mehr, weil der Vorstand besteht aus fünf Mitgliedern. Deswegen stelle ich den Antrag, diesen Satz zu streichen. Das ist ein Antrag. Ich stelle einen weiteren Antrag. In der Satzung ist unter § 1 Absatz 2 Satz 4 einfache Mehrheit definiert als die Mehrheit der Anwesendenstimmen. An dieser Stelle würde ich das gerne ändern zu die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Weil die Mehrheit der Anwesendenstimmen, dann kann es so sein, dass man irgendwie keine Mehrheit beisammen hat, bloß weil Leute gerade nicht abstimmen. Oder auf Klot sind oder was auch immer. Ich würde gerne die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, weil ich finde, das ist meine persönliche Meinung, dass das mehr einem Mehrheitsbesitz entgegenkommt. Dass man sagt, ich habe 13 Stimmen dafür, ich habe 13 Stimmen dagegen und das muss ich jetzt nicht mehr rechnen, wie viele Leute waren denn überhaupt da, ist das mehr oder weniger. Das sind zwei Anträge, die können wir getrennt voneinander. Das sind zwei Anträge, die ich habe und ich fände es gut, wenn man überhaupt stimmt. Es gibt ein Problem bei § 8 Absatz 4, weil die neue Satzung verweist auf die Schiedsordnung des Bundes und nach der Schiedsordnung des Bundes werden also drei Piraten in das Schiedsgericht gewählt, die dann untereinander bestimmen, wer Vorsitzender ist und es werden dann zwei Ersatzrichter gewählt und das dann wieder spricht in Absatz 4, weil ich nicht genau weiß, wie man das jetzt auflöst. Können wir den streichen, weil die Satzung legt ja fest, dass die Bundes-Schiedsgericht auch entsprechend gilt. Genau, kann man streichen. Dann wäre das jetzt der dritte Antrag. Peter? Kannst du nochmal fünf Paragraphen wiederholen? Der erste Antrag ist, dass ich sage, § 8 Absatz 2 Satz 1 soll raus. Das ist dieser Satz mit, dass der Landsparteitag festlegt, wie viele Vorstandsmitglieder es gibt. Der zweite Antrag ist, dass ich in § 1 Absatz 2 Punkt 4 bei der einfachen Mehrheit, dass die Mehrheit der anwesenden Stimmen ersetzt haben möchte, durch die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Und der dritte Antrag war, § 8 Absatz 4 zu streichen. Weitere Wortmeldungen dazu? Ja, Peter? Wenn du das änderst von anwesenden Stimmen auf abgegebenen Stimmen, was passiert dann mit Stimmenthaltungen? Stimmenthaltungen? Das sind abgegebenen Stimmen. Die fallen an den Tisch. Die sind abgegebenen Stimmen. Die sind abgegebenen Stimmen, aber bei der Entscheidung, wenn es eine Abstimmung ist, wo es um Jahr und Mai geht, zählen die halt nicht als Fürstimmen. Und es geht darum, dass es die Mehrheit der abgegebenen Stimmen geben muss. Es geht halt nur um dieses Anwesenden. Gut. Weitere Wortmeldungen? Sie haben gegebenenfalls einen Antrag für andere Wort. Ich gucke Ihnen an, wo Sie Gesichter größtend sind. Weil es auch noch zu viel ist. Besteht der Bedarf, sich einzulesen? Also stellt jemand den Antrag, dass man die 5 Minuten Zeit geben muss, sich durchzulesen? Den Antrag würde ich stellen. Geo-Antrag. Okay. Gibt es Gegenrede, dass wir jetzt 5 Minuten Zeit haben, das mal durchzulesen? Ordentlich. 5 Minuten? Was meinst du? Gut. Keine Gegenrede. Wir haben das einfach angenommen und wir machen dann in 5 Minuten weiter. Bis zum anderen. Ich bin bei uns. Ich bin bei uns. Ich bin bei uns. Ich bin bei uns. Er scheint, dass Sie nicht zu tun haben. Damit haben Sie wirklich das. Sie tötern. Ich bin bei uns. Ich bin bei uns. Es ist sicher. Ein Rest. Es muss vielleicht in dem Liebkampf sein. Das ist so wichtig. Wird es sicher? Vielen Dank. 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 ... 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 Wir kommen dann zur Wahl des stellvertretenden Vorschlagsvorsitzenden. Es gibt einen Kandidaten. Wir nehmen die Krippstettel Nummer 2. Die Wahl ohne... Es geht weiter. Ich habe da Pächel. Ich kann ja auch richtig den Bruder loslassen. Schalter, oder so schön? Jeder macht Schlamm. Früher war Spießgebäude oder noch? Das ist richtig. Früher war Spießgebäude oder noch? Spieß ist... Ich? Spieß war so auf dem Bau gearbeitet. Das war nicht Spieß. Weil ihr gesagt habt, es ist ein Bruder loslassen. Das war nicht Spieß. Das war nicht mehr. Das war nicht mehr. Die Spieße sind dafür auch noch mal vorgehalten. Ich war Kompanie-Chef und Staub nachher. Ach so, nee, ich kann nicht so gut wollen. Ich habe ja auch ein kleines Anfänger. Ich habe wohl gelassen, ja. Sie haben sicher, sage ich, dass Sie das nicht haben. Wie? Die Telefone sind leider nicht so auf dem Ziel sicher. Irgendwie anstrengend nicht. Zumindest auf dem Tor. Ich komme selbst im Ackersteig. Für mich gab es zwei Sachen. Dass nicht gesoffen wird. Dass die Leute prüge nicht überfahren. Das war das Einzige, was wir für das halbieren. Diese ganzen Spielereien, was die Spieße dann gerne durchfassen, die eine Stunde vor dem Urlaub übergaben haben. Weil die Zahnbürste verkehrt und mit dem Schrank beackert ist. Dabei hat der Spieße, hat ich Spieße einmal mit mir verhüllt. Ich kann mir nach einer drüber durchgeziehen. Einmal. Der hat den ganzen Wochenende in der Kasarien gesessen. Oder wie es wird es. Wenn der Zug um 15 Uhr früh wettet ist, dann darf er nur da und muss nur ein Zug passen. Dann gab es nichts. Dann muss er schon richtig gewisse gemacht haben. Das muss man dann immer gewusst hat, wenn er nicht gepasst hat. Dann bin ich jetzt auch nicht. Gibt es eine eigene Faust? Die mussten oben von Schlesien bis runter nach Jena. Die meisten. Dann sprechst man aus Jena. Aber wieso schon? Wenn die 15 Uhr nicht gekriegt haben, dann hat er mit dem Wochenende gelaufen. Dann waren die am nächsten Tag gestern Mittag. Nein, nein, nein. Dann kommt uns aber gleich der Einsteigin. Entschuldigung, der Rüge von Schlaf. Ich dachte, das muss ich nicht sagen. Ich dachte, das muss ich nicht sagen. Ich habe kurz, da ist es mal bei der Rüge. Das sieht man nicht. Das sieht man nicht. Kamera, ja. Oh, Jungs. Fürsieht euch. Ich bin alles von Mittagspause ab. Das ist das größte Kremium. Ich entscheide dich. Äh, Fragen Sie. Soll denn. Es ist nur ein paar instan а texted Regena. Komm, komm, irium. Komm, komm, irium. Vielen Dank. Und zur Verkündung des Ergebnisses, Schwarzprogramme 2, Wahlerstattern und Vorstandsvorsitzenden, es gab einen Kandidaten, ich glaube, es war Nieders Lohmann, abbegebende Stimmen 29, gewählt mit 29 Stimmen, ein herzlichen Glückwunsch, nehmen Sie die Wahl an, Herr Verkündung. Ich habe natürlich auch viel Erfolg in seiner Arbeit und übergeben wir an den Verkündungssetter. Viel Spaß, Niedersaummann. Das war vorhin gerade dieses Gespräch, dass wir überlegen, dass wir eine Bestellmöglichkeit schaffen, dass wir eine gemeinsame Pizza-Bestellung oder ähnliches aufgeben. Es gibt allerdings auch in der Umgebung Möglichkeiten, bei Mosaiken oder Subways sein. Hast du was gewesen, Frau? Es gibt hier noch in der Nähe, sozusagen, bis weiter als Subway noch McDonalds und Burger King. Die beiden sind weiter weg als Subway. Also unter dem Neubaugebiet, da gibt es irgendwie auch Bestellmöglichkeit. Das wäre jetzt bei Subways, das ist ineinander alles. Da ist ein großer Netto-Markt, da gibt es nur ein Fleischer aus dem Bäcker, das heißt, da nehmen Subways. Also das ist eigentlich, da unten, in der Richtung, in der Richtung ist auch der Burger King und hier schräg rüber mit Auto, das ist ein großes Einkaufszentrum. Nö, vielleicht drei Minuten mit dem Auto, also. Ja, oder eben Pizza-Bestellung online. Ja, die Frage ist jetzt, macht man eine Stunde Mittagspause oder stellt man mir? Also, wenn man sich sehr schnell über... Ja, äh, keine Frage, gibt es irgendjemanden, der irgendwo hinten hat, was wir mitzustellen? Gibt es jemanden, der relevant ist? Anmerkung, wenn wir bestellen, heißt das, wir bleiben ja hier in der Luft sitzen, also machen wir jetzt weiter, das wäre richtig. Aber dann sind wir ja auch wieder in der Luft und essen, also wäre ich gut, mal eine Stunde rausgekommen. Meinetwegen anderthalb Stunden, dann schaffen wir so einen Platz zu fahren, dann kann sich jeder was suchen. Und dann sind wir wieder hier. Eine halbe Stunde. Eine Stunde, okay. War ein bisschen frische Luft, vielleicht gar nicht. Ja, Stunde, okay. Halb drei. Alter schon, von halb zwei bis halb drei, jetzt war es in die Form. Super, genau. Also, ich stelle der Antrag, dass wir eine bestimmte Pause machen, dass wir die Chance haben, wegzufahren, und es ist irgendwie etwas wie so. Dann ziehen wir die Rede. Ja, das ist natürlich für, dass wir so durch die Gernsäge gehen, kann man einfach abgeben, oder? Genau, immerhin ist das einfach vorher sein, dass wir das Wacker machen wollen, bestellen, und dann sehen wir es hier. Nein, 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 nein. Ich ist doch auch minder-ein. Ich wollte es nur erwähnen, dass man sich über den Kampuch eben zu schlisher hat. Das ist das nicht ein Grundrecht, oder? Also, es geht einfach an die Stelle. Dann kann es Schäden wieder stellen. Dann machen wir dann noch mal ein paar. Ja, vier Jahre gehen wäre. Wir sind dagegen, weil es lange Zeit gibt. Ich würde es ehrlich gesagt so machen, dass wir jetzt in den Kohlfrau machen, um sie bestellen. Oder so sind die nachgegangen drauf. Denn es dauert ein bisschen kommen. Und wenn es kommen, machen wir auch den Punkt, die wir gerade in diesem Moment machen, zu Ende. Und dann machen wir eine halbe Stunde, 30 Stunden, pausen Essen. Okay, dann können wir jetzt über sein. Die Meldung. Ganz ehrlich, wenn die Leute essen wollen, dann sind wir noch eine Zeit, oder? Ja, das dauert noch genauso lange. Machen wir eine halbe Stunde, pausen Essen. Eine halbe Stunde, pausen Essen. Oh, das reicht doch. Halbe Stunde, reichen. Ich stelle Ihnen die Ordnung auf eine Dreiviertelstunde, pausen jetzt. Wir haben jetzt also drei Stunden. Ach so, der Worte muss erst mal ein Stück ganzes abgeben werden. Eine Stunde, pausen, eine Stunde. Okay, aber wenn man eine Dreiviertelstunde macht, dann muss man gesagt, das ablehnen. Wer ist dafür, dass wir eine Stunde pausen machen, ja oder nein? Du hast ja oder nein gesagt. Ja oder nein. Wer ist dagegen? Wir sind vier. Wir sind vier. Ach, da ist auch noch er. Das war alles gut, ne? Einer? Ist gut. Ist egal. Ist mir eine Heilung? Ich glaube, es ist nicht mehr Gegenteil. Ach so, zehn. Zehn Gegenteil. Und drei. Ja, dann machen wir jetzt eine Stunde. Wunderbar. 13, 10, 4. Ach so, geht ja nicht mehr. Gut, dann sehen wir mal. Was ist mir neu zu sein? Ich kann ja noch mal. 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 Ich kann schon mal nach vorne kommen. Gibt es noch was, wenn wir spontan kandidatoren zu diesen Posten? Ich sehe, dem ist nicht so. Warte mal. Ist das im Stream, Leute? Ist das alles im Stream okay? Noch nicht. Jetzt. Ich kann ja noch mal nach vorne kommen. Ja, schönen guten Tag von mir. Ihr werdet mich wahrscheinlich kennen. Mein Name ist, wie man auch sieht, Christian Maratsch. Ich bin Stücklein der BWL. In den Rostock heißt es Wirtschaftswissenschaften. Ich arbeite im Grunde BWL. Ja, ich bin seit 2009 Mitglied der Piratenpartei. Um das gleich zu sehen, vorher keine Blütschreinigung tätig gewesen. Wie ging es da wie Nils? Politisch war ich immer interessiert, aber die Parteien, die es dann gab, haben mich nicht wirklich angesprochen. Und dann kam der nächste Piratenpartei. Anfangs auch skeptisch war, aber dann schnell gemerkt habe, das ist doch das, was ich möchte. Das ist ja auch mein Ziel vertreten. Ja, bin ich dann halt eingetreten. War dann erstmal nicht so aktiv. Auch aus zeitlichen Gründen war ich noch bei der Bundeswehr. Und der macht sich schlecht und wird aber auch noch der Parteiarbeit zu befreien. Na ja, zum Zuge des Landtagswahlkampfes bin ich dann aktiver geworden. AG Presse habe ich gemacht. Ja, und jetzt will ich hier Schatzmeister werden. Ja, ich weiß nicht, wer meine Kandidatur, da ihr meinen Kandidaturtext gelesen habt. Ich habe, wie gesagt, noch wenig Erfahrung auf diesem Gebiet. Ich habe Buchhaltung gelernt. Ich habe Kostenleisten, Trechnung und Ähnliches alles schon gemacht. So sind halt die Grundlagen meines Studiums. Sprich, die Kenntnisse sind da, sie müssen Gründerpaktes angewendet werden. Ja. Ich werde immer Schatzmeister, kann man jetzt nicht viel darüber sagen. Gucken, dass die Kasse stimmt. Oder den Finanzplan, der ja in der Frage angesprochen wurde. Das ist ein bisschen vorantreibend. Auch mal bestimmte Sachen ablehnen. Das gehört auch dazu. Ja. Ich habe eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Ja, das war es eigentlich schon. Gut, dann beginnen wir jetzt die Befragung. Es gibt Wortmeldungen, die Sie auch noch. Ja, Frank Wohan. Okay, ich habe mich gleich aufgehören lassen. Ja. Meine Frage ist, warum du nicht den Kassenprüfer oder Rechensprüfer mitgemacht hast, weil das wäre ja quasi die ideale Engarbeit in der Zeitraum. Aus Zeitdämmung. Aus Zeitdämmung. Ja, ich bin eigentlich ein Mensch, der schnell lernt, der gerne lernt. Und ja, das werde ich uns zu viel sagen. Also BGE. Also ich als Student der Ölstaatswissenschaften habe da ein bisschen ein geteiltes Bild dazu. Also dieses Recht auf eine gesellschaftliche Teilhabe, was bei uns im Grundsatzprogramm steht. Gefühlworte ich ausdrücklich. Aber es ist auch so, dass das BGE bisher nicht wirklich durchgerechnet ist. Es gibt keine Zahlen, keine Fakten, auch wenn Sie sich heute schon jahrelang beschäftigen. Und bisher habe ich die, also meiner Meinung nach, keine fundierten Fakten. Ich halte das BGE an sich, so wie ich es jetzt gedacht habe, nicht ganz so durchsetzbar. Bin da aber auch kein Experte. Ich denke mal, wenn es dann in die konkreteren Phasen kommt des BGEs, könnte man da manchmal nachdenken. Aber zur Zeit würde ich es persönlich ablehnen, den Grundsatzpunkt der gesellschaftlichen Teilhabe über ein BGE zu lösen. Gibt es noch weitere Fragen? Ich stelle nochmal die Klassikerfrage. Hat Teilzügelhörigkeit für? Hab ich schon gesagt, nee. Nicht EPD, auch nicht Phalassie-Pioniere. Nee, nicht. Gut, es sind keine Fragen mehr. Noch weitere Kandidatoren? Wenn nicht, dann übergebe ich an den Wahlleiter. Danke dir auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, nein. Oder Unglück? Ja, BGE sehe ich persönlich halt auch ähnlich wie Christian. Ich halte halt, also ich finde erstmal das Grundrecht auf soziale Teilhabe absolut gerechtfertigt. Daran müssen wir auch dranbleiben als Piraten. Ich persönlich weiß nicht, wie sehr das BEE dazu passt. Ich gebe zu, ich habe dazu selbst persönlich nicht viele Informationen. Ich habe halt auch nur hin und wieder mal einen Artikel übergelesen. Aber ich selbst halte das für ein sehr theoretisches Modell. Und die praktische Umsetzung bereitet mir bis heute ein bisschen Bauchschmerzen dabei. Achso, und dann fällt mir gleich noch ein. Ist die Frage beantwortet? Ja, gut. Wie stehe ich zu Kreisverbänden und so? Muss ich ehrlich sagen, dass ich halt so bei Kreisverbänden, ich will kein Kreisverband Rostock. Das kann ich euch so sagen. Das möchte ich persönlich nicht als Rostocker Pirat. Einfach weil ich denke, dass wir mit unseren flachen Hierarchien, die wir bisher haben, eigentlich ganz gut fahren. Wir müssen nur die Kommunikation verbessern. Aber ich sehe halt, weil man so eine Kreistagsebene aufzieht, sehe ich daran halt so eine Zwischenhierarchie, die man irgendwo aufbaut. Die ich persönlich nicht gut finde. Aber wenn die Basis natürlich, wenn der jetzt sagt, Schweriden möchte gerne einen eigenen Kreisverband oder einen Regionalverband. Und der Piratat ist natürlich meine Unterstützung. Aber das muss halt aus der Basis kommen. Und es muss halt im Vorfeld klar sein, dass dabei auch Leute wieder entwunden werden. So, jetzt habe ich meine eigene Frage und noch mal auf die Tür. Noch mal zusammenfassen. Du hast jetzt gesagt, dass die Kommunikation unter den Stammtischen besser fördert. Richtig. Ja. Und sonst? Also natürlich die Verwaltungsaufgaben. Die eh in der Aufgabe des Generalsekretärs liegen, sind natürlich auch die oberste Pflicht. Ich denke, gerade die Kommunikation muss man, oder sollte man, muss man mit dem Rest des Vorstandes sprechen. Und vor allen Dingen mit dem Rest des Vorstandes auch durchführen. Ist die Frage beantwortet? War das noch eine Frage? Gut. Eine Frage von Reinhard. Ja. Du machst ja ziemlich viel, weil ich so mitgekriegt habe. Wie sieht denn der Zeit von dafür aus? Studieren tust du auch noch, oder? Ja, ja. Ja, also ich habe jetzt momentan zum Beispiel das letzte halbe Jahr auch ziemlich viel Zeit mit Arbeit in der Piratenpartei schon verbracht, im Wahlkampf. Ich habe da halt auch meine Abende und Tage und Wochenenden und semesterfreie Zeit gerne nicht verschwendet, sondern verbracht oder verarbeitet. Ja, ich denke, es wird halt einfach mal dadurch, dass ich halt noch ein paar andere Posten habe, wird es zugegebenermaßen einfach dazu kommen, dass ich mal einen Tag keine Piratarbeit machen kann. Das kann passieren. Aber ich hoffe einfach, dass ich das, oder ich sehe es einfach momentan nicht als entgegeben, dass es so hundertprozentig viel Arbeit wird, wenn man einen funktionierenden Vorstand hat, als dass es nicht rasch verschaffbar wäre. Ist die Frage beantwortet? Nö. Frage entweder das aber, oder ist das Berlin? Nee. Berliner immer, wenn ich... Wenn nervös ist. Wenn ich nervös bin. Jetzt? Ja, dazu ist die Sache, dass bei der Wahl unter anderem mich ja auch als Direktkandidat aufstellen lassen. Und dann meint es auch aus Zeitgründen, dass da nichts zu Ende bringen kommt. Inwieweit kann ich das jetzt, dein Engagement, was du hier ansagst, sagen, dass das wirklich in den Jahren sagt, dass das wirklich die Zeit, ja, dass man die Zeit da raus vorgewandt hat. Weil gerade, also in Rostock ist es halt sehr oft so, dass es in den Semesterferien schwierig ist, um die Leute zu arbeiten, die im Semesterer schwierig ist, die Leute zu haben. Weil halt entweder heißt es, die Beschreibung ist da, oder es ist, ich habe jetzt Prüfungen. Und vielleicht, dass einer halt eine Sache war, die jetzt dich betroffen hat, wäre das halt eine Sache, die wir für Leute sind. Ja, richtig. Also bei der Direktkandidatur in Rostock, muss ich sagen, war wirklich das Problem, dass ich da ziemlich, also mich persönlich ziemlich alleine gefühlt habe. Ich wusste, ich hätte euch anstrechen können, das war auch ein Fehler meinerseits, dass ich da nicht aktiv genug auf den Vorstand zugegangen bin, beziehungsweise auch Leute aus dem Stamm des Strauss dazugegangen bin, die mich unterstützt hätten. Und ja, ich denke einfach, das ist möglich, weil wir als Vorstand ja auch als Team agieren müssen. Und ich denke, in dem Team potenziert sich dieser Mitmachfaktor nochmal mein Vielfaches. Frau, was sind gestern? Siehst du in der Position oder in der Funktion des Generalsekretärs eigentlich eher eine verweilende Aufgabe oder eine politische? Wesentlich eher eine verweilende Aufgabe. Ich denke generell, ich empfinde eher generell bei unseren Piraten, sollte der Vorstand auch tatsächlich Verwaltungsarbeit tun, weil die politische Arbeit muss aus der Basis kommen. Der Vorstand muss nur diese politische Arbeit zum Beispiel in Form des politischen Geschäftsführers lenken und in gewisser Weise halt kanalisieren, dass sie effektiv zur Anwendung auch kommt, aber hauptsächlich sehe ich den Vorstand und auch den Generalsekretär vor allen Dingen in einer Verwaltungsbank. Ist das selten die Meldung? Nö. Ich kenne Christian noch aus Schulzeiten, den da, genau, bin ich gratuliert. Achso, ja, ich kenne ihn noch aus Schulzeiten, habe da sehr engen Kontakt zu ihm. Und ich denke, die Arbeit dürfte sehr fließend vorangehen. Ich möchte halt auch unbedingt dabei helfen, dass halt von Isa zu Christian das Take-Over flüssig vonstatten. Ich meine jetzt nicht speziell Christian, ich meine speziell wie du dir die Arbeit zwischen den Staatsmeistern und Jenseck vorstellst. Ja, es sind natürlich beides ganz große Verwaltungsposten und ich denke, da ist die halt einfach wesentlich. Also ich würde, was würden Sie jetzt genau hören? Was steckst du, äh, was denkst du steckt dahinter? Na, gerade die Mitgliederverwaltung und die Aktualisierung von Beiträgen. Das gehört ja definitiv dazu. Also, äh, du sagtest vorher, dass du aufgrund deiner anderen Sachen, Fachschaft, Zeit, etc., teilweise deine Arbeit mal eventuell biegen lassen müsstest. Es ist mir schon klar, dass die, auch die Aufgabe des Genseck und vor allem, da wir jetzt ziemlich gut wieder zu wachsen haben, dass es nicht eine Sache ist, die, äh, mal eben für jemanden zu machen ist. Das ist für mich. Das ist ja für mich kein Problem, darum, dass ich jetzt irgendwie, sag ich mal, zwei Tage keine E-Mails, es geht mir ja darum, dass ich dann vielleicht mal unter Umständen einfach mal einen Abend mit den Fachschaftsrat beispielsweise arbeite. Und wenn halt diesen Abend nicht verfügbar bin, beziehungsweise den Tag, weil wir vielleicht am Tag noch irgendwas aufbauen müssen oder so. Am Prinzip her bin ich immer verfügbar in dem Sinne, dass man mir die E-Mail schreiben kann und dann halt von einem Tag werde ich schon darauf antworten. Ich denke auch, dass der Vorstand jetzt nicht, was natürlich Mitglieder anbetrifft, also Mitgliederverwaltung anbetrifft, aber in vielen Sachen kann der Vorstand halt auch, da kann der Vorstand auch auslösen, also auch andere Mitglieder zurückgreifen. Ich meine, wir haben gerade in Rostock wirklich ein großes Potenzial an Leuten, die gerne helfen, die gerne unterstützen. Das müsste der Vorstand halt auch ausnutzen. Wie stellst du dir das Outsourcen in Bezug auf deine Arbeit davon? Das ist zum Beispiel die Kommunikation mit den anderen Stammtischen. Das Outsourcen-Stammtisch überblicke ich halt selbst, denke ich. Ja, aber du kannst nicht die Wiederverwaltung einfach so... Nee, nee, natürlich nicht, das habe ich ja betont. Das habe ich ja betont, das sagt natürlich nicht, das ist ja alles gar nicht. Danke. Gibt es weitere Fragen an den Kandidaten? Ich sehe, das ist nicht so. Dann können wir dazu kommen, den anderen Kandidaten, Marco Sündig, vorzustellen. Ja, und ich habe meine Bewerbung schriftlich mal vorab eingereicht. Haben sicher einige gelesen. Zusammenfassend nochmal, mein Name ist Marco Sündig, ich studiere an der Uni Rostock Informatik, jetzt im Mastersemester. und bewerte mich hier um den Kosten des Generalsekretärs, weil ich weiß und ich denke und auch schon gezeigt habe, in den vergangenen 200 Jahren, dass ich bei den Piraten aktiv bin, dass eine Verhaltungsarbeit liegt, dass ich Optimierungspotenzial erkennen kann und in der vergangenen Zeit, was die Forschungsarbeit angeht, Ideen immer schon eingebracht habe, wo man Dinge optimieren kann, wo man Dinge verbessern kann. Und ich das jetzt mit dem Amt in der Mitgliederverwaltung ist nach unserer Definition oder nach meinem eigenen Verständnis auch der Arbeitergeneralsekretärs die Hauptaufgabe. Da einerseits die Schatzmeister zu unterstützen, andererseits auch die Mitglieder zu betreuen, wenn neue Mitglieder hinzukommen, eine bessere Einführung zu geben. Momentan ist es so, ich bin angestiegen, da habe ich noch ein handschriftliches Formular gegeben. Jetzt ist es so, dass Formulare per E-Mail kommen. Momentan scheint die Kommunikation da zu schleifen, dass Mitglieder einfach nur eine Willkommensmail kriegen, im besten Fall, im schlechten Fall gar keine Lektion kriegen, ob das Geld eingegangen ist oder nicht. Da ist mein Ziel halt, eine verbesserte Kommunikation aufzubauen, eine Einführung der Bitte hier zu geben und am Ball zu bleiben. Dass regelmäßig alle Mitglieder informiert werden über was im Landshauen passiert, außer dass sie halt eine Einladung zum Landsparteiter kriegen, dass sie regelmäßig wissen, was passiert, wo sie sich einbringen können. Auch da im Zusammenhang mit der AG Öffentlichkeit ist zielführend, halt regelmäßig einen Bericht auszubringen, regelmäßig das Video sozusagen in Newsletter, so was in der Art wie ein Newsletter geben, dass ich das dann an die Mitglieder verschicken kann, weil die AG Öffentlichkeit nicht an die Mitgliedsdaten kommt, datenschutztechnische Gründe. Das ist also ein Ziel. Das zweite Ziel, was die Mitgliederförderung angeht, da Optimierung, würde man technisch sagen, mit Verbesserungen vornehmen. Also erstmal ein Workflow schaffen, dass man weiß, wenn ein neues Mitglied eintritt, wie wird man mit den Verfahren, wie können wir das möglichst automatisieren, dass ich nicht für jeden Mitglied mit persönlichen Mail schreiben muss, sondern dass das möglichst betreut und möglichst gut mit Inhalt aufgearbeitet automatisch an die Mitglieder rausgeht. Dass wir so da den Arbeitsaufwand von mir und wenn ich mal nicht mehr da sein sollte, von zukünftigerweise getendet mit minimieren, dass da sozusagen Tools und Arbeitsläufe geschaffen werden, dass man da nicht mehr nachdenken muss, wie funktioniert das, sondern es möglichst auch ein technisches oder vielleicht auch auf ein Tool-Niveau bringt, das man bedienen kann und dass da die Arbeit vermindert wird. Kommunikation innerhalb des Landesverbandes Peter-Sachsport halte ich auch für sehr wichtig, sehe ich das aber als Teamaufgabe des gesamten Vorstandes und nicht nur als einzelne Aufgabe, bei mir als Generalsekretär, denn Verwaltungsarbeit ist da im Vordergrund und Kommunikation halt in der gesamten Aufgabe des Vorstandes. Ein wichtiger Punkt noch, und das habe ich auch bei meinem Vorgänger teilweise vermisst, die Medienlisten lesen, die Bundesverwaltungs-Medienlisten, da werden viele juristische Fragen geklärt, viele verwaltungstechnische Fragen, die muss aktiv gelesen werden, da muss ich eingebracht werden. Auch das Reisen zu den Verwaltungstreffen ist ganz wichtig und da habe ich jetzt schon als Basispirat, wenn man so sagen kann, war ich sehr aktiv. Ich war auf der Marina Kassel, wo sich Verwaltungspiraten getroffen haben und Sachen besprochen haben. Ich habe vor Ort zu den Bundesparteitagen gefahren und zu den Schatzmeister- und Genseck-Treffen, um da konkret Feedback zu kriegen, sich einzuprägen, neue Infos wieder herzuholen, weil es liegt halt nicht alles in der Kommunikation digital, sondern das Treffen vor Ort und auch das Gespräch mit den einzelnen Gensecks hilft sich ja nochmal besser, ein Verständnis zu kriegen, wo die Problemen liegen und wo wir was verbessern können. Kommunikation ist noch der letzte Punkt, den ich nochmal aufgreifen möchte, was vor Ort Kommunikation angeht. Da ist auch mein Wunsch, so eine Klausurtagung einzuführen. Wir unterstützen uns im Gesamtvorstand, Klausurkampf für Arbeitsgemeinschaft und sich gründen im Land zu organisieren, dass man nicht nur auf der Medien ist der Arbeit, nicht nur im Siki, sondern dass man sich auch vor Ort trifft, dass dafür Geld bereitgestellt wird, um so eine Grundsachen wie im Raum, was zu essen, was warm ist, dass man das hinkriegt, das halte ich als sehr wichtig. Und ja, da möchte ich sozusagen den Bedarf suchen. Und wenn da ein Feedback kommt, dann auch dafür kombinatorisch meine Arbeit leisten. Treffen der Arbeitsgruppen ist ein Wunsch, in dem Zusammenhang auch noch die neue Landsgeschäftsstelle. Wenn die jetzt in Rostock, wenn das mit dem neuen Vortrag klappen sollte und der nicht Vertrag mehr schreibt, dann wäre dort auch Raum, wo man sich zentral treffen könnte in Rostock, wo man keine Lust haben muss, wo man eine Arbeitsbasis hat, wo man Technik hat, wo man sich treffen könnte, und wo man auch gut erreichbar ist aus dem ganzen Land, dass wir eine Möglichkeit, wo ich Fragen schaffen möchte, dass die Landsgeschäftsstelle nicht nur im Materiallager ist, nicht nur im Raum, der 24 Stunden leer steht und einmal in der Woche vielleicht genutzt wird, sondern dass man sich darauf treffen kann und zusammen arbeitet. Und ich möchte versuchen als Generalsekretär auch präsent zu sein und die Landsgeschäftsstelle, wenn sie dann kommt, zu beleben, indem ich meine Arbeit, wenn es dann Arbeit gibt, die mit einem Kurs in der Landsgeschäftsstelle ausfüllen. Dass wenn man weiß, einmal in der Woche ist da jemand, dann kommen vielleicht auch Leute hin und sprechen mit einem, tragen ihnen Ideen vor oder ihre Wünsche, dass man sozusagen außen präventer wird. Da hat die Isa in ihrer Zeit schon die Idee, dass sie so eine Art Sprechstunde einrichten will. Die Sprechstunde will ich zu Hause, sehe ich ja die eine Sache, Sprechstunde online die andere. Ich möchte halt die Sprechstunde real nehmen, in der Landsgeschäftsstelle vielleicht versuchen einzurichten und das einmal in der Woche zu realisieren. Deswegen, daher nach neuer Satzung noch eine Altersatzung. Der Sitz, wir haben mit Herrn Rostock, ist in der Landsgeschäftsstelle gekommen, wäre ich sozusagen auch bereit will und hätte Lust dran, die Landsgeschäftsstelle damit jeden zu erfolgen, einmal in der Woche. Das als Grund, wo wir uns in meiner Zito und meine Idee gehen. Ja, wenn jetzt Fragen sind, dann bin ich bereit, jetzt mal ein Grund. Achso, abschließend noch eine Sache. Ich war noch in keiner Partei tätig. Ich bin zu den Piraten gekommen und bin da so urlängst zu sagen. Wie ist das für die erste Frage? Erstmal kurz zwei Richtigstellungen. Die Sprechstunde, die ich als CD hatte, die sollte online stattfinden und nicht bei mir zu Hause. Genau, das sagte ich auch. Bei dir zu Hause ist es schlecht, deswegen sind es besonders angeboten. Das habe ich mal gestanden. Das mit dem Benachrichtigungsmenster will ich richtigstellen. Ich habe sie ohne E-Mail rausgeschickt, wenn Leute als quasi Waldpiraten gekommen sind und wenn sie ihren Mitgliedsbeitrag bezahlt haben, habe ich auch entsprechend was rausgeschickt, bis diese Regelung kam, dass die potenziellen Neu-Mitglieder erst mit Vorstandsbetracht aufgenommen werden. Bis dahin habe ich den Leuten immer eine Bestätigungsmail nach Hause geschickt. Jetzt die Frage, wie wir bezüglich der E-Mail. Kurze Sache, ja, das war auch kein persönlich angewandt ich, sondern ich habe es von Leuten, die eingetreten sind, mitbekommen. Ich mache kein Feedback, ich weiß nicht, was los ist. Da habe ich mein Herzschwimmer überweisen. Es ist vielleicht mein Mord ergangen, mein Matthias ist vielleicht übernommen und dann geht es nicht weiter. Da weiß ich ja nicht, dass hinterher nur die Sachen, die haben nicht herangetragen wurden, dass teilweise kein Feedback kam. Und das würde ich sozusagen mit dem versuchten Teilautomatismus versuchen zu beheben, dass da keiner mehr untergeht, kein Pirat mehr nicht weiß, was zu machen ist. BGE, ich finde die Idee von den Piraten mit diesem Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe toll. Da legt man sich noch nicht fest auf BGE und ich finde, das soll sie weiter verfolgen und da gemeinschaftlich an der guten Lösung arbeiten. Deswegen BGE ist für mich zu konkret. Ich möchte in den Piraten da gucken, ob das BGE eine Idee ist oder das Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe weiter ausbauen lässt. Das heißt, dass es dann halt nicht BGE heißt, sondern BGE ist eine Option. Finde ich okay. BEST finde ich auch toll und dort auch gut. Reset. Reset, ja, dann heißt es Reset. Genau. Gibt es weitere Fragen? Wie bist du sonst zeitlich eingebunden? Also wie viel Zeit würde dir für das... Genau, ich schrieb ja in der Erklärung, dass ich auch noch im Studierendenrat, der in die Rostock sitzt, jetzt in der zweiten Wahlperiode. Da ist halt alle zwei Wochen mal eine Sitzung und ich bin in einem Ausschuss, aber Zeitmanagement habe ich in meinen 27 Jahren eigentlich gut gelernt und denke, dass ich da viel Zeit frei kriege, Zeit notwendig ist und auch so nebenbei Zeit habe. Das ist kein Problem. Also ich bin Barca verprüft, zwei Barkämpfe und jetzt die letzten Hauptorganisatorische Materialbestellungen, Koordination. Kriegen wir hin. Du hast gesagt, du sprichst gerade im Masterstudium. Ja. Wann ist das Voraussetzungen? 2012, 2013? Also man weiß ich nicht genau. Okay, wir sind frohlich. Das ist genau. Ja, das ist auf die Wahlperiode. Also meine Bachelorarbeit, ich bin jetzt auf die Wahl und sie wurde erfolgreich über die Bühne gebracht, die Wahl auch. Okay. Was noch? An dich auch nicht fragt, ob du dir die Arbeit zwischen Schatzmeister und Gänse-Koord bist? Was die Mitgliederverwaltung angeht, als Teamarbeit. Also da der Schatzmeister und der Gänse-Koord-Datenbank haben, muss ich bestimmt nicht nachfragen, wann Mitglied bezahlt wird oder nicht. Aber dass die Kommunikation, dass man die Arbeitsteilung angeht, wenn es die Mitglieder anzuschreiben geht, zum Beispiel diese Mail, ja, ist Mitgliedsbeitrag, dann kann das sicher der Generalsekretär übernehmen, weil das ja eine generelle Mail an alle Mitglieder ist. Das einzelne Anschreiben nachher von Mahnung oder Zahnungserinnerung, kann man sich dann wieder teilen. Also dass man da sozusagen gemeinsam als Team arbeitet, was die finanzielle Betreuung der Mitglieder angeht. Und ansonsten, ich bin ein Team. Wenn ich zufrieden habe, in welchen Schatzmeisterfragen habt ihr noch eine Aufgabe hat, die Argentin-Bildung hier. Einfach so eine Sache eigentlich wie ein Haushaltsplan. Das ist ein guter Stichpunkt noch. Ich bin halt im Stura und wir haben da einen sehr ausgefeilten Haushaltsplan mit über 20 Punkten, mit Unterpunkten noch. Ich möchte gerne, dass das möglichst flach gehalten wird, so ein Haushaltsplan. Es gab jetzt noch wenig Fixposten. Es gab eigentlich keine Fixposten, außer die Webseite und die Domains dafür. Jetzt, wenn die Landesgeschäftsstelle kommt, wird das ein Punkt sein, der Rückstellungen braucht. Ansonsten möchte ich auch möglichst viel freies Geld haben, weil das ermöglicht, Projekte zu fördern, ohne zu sagen, wir haben 1.000 Euro hierfür. Und wenn die 1.000 Euro aufgebraucht sind, dann brauchen wir jetzt wieder einen Forschungsbeschluss, dann müssen wir jetzt das machen. Die Grundbedarf sozusagen festschreiben, das als Plan aufnehmen und dann fördern, was zu fördern ist. Bis jetzt gab es wenig Anträge von Piraten, die irgendwas machen wollten. Also aus Rostau sind die zusammengekommen, aus den Hochschulkiraten. Aber so direkt, es wurde halt noch nie angefragt und es war noch nie irgendwie zu wenig Geld da. Das war nicht das Problem. Deswegen Haushaltsplanung, um auf jeden Punkt zu kommen, dass was nötig ist, ja, aber Verwaltung übrigens gering halten, weil wir wollen nicht dann in der Lücke, ne? Dann ist von mir noch eine Frage. Und zwar auch an Dächtigfragen, wie an Erwin auch, wie du die Kommunikation mit der Basis hier vorstellst und fördern möchtest. Bis jetzt war ich auf dem Stammtisch und das soll aber weiter so bleiben, auch wenn ich vorstelle, bin ich sozusagen bei der Basis. Und ich bin auf Basis, wenn ich meine Forschungsaufgaben wahrnehme, dann bin ich Basis. Von daher sehe ich diesbezüglich schon mal kein Verwechslungsproblem, dass ich mich jetzt irgendwie nicht als wahr sehe. Und meine Arbeit, Transparenz, Transparenz, Transparenz. Also wir haben nicht vor, zu klungeln. Ich bin kein Freund vom Klüngeln, aber dass man miteinander spricht, das sollten wir jetzt nicht irgendwie unterlassen, nur eurem Vorstand sitzen. Einfach die Ideen offenlegen und die Basis-Sachen abstimmen lassen. Das gibt mir nicht. Eine Frage, ich habe noch mal eine Verständnisfrage, nur für mich. Es soll ja gleich noch ein politischer Sekretär, oder ein Geschäftsführer. Ein Geschäftsführer. Und das ist jetzt der Generalsekretär. Gibt es da eine Hierarchie? Ist das eine... Wie läuft das ab? Na, die Aufgabe des Generalsekretärs ist eher verweilend. Und die Aufgabe des politischen Geschäftsführers ist eher da in den Zielen orientiert, dass er die Basis animieren soll und die Basis, die sie unterstützen soll, sich mit Inhalten auseinanderzusetzen. Bist du weist, das sucht Ihnen gegenüber, wenn er das Amt bekommen würde? Nö, nach der Satzung nicht. Und wieso soll ich jetzt das was ein? Nein. Ich hatte das eben bei Ihnen vergessen, die Frage, aber das kam jetzt eben auch bei mir. Und ich bin jetzt entschuldigt, dass ich bei dir das nicht gefragt habe. Also meine Aufgabe ist, wenn der politische Geschäftsführer gerne alle Piraten anschreiben möchte, für eine Inhaltsdiskussion, dann bin ich derjenige, der die Mail ins Formulare tippt und sagt alle Adressen und dann geht es raus. Okay, das ist meine Aufgabe. Gibt es dann weitere Fragen an den Kandidaten? Dem ist anscheinend nicht so. Dann schließe ich die Fragerunde und geht dann über an den Wahlleiter. Vielen Dank. 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 Stimmenthaltung 2. Auf Peter empfehlen 2 Stimmen. Auf Markus empfehlen 24 Stimmen. Damit ist Markus gewählt und er sitzt da hier. Herzlichen Glückwunsch. mit einem Hinweis am Rande. ich hatte gesagt, ihr habt in dem Wahlzettel 5 für den einen und ich war es nicht weiter da ja schon da war gar nicht richtig da war gar nicht richtig dann kommen wir zur nächsten Wahl zu der Wahl des politischen Geschäftsführers zur Zeit haben wir einen Kandidaten Johannes Löbelmann ich bitte ihn mal nach vorne gibt es noch weitere spontane Kandidaturen auf diesen Posten? die sind wohl nicht so zu lassen also hallo mein Name ist Johannes Löbelmann die meisten von euch haben mich sicherlich schon mal auf die eine oder andere Art und Weise gesehen ich bin seit Sommer 2009 mit der Piratenpartei bin da mit diesem Zensurs und Erschwung und so eingetreten also quasi auch wie jetzt dadurch politisiert worden auf eine gewisse Art und Weise war auch schon viel im Land unterwegs war in Schwerin am Stammtisch war in Kreiswold am Stammtisch war auch schon mal an der Brandenburg am Stammtisch das war ich hoffe zumindest, dass ihr jetzt mal mein Gesicht oder mein Name vielleicht auch noch erwähnt ist die ich mir dann auch sehr aktiv gelesen habe ja, was möchte ich machen ich möchte politischer Geschäftsführer werden und da geht es mal mit dem ersten Punkt los zur Zeit haben wir im Landesverband keine politische Arbeit null gar nichts also es ist zumindest nichts erkennbar das Wahlprogramm, das geschrieben wurde wurde im Prinzip von Nils alleine geschrieben er hat es ins Liquid Feedback gestellt das Liquid Feedback System deswegen, so es denn bei den Leuten überhaupt bekannt ist sie hat quasi nicht genutzt die Abstimmung dort erreicht nur zwei bis drei Jahrstimmen was natürlich für uns furchtbar ist wir haben auch keinerlei zielführende Diskussion auf Medienlisten wir haben keinerlei Inhaltstreffen oder ähnliches wir haben keine funktionierenden AGs im Land wir haben ja eigentlich gar nichts das muss besser werden deswegen ist dieser Posten des politischen Geschäftsführers angedacht und ich möchte das auf verschiedene Arten und Weisen sozusagen mich da einbringen und zwar erstens möchte ich die Kommunikationsstruktur sozusagen verbessern das hängt damit an dass wir nicht irgendwie wenn mal jemand eine Idee hat einfach wild irgendwie auf die Mailingliste schreiben sondern natürlich kann man Diskussionen auf Mailinglisten führen wir führen Diskussionen auf Twitter manche Leute manche Leute führen Diskussionen auch auf Facebook lustigerweise war es teilweise so dass wir zu Themen auf Facebook mehr Kommentare hatten als auf der Mailingliste von Leuten von außen aber ja das sieht halt nicht jeder man weiß nicht genau wo muss ich mit wem reden gibt es vielleicht auch noch eine Wiki-Seite gibt es dazu eine Diskussionsseite zu der Wiki-Seite gibt es vielleicht irgendwas da möchte ich gerne mithelfen zusammen mit den Mitgliedern das ist immer ganz wichtig weil politische Arbeit ist nicht Aufgabe das Vorstand ist das haben auch schon genug Leute gesagt politische Arbeit sollte aber durch den politischen Geschäftsführer koordiniert werden beziehungsweise ich sollte dort unterstützend eingreifen mithelfen und sozusagen die Leute zu dem richtigen Weg hinführen und da gibt es einmal das Ganze dass man die Diskussion zierführend bestreitet dass man auch die richtigen Wege findet Diskussionen zu führen wie kann ich alle Leute erreichen wie kann ich sie in diesem Prozess ich möchte gerne also eine neue Diskussionskultur aufbauen gerade in Richtung politische Inhaltsbefindung ich möchte gerne Treffen haben von Leuten die interessiert sind ich habe jetzt mit vielen Leuten gesprochen die neu dazu gekommen sind gesagt haben ich habe keine Ahnung wo ich mich einbringen soll ich habe hier irgendwas ich habe eine Idee ich möchte irgendwas tun ja und dabei bleibt es dann meistens weil irgendwie so ein Text den kann man vielleicht mal irgendwo hinwerfen aber damit ist der Meinungsführungsprozess ja noch lange nicht abgeschlossen sondern eigentlich erst der Anfang und wenn man dann nicht weiß wo man hin muss dann hat man halt ein großes Problem weil im Zweifel wird man innoviert soll ich damit jetzt wo soll ich damit hin soll ich das irgendwo ins Liquid Feedback es gab mal einen Antrag im Liquid Feedback der ist auch mir vorbeigegangen der stand da einfach mal da haben irgendwie ein, zwei Leute abgestimmt und niemand hat es wahrgenommen das ist ja natürlich auch völlig sinnlos wir müssen auch überlegen wie wir unsere Entscheidungen finden also wir haben einerseits die Möglichkeit den Landesparteitag das ist die Haupt dort können wir Entscheidungen treffen aber wir müssen auch für diesen Landesparteitag Anträge schreiben und diese Anträge müssen irgendwo ausgearbeitet werden und da müssen wir einen Konsens finden idealerweise unter den Leuten die prinzipiell zum Beispiel ein gelegungsliches Grundeinkommen wollen die sollten sich möglichst einig sein damit sie nicht irgendwie fünf verschiedene Anträge einbringen und sich gegenseitig aufessen sondern möglichst sollten die sich vorher einigen was sie gemeinsam unterstützen was sie dann vorstellen können und worüber man dann abstimmen kann da gibt es da kann man mehr schnittige Prozesse machen man kann zum Beispiel sagen man macht einem erstmal eine freie Diskussion und dann kann man anfangen diese Diskussion zu strukturieren dann kann man zum Beispiel sagen okay es gibt jetzt grob das Lager und grob das Lager dann können sich vielleicht schon mal die Leute ein bisschen untereinander austauschen dann kann man schauen dass man direkte Treffen macht wo man zum Beispiel Texte ausarbeitet wo man Inhalte sozusagen ja tatsächlich schafft nicht nur darüber nachdenkt nicht nur über irgendwas philosophiert jemand müsste mal man könnte ja mal sondern auch mal tatsächlich sich hinsetzt und einen Tag lang oder einen Nachmittag lang mal irgendwie sich hinsetzt und mal ein paar Seiten koordiniert und Dinge hinter denen man steht die man sich gut überlegt hat dass man lieber ausschreibt das ist die eine Sache das wäre jetzt nur die Sache von innen sozusagen dazu gehört natürlich auch übrigens die Kommunikation mit den Mitgliedern das muss dann zusammen mit dem Generalsekretär passieren das muss dann zusammen mit dem stellvertretenden Vorstandsbesitzenden ich möchte jetzt nicht die einzelnen Tätigkeitsbereiche der anderen da irgendwie falsch definieren aber ich glaube das waren es für die zwei Leute die sich auch um interne Kommunikation vor allem kümmern sollten und da müssen wir natürlich ja sozusagen nähern näher an die Basis näher an die Leute ran näher an die Leute ran die tatsächlich die Ideen haben weil aus dem Vorstand vom Vorstand direkt von Vorstandsmitgliedern als Basispiraten hervorragend wenn die da auch noch mitarbeiten aber vor allem muss die Idee von der Basis kommen andererseits wir haben so zusätzliche Problematiken das wir gar nicht mitbekommen mit dem Vorkommen sagt man ja aber manchmal es wird ca. 50 Jahre hinterher kommt alles 50 Jahre später wir kriegen die Hälfte ja gar nicht mit was bundespolitisch passiert was irgendwo in anderen Landesverbänden passiert wir sind relativ wenig vernetzt diese Vernetzung wird einerseits durch den Vorstandsvorsitzenden von Micha schon jetzt so weit gemacht dass wir zumindest organisatorische Unterstützung erhalten aber er kann es auch nicht wirklich noch in allen politischen Medienlisten in allen AGs oder irgendwo umtreiben da braucht er 48 Stunden am Tag und dann hat er noch nicht geschlafen und gegessen da würde ich mich also einbringen ich würde zusehen dass ich von anderen Landesverbänden vom Bundesverband im Bundesliga-Feedback und so weiter Informationen sammle wo passiert gerade was wo kann man sich einbringen auch dann wieder für Mitglieder aus unserem Landesverband ich habe wenn jemand kommt ich habe eine Idee zu kam zum Beispiel am Rostocker Standtisch vor vier Wochen jemand ich habe eine Idee zu Gesundheitspolitik dann sage ich super aber wir sind bloß so 30, 40 Aktive da wirst du jetzt nicht die AG finden die mit dir zusammen hundertprozentig eine AG bundesweit die sich damit beschäftigt da hinbringen zum zeigen wie kannst du mit denen Kontakt aufnehmen da gibt es eine Viki-Seite da gibt es eine Mailing-Liste die haben Mammeltreffen die haben Telefonkonferenzen irgendwas die haben auch teilweise ja Klausurtagen das ist alles da muss eine Verbindung hergestellt werden weil im Prinzip möchten wir ja nicht nur also vor allem erstmal für uns das ist natürlich wichtig dass wir für das Land überhaupt mal Inhalte schaffen aber wir möchten natürlich auch mal was bundesweit beitragen das wäre ja auch mal schön zur Zeit sitzen wir auch im Bundesparteitag sitzen da hören Anträge und stimmen darüber ab wäre doch mal schön wenn mal jemand kommt und sagt hier ich habe einen Antrag den möchte ich gerne mal vorstellen da kann man auch wieder den Leuten helfen wie bringe ich denn diesen Antrag da rein das ist ein gar nicht so einfacher Prozess da kann man entweder über das Wiki gehen über eine Meinungsfabrik die es da zur Zeit gibt oder man kann gehen über Feedback das ist aber auch nicht so einfach dann kommen da irgendwelche Leute von irgendwo her und stellen irgendwelche Anregungen und Änderungsanträge und was weiß ich nicht was wie soll ich denn das nur noch unterkriegen und das ist alles nicht so ganz einfach aber da braucht man einerseits braucht man da Erfahrungen ich bin jetzt schon länger Pirat ich war irgendwie bei vielen Sachen dabei ich habe alles schon mal irgendwo in der Hand gehabt also mit Feedback bin ich eigentlich auch ein großer Fan von ich weiß nur noch nicht ob das wirklich in unserem Landesverband funktioniert aber ich habe wirklich wenige Leute und mit Feedback man braucht eigentlich viele Leute umso mehr da mitarbeiten umso besser mehr das System und wenn du da so wie jetzt beim Wahlprogramm passiert nur ein paar Sachen reinstellst und da einfach nur drei Minuten drauf gucken und sagen ja ich habe jetzt auch gar keine Lust mehr das Glück zu geben dann sage ich mir einfach ja hat er gut gemacht dann kommen wir da nicht weiter da muss man gucken die Feedback ist das für uns das Wichtige kann man das vielleicht anpassen kann man dann gleich einen anderen Prozess finden kann man da auch das Ding ist auch furchtbar langsam also im Zeitraum ich glaube der kürzeste Antrag geht so circa 15 Tage der längste drei Monate da schläfst du auch zwischendurch ein beziehungsweise gerade wenn ich wenn ich jemand hinterhänge dann vergisst du auch einfach dass da irgendwann ein Antrag war den ich irgendwann mal angelesen habe und dann habe ich gesagt ne spender doch mal das und das habe ich es vergessen und diesen 14 Tagen gespielt er ach ja ist da jetzt eigentlich nur etwas gewesen oh die Abstimmung ist schuf aber auch ja naja dann halt das nächste Mal aber der Antragsteller wird sich dann auch denken keine Sorgen interessiert sich für mich dann lasse ich es halt oder gehe irgendwo anders hin das ist nicht das Ziel wir wollen die politische Arbeit ist letztendlich essentiell für uns die muss verstärker werden dann möchte ich auch gerne ich befreie es schon wieder zu geben ich möchte auch gerne Ansprechpartner für Leute für Ihnen sagen wenn man kommt und fragt Mensch was haben wir eigentlich für einen Standpunkt zu so und so dann möchte ich dem gerne Ausgaben geben können das ist zum Beispiel wichtig für Leute zum Beispiel von Pressearbeit die möchten gerne einen Artikel schreiben Herr Kaffier hat gesagt das sind wir uns alle richtig einig wenn du scheiße finden muss ich raus warum weil da muss ich jetzt in den Zeitungen wenn man lesen muss man jetzt irgendwo Positionspapier und finden da könnte man sehr schnell helfen wenn man einen indizierten Menschen hat der da in den Zuständen ist wie viel Zeit hast du eigentlich Entschuldigung mach schädlich das gleiche ist von außen wenn jemand von außen anfragt wie steht denn die eigentlich Dame dazu ich möchte dafür auch gerne Ausgaben beziehungsweise den Pressesprecher die Öffentlichkeitsarbeit sozusagen zuarbeiten in dieser Richtung also dieses ganze Verwaltungshandling dieser diese Anfrage sozusagen dieser politischen Frage möchte ich gerne bewältigen ganz wichtiger Punkt bevor ich die Klappe halte ich möchte das nur verwalten ich möchte das nur begleiten meine eigene politische Meinung ist in diesem Amt nicht wichtig und ist also im Prinzip ihr werdet mir die Frage stellen wie ich zum BGE stehe die Frage ist aber für mein Amt irrelevant weil ich werde das unterstützen wofür die Leute sind und ich werde jeden unterstützen egal wenn jemand einen Antrag schreiben will für BGE und jemand einen Antrag schreiben will gegen BGE für Turbenkapitalismus dann werde ich beide unterstützen weil ich kann nicht sagen du finde ich doof mein das ist nicht meine Aufgabe das ist die Aufgabe der Basis die muss also erscheinen welche politischen Standpunkt werden ja ansonsten noch ganz kurz ich habe auch durchaus vor oder ich war schon immer bei den vielen Parteitagen beziehungsweise Parteitagen immer durch den Konto weiter ich möchte auch dann in der Funktion zu anderen Treffen fahren es gibt sehr viele interessante Konferenzen und Treffen unter anderem gibt es die Sozialpiraten die regelmäßig Treffen machen es gibt die Open Mind die ist gerade gelaufen da waren sehr viele interessante Sachen da hätten wir sich auch gerne an die Sachen und ich glaube mir dann auch mehr Sachen sammeln die ich dann in den Landesverfahren zurückkommen kann jetzt gibt es Fragen an die Kandidaten zuerst hast du und dann wie sehr schließt du deine Materie der AGs und der ganzen Meldungen die es so ganz bundesweit gibt drinnen ja ich sage mal so ich habe jetzt nicht in jeder AG mitgearbeitet aber ich habe mich unter anderem ich war mal eine Zeit lang Leiter irgendwas der AG Bildung hier im Land bis sie eingeschlafen da habe ich mich zum Beispiel auch mit der Bundesagenturierung beschäftigt dort Kommunikation ich weiß wo ich die im Wiki finde ich weiß wo die Medienlisten haben wo die ihre Mammel treffen haben und so weiter das Wichtigste ist ich werde zwar auch an vielen Sachen Teilung möglicherweise auch gerade wenn Leute sagen ja ich weiß nicht so genau aber das Wichtige ist dass ich weiß wo es steht genau das war auch noch bei ich habe mal irgendwo gehört dass ein künstlicher Geschäft oder eine Partei nach außen hin repräsentieren soll bis den und wenn ja diese zu lassen das ist bei uns soweit ich das weiß also mein Plan ist es aktuell so dass wir hier eine starke AG Presse haben die sich darum kümmert der Pressekoordinator bisher ist er immer noch ich glaube das ist angedacht dass ja auch das weitergeführt wird ansonsten ist hauptsächlich bei uns Micha für die Außenrechnung zuständig als Vorstandsvorsitzender das gehört direkt zu sein bei uns von der Idee her nicht das Amt des politischen Schatzsübers verantwortet ist dann Stefan genau du hast gesagt du willst dich um die Kommunikation nach innen kümmern hast du dich auch über Liquid Feedback beäußert was hältst du davon also konkret hättest du das für ein geeignetes Werkzeug oder wie meinst du muss man die Kommunikation nach innen innerhalb der Mitgliedschaft organisieren also Liquid Feedback erstmal prinzipiell bin ich total erfreien von ich finde das klingt total super bundesweit funktioniert das hervorragend aber es braucht halt eine gewisse Mindestmenge an Leuten die dort regelmäßig mitmachen wenn da keiner aktiv ist das Ding ist halt relativ langsam man kann dann nicht über zwei Tage eine Abstunde machen sondern braucht man eine gewisse Zeit dann ja das kann man auf der einen Seite verwendet haben dadurch dass ich sozusagen regelmäßig Informationen gebe was gerade passiert über Millinglisten oder irgendwas was wir uns einrichten das ist ja wie gesagt das muss man zusammen mit der Basis mit den Mitgliedern verarbeiten wie die das auch möchten die kann ja nicht hinkommen und sagen jetzt machen wir aber alle hier einen extremen VG auf irgendwie und jeder muss sich erstmal drei Monate einarbeiten in die WIB die so tagsüber zu verstehen sondern da muss man natürlich auch gucken was die Leute wollen wenn das Liquid Feedback für uns nicht geeignet sein sollte dann fuhren wir an einem Weg das muss man aber mal herausfinden weil zur Zeit ist es da und es wird nicht wirklich genutzt und ja ich hätte es lieber dass es genutzt wird aber es kann auch anders passieren zum Thema Kommunikation kann man sagen das wird in Zusammenarbeit mit den anderen Vorstandskollegen passieren da ja Kommunikation sowieso ein wichtiges Thema ist und auch gerade das Einbinden von inaktiven Mitgliedern das gehört dann natürlich zusammen dass man da vielleicht auch ich weiß nicht ob das jetzt schon mal angesprochen hat dass man in der Regel Nils mit reinbringt sein schwarzes Brett wenn man da halt auch politische Aufgaben findet wir reden gerade über Finanzierung von BDE und wir reden über ja Minister Café und seine neuesten Ideen dann kann man sich da ja auch direkt draufklicken eingehen und so weiter wir haben einen Haufen gute Tools aber wir müssen sie nicht einsetzen da müssen wir jetzt überlegen Gibt es weitere? Gibt es weitere? Ich bin gerade an der nächsten Ja ich bin jetzt von der Stunde also ich weiß das auch noch und wie wird es das denn hat das politische Geschäftsführer verhindern was halt AGs einschlafen Einerseits hängt das natürlich davon ab dass naja wenn jemand mitarbeiten will hast du halt recht gehabt ne das ist klar andererseits musst du halt die richtigen Wege finden wenn die Leute das Gefühl haben sie sie reden mit einer Wand oder schreien in den Wald hinein ohne dass sie irgendwie eine Antwort bekommen deswegen muss ja mehr Struktur rein um die Leute einzuschränken aber zumindest so weit dass du weißt ich mache gerade das Richtige und das ist der Weg den ich gehen muss oder gehen kann und das andere Ding ist noch wenn es im Land nicht genügend Leute gibt die dort mitarbeiten wollen AG Bildung damals war sicherlich der Fall da waren normal fünf, sechs Leute dann zwei, drei und dann irgendwie hatte da eine Husten und dann war es vorbei und dann muss man halt gucken dass man die Leute in das Weg ist oder dass man irgendwie sagt ja ist super du kannst auch gerne unser Experte sozusagen in diesem Gebiet werden oder dort Sachen erarbeiten aber schau doch mal die Sachen hier in der Landesverband haben da schon Sachen erarbeiten dass man dann in diese Richtung wirkt dass wir ja auch nicht ständig das Rad neu erfinden also wir müssen nicht in ein neues Schulsystem erarbeiten wenn wir ändern falls zum Beispiel schon ein Schulsystem irgendwie da sich ausgedacht hat oder so dann kann man darüber erst mal sprechen und schon mal irgendwie von vorne anfangen ich bin Student Informatik zwischen dem 11. Semester habe keine wirklichen Lehrveranstaltungen mehr ich kann mir jetzt seit freiem Termin ich muss ein paar Arbeiten machen ich bin ja bei der Rufstube kann ich nach Bedarf schieben ich habe so insofern also auch jetzt im Wahlkampf keine Ahnung also ich werde jetzt in zwei Wahlkampfwochen oder so habe ich zwei 40 Stunden wochen gemacht das geht dann auch irgendwie jeden Tag also was weiß ich eine Woche jeden Tag Plakat aufgengen nächste Woche jeden Tag irgendwie Infostand so nach dem Neuroben ungefähr das geht schon weitere Fragen hast du eine politische Vergangenheit? nein habe ich nicht ich war auch gar nicht so politisch festgelegt wie vorher ich weiß nicht mit 15, 16 fand ich irgendwann mal die FDP ganz toll dann dann fand ich glaube ich zur Bundestagswahl 2005 da durfte ich auch noch nicht wehen dann fand ich da irgendwie Rot-Grün ganz ganz hervorragend also ich war immer schon die Verlierer ja tschüss aber jetzt kann ich den Leuten ja sagen wie sie es machen und jetzt geht ja also so es ist dann jetzt genau keinerlei Wissenschaft weiter 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 nein dann gebe ich über falls es keine weiteren Krankenhäuser gibt dann war vielen Dank ich werde das super wieder zu weiter weiter ja haben wir schon achso ein paar marschieren und mulch ja mal falsch falsch ich habe selber auch selber aber sie wieder nicht mal ich bin noch für das 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 ist stimmt eins 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 Vielen Dank. 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 Ja. ... 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 Hallo, ich bin Joel Franke, 20 Jahre alt, bin Student, bin seit Februar 2011 Mitglied der Piraten. Wieso möchte ich in das Fliegsgericht? Ich bin Jura-Student, das heißt, Recht interessiert mich generell. Ich möchte mich auch einbringen, Piratenpartei, möchte einen kleinen Anfang machen mit einer etwas kleineren Rolle, die dennoch, denke ich, wichtig ist, wenn es zu solchen Schiffsgerichtsfällen kommen sollte. Ja, liebe Piraten, ich bin der Letzte, der Siegte in der Runde, der sich um einen Platz im Schiedsgericht bei euch bewirbt. Ich möchte anders sein als die anderen Kandidaten, die sich bisher vorgestellt haben, oder Kandidatinnen. Ich möchte Sand im Getriebe sein, um Thomas Manze zitieren. Mir ist die Sache mit Matthias Bahner zu schnell gegangen, da war mir zu viel Dynamik drin. Ich entschuldige ausdrücklich von meinem, ja jetzt, Gegenkandidaten diesen Antrag, den er ja eben auch so ein bisschen relativiert hat. Wenn es daran hängt, bitte ich ihn mit der Stimme vorzuziehen, das wäre jetzt unfair, als er eben den Mut hatte in der Versammlung, diese Dynamik zu nutzen, diesen Antrag ausformuliert hat, das sollte man ihm jetzt nicht zur Last legen. Ich selber bin 53 Jahre alt, bin seit September 2009 in der Piratenpartei, also ich bin vor der Bundestagswahl 2009 eingetreten. Und ich habe, ich nehme für mich den Anspruch, ein großes Gerechtigkeitsgefühl in mir zu haben und würde das gerne hier in die Partei einbringen und euch das Gefühl geben, wenn einer von euch in einer solchen Situation ist, dass er abends alleine sitzen muss, bei einem Stammtisch, bei einem Kreis da, in irgendwie gearteten Zusammenkunft, und er steht dann wirklich so alleine wie dieser Matthias, dass, egal ob er jetzt schuldig oder nicht schuldig ist, das gilt jetzt nicht hier zu diskutieren, da kann man sicher sein, dass ich bei ihm stehe und dass ich ihm helfe und dass ich die Unschuldsvermutung, die für mich ein elementares Bestandteil, gerade weil ich Piraten sein sollte, für ihn bis zum letzten Blutstropfen gut halte. Danke. Dann beginnen wir mit der Frage-Runde. Ich würde sagen, dass Fragen der Reihenfolge nach von den einzelnen Kandidaten beantwortet werden. Einwände? Einwände? Nee, Frage. Frage. Und danach geht er nicht vor. Ja, Frage. Also wie keine Ahnung. Ja. Das Schiedsgericht ist ja im Zweifelsfall ein Amt, was hoffentlich nicht arbeiten muss, oder was hoffentlich nicht tagen muss. Denn es greift ja nur ein, wenn hier nochmal schief läuft, oder wenn es die Freiligkeiten zwischen den Mitgliedern gibt oder dem Vorstand. Wie wollt ihr euch außerhalb des Schiedsgerichts einbringen? Davon hat das schon gut formuliert, fand ich. So eine AG Recht auf Landesebene, Hilfestellung da bei rechten Liberationen. Wie wollen die anderen sich einbringen, außer dass sie dieses Amt haben? Denn wenn sie Richter sind, haben sie nochmal das Amt. Und dann können sie sagen, hier, ich war im Schiedsgericht und ganz großartig und jetzt irgendwo anders im Lebensfall reinschreiben. Wie wollt ihr außerhalb, dass ihr Richter auf dem Papier seid und vielleicht arbeiten müsst, einbringen? Der Rainer. Der Rainer. Ich verstehe nicht ganz vieles Mal. Wie außerhalb des Schiedsgerichts ist. Wie sagt ihr einfach, was du schon so alles getan hast im Mecklenburg, das wird dann voll werden. Was ich so getan habe, ja. Ich bin 2007 auf die Straße, auf die Bürgermeisterie angesprochen. Kennen Sie die Piratenparteien? Nein. Ich kannte keine. Da habe ich Werbung für die ich mache. Freier verteilt. Ich habe das auch mit Fotos-Dokumenten eingestellt. Ich bin Piratenparteien. Weiß ich nicht, ob es auch gut zu sehen ist. Ja. Immer ein Stammtischenteil. Okay, ja. Also mir geht es um die Arbeit. Weil im Endeffekt ist es ja ein offizielles Amt innerhalb der Partei. Und man schreibt es auf den Lebenslauf. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenn man sich sozusagen in einem Amt wählen lässt und es einem wirklich erscheint, man aber weiß im Vorhinein, dass es im besten Fall gar nicht zum Tragen kommt, es nicht nur irgendwie im Lebenslauf drinsteht. Sondern für mich ist jemand, der auch im Schiedsgericht sitzt, sich aktiv einbringt und auf den Verlass ist. Und nicht nur dieses Amt bekleidet, des Titels geht. Und deswegen wollte ich mal die Mitglieder fragen, die sich jetzt sozusagen auf keinen Tat aufstellen, wie sie sich außerhalb des Schiedsgerichts einbringen wollen. Und bei Fragen weiß ich, dass er der älteste Karate ist, mit einer ganz kleinen Mitgliedslummer. Bei den anderen wäre es halt noch die Frage. Stefan hat es ja auch schon umsessen. Und als nächstes Ja. Peter? Also, um erstmal eine Dame kurz noch zu antworten. Also, über das Amt habe ich mir bisher überhaupt noch gar keine Gedanken über was. Das ist für mich einfach ein Titel wie jeder andere auch. Ich bin ja eigentlich kurz erst bei der Partei. Und ich bin, wenn ich erstmal die Stammtische natürlich weiterhin auf jeden Fall besuche. Wenn sich was anbietet, was zu tun ist, dann werde ich das natürlich auch gerne machen. Irgendwas anbietet, wo das Auto gebraucht wird, wo ein Fahrer gebraucht wird. Ich habe auch einen LKW-Führerschein. Da stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung. Ich habe kein Problem. Es wird sich ergeben, was da halt außerhalb noch alles läuft und was wir noch alles machen werden im nächsten Jahr. Ja, ich bin dran. Ja. Wie gesagt, ich habe ja auch schon bei meiner Kandidatur zum Generalssekretär einige Sachen gesagt, die ich definitiv fördern will. Zum Beispiel die Kommunikation zwischen den Stammtischen, die ich unbedingt mal anschieben will. Und genau da sehe ich halt auch noch meine Arbeit. Und natürlich halt das, was ich sonst so schuld mache im Kreis Rostock. Ja, ich denke, ich habe die Schatzmeisterin vertreibelt. Wir haben jetzt für die Zukunft vor, weiter für die ganzen Verwaltungssachen zur Verfügung zu stehen. Bei der AG Öffentlichkeit möchte ich wieder vermehrt einsteigen. Das habe ich auch schon Tom gesagt. Nächste Woche bezüglich der Öffentlichkeit, das hat mich persönlich möchte ich hier noch. Und dann ansonsten, wo es sich halt auch gut mitzuwählen kann. Da denke ich mal, lässt sich das mit dem Schiedsgerichtsamt entsprechend verbinden. Ich denke mal, dass ich die letzten zweieinhalb Jahre relativ aktiv war, dass man meine Arbeit nachvollziehen konnte. Also darum geht, denke ich mal, belasse ich das in der Kürze. Ich kann noch ergänzen, dass ich mit Sascha zusammen die Redaktion mache, für die Kreis bei der Seite. Wir haben die letzten Wochen ziemlich rotiert, auch wegen der Geschichte mit Matthias. Ich weiß nicht, wie er diese Pressemitteilung zusammengeschrieben hat, mit Sascha und Mietz und Michael. Damals nach diesem Stammtisch im Kreiswald. Also, ja, ja, ich bin schon, also ich bin hier schon einwohnt, als wäre ich auch in die Piratenpartei eingetreten. Ja, generell, ich habe im ersten Februar Mitglied, ich habe im Wahlkampf geflyert, Plakate gehängt, an Infoständen mitgewirkt. Und speziell, ja, was ich mir so weiterhin vorstelle, ist natürlich, dass ich mich weiter einbringen will, auch in dieses Liquid Dimitri, die Mikrosi, wo ich dann nicht so ganz drin bin, wo ich mich drin auch einfuchsen werde und dann auch mit abstimmen werde. Ja, speziell zu dem Richterposten an sich, ich würde da Stefan, die Idee von Stefan sehr gut finden, mit einer AG Recht, das ist, denke ich, sehr interessant, um auch die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Richtern, auch wenn es mal weniger zu tun gibt, generell einfach mal kurz Überblick zu haben. Ja, ich bin grundsätzlich gegen eine Verquickung eines Schiedsgerichtes mit einer AG Recht. Wenn ich im Schiedsgericht bin, kann ich euch versichern, setze ich mich für euch ein, wenn ihr der Betroffene seid. Ich will da nicht später in meinen Lebenslauf, den ich mit 53 wahrscheinlich eh nicht mehr schreiben muss, sagen, ich war da in irgendeinem Schiedsgericht drin und konnte dann da wertvolle Erkenntnisse für meine AG oder aus meiner Tätigkeit sammeln. Ich glaube einfach, dass der Schutz des Betroffenen wichtig ist und diesen Schutz kann ich auch noch untermauern mit einer Kleinigkeit aus meinem Lebenslauf. Ich bin bei drei Themen nicht sensibel, weil ich da gar keine so ausgeprägte Meinung habe, die die meisten Deutschen umtreibt. Das erste ist die Wiedervereinigung, das zweite ist der Nationalsozialismus und das dritte ist die Kerlenergie. Ich persönlich bin das, was man einen Nischenpolitiker nennen könnte, freue mich riesig über den Johannes und werde versuchen, meine Zielrichtung und meine Kraft, die ich mit einbringen kann, im Bereich Spielrecht, Versteigerungsrecht, Taxirecht, Preisstellen oder Kraftstoffpreisänderungsrecht. In diesem Segment bin ich seit vielen Jahrzehnten unterwegs, kenne mich perfekt aus und weiß, dass da viele Milliarden verloren gehen und da möchte ich persönlich meine politische Arbeit sehen. Ja, meine nächsten Fragen gehen, auch unter Aussagen geht es erst mal so an dich, Frank, der dich zwei Sachen, und zwar, wir haben zur Wahl 2011, haben wir versucht vom Vorstand nicht mehrmals zu erreichen, das heißt, die Frage der Erreichbarkeit ist für mich eine ganz große Frage. Handy, E-Mail, ich weiß von jedem Kandidaten, die ich erreichen kann, auf irgendeinem Weg, und das hat bisher auch immer geklappt, wie stellen wir das bei dir sicher? Ja, das ist also die erste Frage, die zweite Folge machen? Ja, funktionierende E-Mail-Adresse und funktionierende Handy-Telefonnummer. Und das klappt jetzt auch? Ja. Okay. Als zweites habe ich ein gleiches Problem mit deiner Auffassung vom Schiedsgericht. Ich glaube, als Schiedsgerichter sollte man nicht auf der Seite einer Person stehen, sondern auf der Seite des Rechts. Siehst du das anders? Ich denke, dass bis zur Entscheidung die Unschutzvermutung gelten sollte, und dass bis zu dieser Entscheidung ich auf der Seite der Person stehen sollte. Okay. Danke. Meine Frage geht an die Reichsweiterkandidaten. Es geht darum, dass es ja schon im Raum steht, dass es irgendwann sein kann, dass ich darüber beschließen muss, dass vielleicht irgendein Gremium dieser Partei der Beine, dass das ein bestimmtes Mitglied nicht mehr Mitglied dieser Partei sein soll. Jetzt ausreichend verklausuliert. Seht ihr euch dort in der Lage, neutral zu sein? Seht ihr dort irgendeinen Konflikt, oder sagt ihr, das ist alles kein Problem? Also konkret meine ich dann Stefan und ich selbst. Und vielleicht auch Frank, ich weiß ja nicht, wie du dich zu greifst war als Problem. Das Problem ist Ecklenburg-Sprinz. Natürlich ist das ein Problem. Also Befangenheit ist auch ein Thema in der Justiz, absolut. Und das auch zu dieser AG Recht, das ist natürlich auch ein Problem. Der perfekte Richter sitzt da in seiner Richterkammer und hält sich ansonsten aus allem raus. In England gehen die noch nicht mal zur Wahl. Dass sie in eine Partei eintritt, ist völlig undenkbar. Wir haben ein anderes Rechtsverständnis. Ich glaube auch nicht, dass man das in so einem kleinen Laden wie Mecklenburg-Vorpommern wie so durchhalten kann oder sollte. Das ist so idealtypisch. Sollte sich natürlich ein Richter auch wenig betätigen in der AG Recht oder so. Zur Befangenheit gibt es Regeln. Also in der Schiedsrichtsordnung gibt es Regeln. Und es kommt auch nicht darauf an, ob sich der Richter für Befangen hält, sondern auch mal abgelehnt wird wegen Befangenheit. Und dann entscheiden die anderen Richter, sozusagen dann notfalls auch unter Heranziehung der Ersatzrichter, ob derjenige objektiv Anlass bietet, sozusagen von seiner Unverteidigkeit, an seiner Unverteidigkeit Zweifel zu haben. Und das wird man dann sehen müssen letztendlich. Es ist natürlich tatsächlich nicht so, dass ich jetzt völlig unbeteiligt war in dem Verfahren, weil ich das so als Fahrrad ist. Ich habe das schon übergegeben. Und gut, wenn ich dann in so einem Verfahren ausgeschlossen wäre, dann wäre ich auch ausgeschlossen, hätte ich auch kein Problem. Ja, ich sehe das ganz genauso. Also ich bin auch total unbefahren. Also ich entscheide objektiv. Also ich würde objektiv entscheiden. Falsche Formulierung. Und nur weil er Greifswalder ist, ob Greifswald, Rostock, Neubrandenburg, Sperin oder Anklam, ja, jeder hat die gleichen Rechte. Und nur weil einer aus Greifswald kommt, würde ich da jetzt nicht sagen, ach, ich finde es so super, dir gebe ich einen kleinen Vorteil. Das ist natürlich beim Verständnis einfach von Jura nicht vereinbar. Ich wollte noch nach Frank eine Frage stellen. Du warst während der Landtagswahl als Kandidat aufgestellt. Aber du wolltest dich als Kandidat zur Verfügung stellen. Du warst drei Monate lang nicht erreichbar. Weder per Telefon, noch hat man dich per Einschweigen erreichen können. Wie willst du das sicherstellen, dass ich das nicht wiederhole? Ja, indem man eine solche Parteienarbeit leistet, dass man als Teilnehmer des Schiedsgerichts gar nicht in die Verantwortung genommen wird, eine Entscheidung fällen zu müssen. Also ich halte das eigentlich für die beste Arbeit, wenn das Schiedsgericht gar nichts machen muss. Darf ich da jetzt auch mal kurz nochmal einhaken? Also Entschuldigung, dass ich mich jetzt da so reinschmeiße, aber das klingt für mich jetzt schon relativ krass, wenn man hier hört, du bist noch nicht mal per Einschreiben erreichbar gewesen. Da möchte ich doch jetzt gerne mal hören, was halb war das denn der Fall. Also ich bin überrascht über das Einschreiben, da kann ich jetzt keine Stellung zunehmen. Es gibt sicherlich keinen Konsens zwischen der Isabel und dem Nils und dem Michael in diesem Punkt, zwischen mir und denen. Den kann ich hier heute jetzt auch nicht auflösen. Ich halte trotzdem den Michael für einen guten Vorsitzenden, auch wenn ich der Meinung bin, dass die Sache mit Matthias nicht, sagen wir mal, mittelmäßig gut gelaufen ist. Das hätte man sicherlich besser machen können und hätte Schaden von der Partei abwenden können. Aber es ist eben jetzt so gelaufen, wie es gelaufen ist. Und ich stehe zur Kandidatur und ihr müsst entscheiden, ob ihr meinen Worten Glauben schenkt und sagt, ich stehe für die Sache. Oder ob ihr eben sagt, beispielsweise die Isabel oder die beiden Greifswalder eignen sich besser. Das ist hier eine ganz klare Positionsbestimmung, die es hier geht, wo, sagen wir mal, ich den Posten die schwierigste Position besetze. Aber du sagst, du hast jetzt gar keinen Vorsteller gehoffen, der versucht hätte, einen Anspann zu gestalten. Ich kenne die Situation. Hallo. Ich bitte die Reihenfolge beantworten. Wenn du einen Redebeitrag hast, dann schreib dir auf die Regen alles. Michael. Ja, du wirst erreichbar sein. Nur mal ganz kurz die Frage, weil du sagst, du hoffst, dass es nicht sein muss, aber du wirst trotzdem erreichbar sein. Das Statement möchte ich von dir jetzt einfach sagen. Ja, ich will noch weiter gehen. Okay. Gut, das reicht auch. Das wollen wir nicht so. Der Herr von Lüse. Der Herr von Lüse. Da stimmt es wohl nicht ab, aber eine Bemerkung hat mich ein bisschen stutzig werden lassen. Deswegen ganz kurz zwei Fragen an Frank. Erste Frage, ist es nicht vielleicht ein Rollenverständnis, dass das eher ein Verteidiger ist, du kommst als eines Richters. Zweite Frage, die Bemerkung über den Nationalsozialismus, eine Zusammenarbeit mit Kernenergie, die hat mich ein bisschen stutzig werden lassen, weil die habe ich nicht verstanden. Wie war die gemeint? Ja, wir haben in Deutschland, wenn man der Statistik glauben schenken darf, drei Grundthemen, die uns alle umtreiben. Das erste ist die Wiedervereinigung, das zweite ist der Nationalsozialismus und das dritte ist die Kernenergie. Die ich nicht. Alle drei Punkte sind nicht Teil meines politischen Programms. Damit bin ich, wenn es ein Schiedsgerichtsverfahren kommt und irgendeiner in einem dieser drei Punkte eine extreme Position vertritt, beispielsweise er ist für die Nationalsozialisten, er ist gegen die Wiedervereinigung und er ist für die Atomkraft. Was jetzt völlig will, das ist auf Gottes Willen jetzt kein Wort, dann bin ich gegenüber diesen Leuten genauso in der Hilfspflicht und kann genauso denen, die selber Unterstützung versprechen, wie jedem anderen auch. Das heißt, ich lasse mich von keinem Standpunkt, den er vorher in einer anderen politischen Situation in der Partei vertreten hat, in einem solchen Verfahren beeinflussen. Könntest du zwei Fragen machen? Ja, das ist vielleicht die Nachfrage nochmal genauer. Also ich sagte ja, das Vorverständnis wird auch nicht eher, wie das Vorverständnis eines Verteiligen, wie er es richtet. Welche Funktionen hat aus deiner Sicht ein Schiedsgericht für die Partei? Welche konkrete Funktionen hat dieses Schiedsgericht für die Partei? Meiner Meinung nach muss es früher einsetzen, um Schaden von der Partei abzulenken, weil ich glaube, dass wir in diesem Verfahren alle, sofern jetzt betroffen, nicht gut ausgesehen haben. Rainer? Ja, jetzt kommen mir zwei Fragen gleich. Erste, die Erreichbarkeit. Das ist mir noch nicht ganz klar. Wenn man einmal zwei Tage nicht erreichbar ist oder vielleicht einmal eine Woche, weil er gerade unterwegs ist, macht es noch, klingt bei mir, aber im Wahlkampf drei Monate nicht erreichbar zu sein, obwohl ich irgendwann mal meine... Das ist mir nicht ganz schlüssig. Wenn jetzt das nächste Mal wieder mit irgendjemandem diskutiert, dann gehst du dann wieder auf U-Boot und wartet es dann bis umüber vorbeiziegt der Sturm oder... Es muss ja auch was vorgefallen sein. Ich weiß nicht, was ist... Vielleicht doch... Wenn ich es übersprechen will, ist es deine Angelegenheit, aber mir ist momentan nicht klar, die Funktion jetzt, die du ausüben willst oder wie du das gestalten willst. Und die zweite Frage ist, nochmal zum Rollenverständnis. Nee, hat er ja erklärt. Gut, reicht doch nicht. Ja, bist du auf noch Antworten? Ich denke, wir kommen auch vorher schon. Okay, dann der Sache. Also ich wollte mir ganz kurz nochmal die Fragen stellen, weil den Richtern ist mir auch wichtig, wart ihr vorher in einer Partei oder in einer politischen Organisation und vereinen und so weiter. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin seit 2009 und davor auch nicht wirklich politisch in der Partei und da hat die Person keiner. Ja, ich kann nicht, aber jetzt... Entschuldigung. Ich bin seit Gründung des Landesverbandes Littgen. Davor war ich politisch nicht sonderlich aktiv, denn erst mit den Piraten quasi eine politische Arbeit bekommen. Also ich war auch vorher in den Massenorganisationen der DDR, also ich war 18 Jahre, als die Wende kam, 1989, also auch Thema Pionier. Aber danach in keiner Partei, also keiner politischen Organisation. Ich bin seit Mai Mitglied bei Attac, also das Kommafeld im weitesten Sinne als politische Organisation. Ich auch nicht. Also seit, ja, seit ich mit 20 eingetreten und davor war nichts anderes. Ja, ich war in keiner politischen Partei bisher, war aber in der Zeit von 18 bis 21 in Köln bei der Firma Bierwohn und Krön im Jugendbetriebsrat und habe da den Arbeitsschutzbereich betreut für junge Näherinnen im REFA-Bereich. Also REFA ist die Zeiterpassung, in der man einen großen Teil von links nach rechts legt und in der Zeit, in der man nähen muss, um seine Akkordzulabe zu bekommen. Okay, wenn es keine weiteren Fragen gibt, ich habe Fragen. Wer hat es die Chance? Du hast die Chance? Wenn ich nicht erfallen, dann übergebe ich an die Wahl. Das ist die Chance. Ich bin es zu Hause. Wenn ich eine Chance habe, Oh, nein. Uns ist voll was aufgefallen. Wir haben heute eben eine Wahlkabine. Da bis jetzt kein Widerspruch von irgendeiner Seite auskam, sind wir da von Stillschweig ausgegangen, dass alle mit einverstanden sind. Gibt es dagegen einen Widerspruch? Die Konsequenzen sind klar. Den Satz habe ich eben nicht gehört. Jeder darf frei entscheiden. Ich gehe davon aus, dass dazu keiner... Ich mache mal die formal Gegenrede dazu. Es ist ja nicht richtig, dass wir eine Wahlkabine benutzen sollten. Das sollten wir nächstes Mal auch tun. Ich bitte darum abzustimmen, ob das überhaupt nicht ist. Gut, dann müssen wir alle jetzt... Das war eine begründete Gegenrede. Nein, das ist ja auch schon mal ein schlechtes Name. Ich ziehe es zurück mit. Ich ziehe es zurück mit. Ich habe 8% gesagt, das ist bei mir. Ich komme gar nicht ein mit. Dann lass uns da was einfallen. Wir werden erst dann, dass eine Heime war, wenn die stattfinden sollen. Das ist ja keine Räumlichkeit. Das kann man zum Beispiel hinter der Fitschart machen. Oder extra Raum, dass so ein Flur... Oder alle verlassen den Raum im Moment. Da finden wir dann eine Möglichkeit. Man muss wussten, wenn wir nichts machen. Ja. Wir würden uns auch als Piraten darauf einstellen, dass die schönen Familienveranstaltungen mit 10,5,5 Leute auf dem Vertreter vorbeigehen. Ja. Wir werden darauf stärken. Ja. Gut. So, jetzt komme ich zur... Bis jetzt war das ein bisschen problematisch, aber jetzt noch ein Problem zu sagen. Jetzt komme ich zur Verkündigung des Ergebnisses. Wahl der Richter. Abgegeben Stimmen 29. Ungültige Stimmen 0. Dafür immer ein Dankeschön. Wir haben zweimal ausgezählt, um auch wirklich sicher zu gehen. Und haben folgendes Ergebnis erreicht. Ich lese jetzt in Reihenfolge der Kandidaten vor. Frank Schulz. 19 Ja-Stimmen. 4 Nein-Stimmen. 6 Enthaltungen. Jan-Peter Rühmann. 7 Ja-Stimmen. 9 Nein-Stimmen. 13 Enthaltungen. Peter Milliner. 13 Ja-Stimmen. 6 Nein-Stimmen. 10 Enthaltungen. Isabel Haug. 22 Ja-Stimmen. 3 Nein-Stimmen. 4 Enthaltungen. Stefan Karl. 20 Ja-Stimmen. 3 Nein-Stimmen. 6 Enthaltungen. Jules Frank. 13 Ja-Stimmen. 7 Nein-Stimmen. 9 Enthaltungen. Frank Krauperk. 2 Ja-Stimmen. 24 Nein-Stimmen. 3 Enthaltungen. Damit sind gewählt Frank Schulz. Isabel Haug. Und Stefan Karl. Und, boah, ne? Karl, man ist ja der Wurschein hier. Wir benötigen keinen weiteren Wahlgang, weil genau drei, wie gesagt, so das sagt, gewählt. Ich mache, ob sie die Wahlen anmessen. Äh, oder Reihen sagt. Nehmt ihr die Wahlen an. Ich frage der Reihe nach. Frank? Ja. Isabel? Und Stefan? Ja. Gut, damit würde ich allen drei viel rückliche Hand, wenn mal zu etwas kommt. Aber ich hoffe, dass ihr welche Arbeit habt und ihre ganze Kraft ist. Könnte der Wahleiter mit den Zetteln mit den Stimmen gleich mal zu. Ich habe das Wort. Das Wort. Das Wort. Das Wort. Das Wort. Ja, das kann ich dir geben. Das ist ein Scheiß oder so. Du bekommst das. Okay. Ja. Ansonsten habe ich es hier. Das gibt ein Problem. Steht im Wahlprotokoll. Achso, ja. Information, irgendeiner hat mit dem Bleistift. Wir haben die Stimmzettel als gültig durchgehen lassen, weil wir das sofort festgestellt haben und fünfmal drumherum standen. Aber bitte mit ein Echt, den man nicht so schnell ändern kann. Heute kann man einfach alles ändern. Aber nicht mit Bleistift. Nicht mit Bleistift. Da kann man so ein Kondition. Die können auch gerne alle werden. Du musst weg, ne? Ja. Wir brauchen neue. Auf Halsdaten. Gut, damit immer gehe ich wieder nicht zusammen mit. Dann kommen wir jetzt zu der Wahl der Ersatzrichter. Genau, der Ersatzrichter. Heißt das so? Ja. Sehr schön. Gibt es Kandidaten dafür? Peter? Wie war ich? Wie war ich? Michael. Michael und Jan Täter wieder. Achso. Kommt am besten auch mal wieder nach vorne. Will ich kommen? Machst du wieder den einfach bitte? Das verstehe ich. Bitte, ich möchte nicht. Dazu kommen wir los. Ich möchte auch mal wieder so. Ich möchte auch mal wieder so. Dann kannst du einfach nur Copy-Paste aus dem Projekt. Ich möchte auch mal wieder nach vorne. Ich möchte auch noch mal wieder nach vorne. Ich möchte auch nicht sagen, ich möchte das nicht sagen. Jörg, Jörg, Jörg. Ich bin auch gerne bereit zur Wahl für den Zusatzrichtest. Mein Standpunkt ist bei mir gleich wie eben. Ja gut, alle guten Dinge sind rein. Nein, ja, Peter, die Kämpfer steht da. Fertig. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Sachen. Ich muss fragen, die Daten. Achso, ja, ich wollte mal einmal kurz den Dank an die 13 anderen Leute, also an 13 Leute, die mir ein Ja-Stimme gegeben haben, kurz Danke sagen. Fragen an die Kandidaten. Für den Fall, dass es zu einem Parteiausschussverfahren kommt, im Fall Warner, hätte ich gerne von den drei Kandidaten eine Stellungnahme, ob sie bereit sind zu hinterfragen, wann und von wem die Information an die Beratenpartei über die NPD-Mitgliedschaft von Herrn Warner gegeben worden ist. Ja, also fang ich an. Natürlich, wir werden, sollte es zu sowas kommen, was ich nicht hoffe, weil ich hoffe, dass es vernünftig ist, das mal dann abzugeben oder weiterzugeben, während wir alle, also wenn ich, wenn es auch zu weit kommt, ich bin, egal, natürlich alles hinterfragen und nochmal alle Informationen genau durchgehen. Wir werden jetzt nicht sagen, oh, genau, ganz toll, du bist so böse, ne, ist ja klar, sonst wäre es kein Schiedsgericht, sondern nicht so eine lündliche Justiz. Ist ja klar. Herr Pellas? Wir sollen auch sagen erstmal, dass wir das selbe und natürlich wird man mitgeben, alle Informationen, die dazu notwendig sind, einen fairen Schiedsbruch zu finden, entsprechend auch für euch. Das ist das klare Sache. Ich kann mich dann ein Vorredner anschließen, ein Schiedsbruch kann halt neutral sein, das heißt auch, in diesem Falle Firma-Dias-Bahn-neutral zu sein. Ich denke nicht, dass es da großartige Schwierigkeiten geben wird, da auch wirklich anhand der Satzungen festzustellen, ob es wirklich zum parteischädigen Verhalten oder was man nennen kritisiert kommt. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe, das ist nicht so, dann kann ich jetzt wieder übergeben an den Wahlreiter. Das war ein Leider, das ist so. Dann muss man mal so nicht die absegen. So, dann schläfst du den Wahlreiter? Dann machen wir jetzt die Wahlreiter. Gibt mir bitte einen gleich. Oh, dann kann ich noch mal. Ciao. Danke, ich kann das schon schneiden, aber den Giffi bitte. So, zur Wahl jetzt. Um ein Wahlgang ein Wahlergebnis zu erreichen, werden wir... Wer ist denn? Wer ist denn? Wie heißt das Wahlverfahren? Zulatze Zanzwein. Zulatze Zanzwein, ne? Nee. Nee, nee. Ich will jetzt hier nach einem anderen Wahlverfahren. Passat. Okay, ja. Also, der Wahlreiter wird so aussehen. Die Nummer 1 steht für Jules Franke, die Nummer 2 für Jan-Peter Rümer, die Nummer 3 für Peter Milliner. Jeder hat vier Stimmen. Und kann sie... So. Vier Stimmen. Und kann sie... Oft. Die zwölf Kreise verteilen. Er kann auch weniger Stimmen vergeben, aber hat nicht mehr. Also jeder hat bis zu vier Stimmen. Jeder hat viele. Über den Kommunalen. Über den Kommunalen. Der Kommunalwahn wählbar. Kommulieren. Gut, der hat ja relativ einfach, der hat ja drei Stimmen. Da war noch mehr... Na gut, da konnte man ja kein Datemann damals schmieden. Ne? So. Gibt's dazu noch Fragen? Können wir das vielleicht noch der Brunner nochmal schreiben? Ja, genau. Maximal. Maximal für die... Gibt's noch Fragen? Nehmen wir auch zwei für die Gesichter? Wer ist denn da bereit? Ähm... Ich bin da bereit, wenn die Stimmzettel erübt. Ja, das wäre der Anbau. Vielen Dank. Okay, aber was soll ich sagen? Vielen Dank. 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 ... 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 beschäftigen uns jetzt mit Nils Anfragen. Es gab in der Mitte von einem Sebastian Krohne. Sebastian Krohne ist aus dem Landesverband Brandenburg und ist der Datenschutzbeauftragte der Piratenpartei. Er bittet alle Landesverbände, die noch keinen Datenschutzbeauftragten bestellt haben, sich mal darum zu kümmern. Bis dahin wird er diese Funktion übernehmen. Das heißt, wir haben heute keinen Datenschutzbeauftragten. Das heißt, unser Datenschutzbeauftragter ist gerade er als Datenschutzbeauftragte des Bundes. Er sagt, dort, wo kein Datenschutzbeauftragter bestellt ist, bitte ich um Benennung eines bundesdatenschutzgesetz-affinen Piraten, in Anführungszeichen, der sich weiterbilden möchte und dann so lange als Assistent des Bundesdatenschutzbeauftragten fungiert, bis die Ausbildung abgeschlossen ist. Ein Ausbildungslehrgang zum internen Datenschutzbeauftragten wird in naher Zukunft veranstaltet. Hierfür werden Lehrgangsgebühren erhoben werden müssen, da es kein Budget gibt. Das muss dann halt der Landesverband übernehmen. Sprich, wir wählen nicht, sondern wir suchen, und hier ist Landesmitgliedsversammlung, das heißt, wir suchen, ob es ein Bundesdatenschutzgesetz-affinen Piraten gibt. Das heißt, ein Piraten, der in der Lage ist, sich mit Datenschutz zu beschäftigen und der Interesse hat, langfristig sich um Datenschutzaufgaben und Mecklenburg-Vorpommern kümmert, indem er auf Lehrgänge geht und dort weiterbildet. So, das war jetzt das, was ich sagen möchte. Und jetzt geht es darum, wenn ihr Fragen habt oder wenn es dort Leute gibt, dann können wir die Liste dieser Leute einsammeln, dann können wir das an ihn weiterleiten und dann kümmert sich auch dann alles andere. Wir werden hier jetzt keine Entscheidung treffen, dass wir jemanden wählen, sondern es geht nur darum, dass wir Leute sammeln und dass wir das weitergeben. Wie viel Zeit würde das dein Anspruch nehmen? Das hat er hier nicht geschrieben. Also weiß ich nicht, diese Lehrgänge irgendwie wöchentlich oder monatlich? Das klingt im Moment nach einmalig und auch wahrscheinlich so das übliche Wochenende. Irgendwie mal Freitag, Sonntag. Diese Mail war vom 14. September. Seitdem kam nichts hinterher. Also kann ich im Moment nicht weiter sagen. Okay, jetzt halte ich mich mal auf von dir das nächste. Ich würde auch Interesse angehen, weil ich beruflich damit zu tun habe. Sehr gut. Ich melde auch Interesse an. Ich denke, ich habe schon mit auch sehr viel beruflich zu tun und sehe, also solange eben das in meinem Zeitraum passt, das wäre halt, wenn ich auch gerne noch abklären möchte. Kannst du mir nochmal deinen Namen verwenden? Michael Hilscher, Heinrich Ida Ludwig. SCH, ja. Kann ich nochmal fragen, wie läuft denn nachher die Auswahl? Das sollen die unter sich ausmachen. Also es ist jetzt, ich werde Ihnen diese E-Mail weiterleiten und werde diesem Sebastian Krone sagen, dass wir mehrere Interessenten haben. Und dann soll er mehr Informationen geben und dann sollen die das unter sich ausmachen. Das ist ja so gut, dass man einen Namen hat, weil sonst verpricht das so. So, und da hinten war noch ein paar Fragen. Ich glaube, da hinten war noch ein paar Fragen, das ist Interessenten. Ja, die Frage ist jetzt, muss ich dazu akzeptiert sein, eingestellt, wenn ich bin, wenn ich gerade? Das klären wir dann, wenn es soweit ist. Nach und nach Freier. Wunderbar. Dann soweit von mir, ich schreibe das nochmal auf die M-L, euch schreibe ich dann direkt an. Und dann hoffe ich, dass wir, wenn wir das das nächste Mal sehen, einen Datenschutz aufkassen. Danke. Danke. Danke, Jungs. Danke. Danke. Wunderbar. Ja. Der nächste Tagesordnungspunkt ist, musst du weitermachen bis nach hinten? Ja. Zurück. Gut. Ja, nein. Facebook-Camp. Wer war der Antragsteller? Du wolltest es übernehmen. Du hast gesagt, du würdest es übernehmen. Dann übernimmst du das? Also wenn jetzt jemand sagt, er ist da aufgaben für, also ich bin da tendenziell gespeichert in der Meinung. Also wenn jemand sagt, er kann das viel besser machen, dann wird er das gerne machen, aber sonst mache ich es. Kann mir mal den Antrag auf den E-Mail machen. Gut, dann schreibt, wer das noch nehmt, dann übernimmt's durch. Nein, 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 nein. Also ich erstelle den Geo-Antrag, den jetzt gleich. Bitte? Bitte, bitte. Weißt du, dass du das morgen machen? Okay, ja, das ist ein Antrag. Das ist ein Antrag, okay, das ist kein Geo-Antrag, das ist dann ja formal angestellt. Entschuldigung. Ja, schon. Ja, also wie wir alle wissen, geht gerade in Schleswig-Holstein, aber generell ist Deutschland dieses Gespenst um diese Facebook, um den Like-Button, um die Fan-Pages bei Facebook. Und letztendlich ist halt einfach der Antrag dann eingegangen, dass wir Piraten, die wir als Datenschutz einstehen wollen und die wir auch gerade so was, ein demokratisches Verhalten voraussetzen, dass wir einfach mit guten Beispielen vorangehen sollten und unsere Fan-Page auf der Seite auf Facebook löschen sollen. Wortmeldung. Wortmeldung. Ernst, einer? Den heißt doch, der hat. Erstmal ist Facebook nur eine Plattform, zweitens stellt die Piratenpartei und v. dort keine, ich sag mal, sensiblen Informationen, die eh nicht an die Röffentlichkeit dürfen, in Facebook ran. Und natürlich gibt es dort eine Problematik, aber da müssten wir wahrscheinlich unser Profil bei Google Plus, wenn wir denn eins haben, löschen, etc. Und ich denke, wir sollten eher auf diese Problematik gerade auch von unserer Facebook-Seite hinweisen, anstatt einfach nicht einfach den Kopf in den Sand zu stecken und dann Facebook-Account zu löschen, weil es ist doch eine Art der Kommunikation zu der Basis und auch zu den Nicht-Piraten, zu den Bürgern und die sollten wir nicht vorenthalten. Also, ja. Ja, ich bin auch dagegen, weil wir haben mehr Likes, als wir überhaupt Mitglieder haben und wir werden die wirksamste Plattformen, die wir überhaupt im Netz haben, meiner Meinung nach. Fragen? Danke. Ich wollte genau das, was wir machen. Okay, dann war Markus. Ich schließe mich auch Florian an und es gibt mir viel zu sagen dazu. Dann unser Gast, dann? Nein, hinter den. Die Reihenfolge, hinter den. Eben, also ich bin auch dagegen, weil ich mich dringend, dass man sich erst eine politische Partei aus dem Netz ausschließen möchte. Johannes? Johannes wollte nochmal kurz sagen, dass... Er hat sich nötig von sich hier drin, wenn man sich schlägt. Das ist ein allerlei datenschutzrechtliches Problem mit dem Betreiben einer Fanpage auf Facebook gibt. Das Problem besteht, das, was die Schleswig-Holsteiner dann machen, mit dem Einbinden von Facebook-Inhalten in eine Webseite. Das tun wir nicht. Wir haben einen Link, wie jeder, der da draufklickt, landet entweder auf einer Frontalseite von Facebook, würde loggen nicht ein oder er landet in Facebook, wenn er sowieso schon eingeloggt ist, aber dann weiß er auch, was er da tut. Sonst, wir als Betreiber, wir sind erstens nicht Betreiber dieser Seite, sondern das ist Facebook. Wir nutzen Facebook als Plattform und das ist datenschutzrechtlich für uns völlig unbedenklich. Da gibt es keinerlei Grund, da irgendwie was zu tun. Ja, Peter? Wenn man bedenkt, wie viele Millionen hat Facebook in der Mitte der Rolle allein in Deutschland an Mitgliedern, es wäre mehr als dümmlich, wenn wir gerade die ausschließen würden. Kommt ein Ohrentrag? Die Ohrentrag auf Schließung, der Ende ist so eine Abstimmung. Gegenrede? Ja, würde ich da gehen. Ich würde gerne nochmal Martin und die Marken... Es ist vor, du hast was... 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 Ja, okay. Ich glaube, du können gegenreden. Gegenrede, ich würde noch wenigstens gerne Martin Humpfmann auf die Rede, wenn er möchte, möchtest du, der da draufklickt. Dann müssen wir jetzt... Wenn wir ja möglich, dann können dann kein Gegenrede. Aber du hast... Die Ohrentrag muss doch nicht weg. Stimmen wir einfach schon mal ab, dann sparen wir uns dagegen. Wer ist dafür, dass für die Rednerliste geschlossen wird? Wer sich noch meldet, kommt gleich auf. Wer ist dagegen? Damit wäre der Ohrentrag angenommen. Wer möchte noch auf die Rednerliste? Von denen... Dich haben wir. Dich haben wir auch. Okay, gut. Dann und dich? Also ich bin ähnlicher Meinung wie unser politischer Sprecher. Und zwar... Wir können uns Facebook nicht ganz verschließen. Allerdings sollten wir auf keinen Fall das, was wir momentan nicht tun, zukünftig die Like-Buttons oder irgendwas anderes, was direkt zu Facebook geht, einbinden. Das vielleicht auch festhalten, verbindlich, dass es nicht getan wird, auch für andere Plattformen das auch festzuschreiben. Also nicht auf Facebook-Münzen, sondern allgemein. Darf ich mich direkt die Frage stellen? Ja. Aber diese Two-Click, nehmen wir die davon aus oder sind die eingeschlossen? Das ist eine technische Frage. Ich weiß nicht. Das ist eine Klick. Das ist eine Klick. Oh, genau. Das ist eine Klick. Darf ich doch antworten? Ja. Direkt die Gegenrede gilt ja. Okay. Das denke ich ist in Ordnung. Man sollte es aber nicht technisch beschreiben. Man sollte einfach sagen, es dürfen ohne die Einwilligung des Nutzers keine direkten Daten und Hinweise. Meine Frage war, ich schließe mir die Sachen an, meine Frage war, ein bisschen begründet dieses Antrags. Was steckt dahinter? Ich glaube, die Einwilligung des Nutzers ist auch noch nicht. Nein, nein, nein. Gut, anrollen du überhaupt nicht. Der Antrag kam von extern und da hat jemand offenbar ein Feldzug gegen alle Fanpages und es gibt diesen Antrag zu jedem Landesverband und der hat hier einen langen Text beschrieben und das ist auch verlinkt und es geht größtenteils um die Like-Battons und das ist die große Frage, die sie gestehen haben. Geht es um die Fanpage-Anstelle oder geht es darum, die Like-Battons generell zu stellen? Der Antrag war, denke ich, die Fanpage. zu mir, ob wenn nicht, wenn nicht. Das ist schon die Facebook-Seite und so, die ist 11 Euro mit dem Hochschule. Okay, gut. Da wir keine Redner mehr haben, sag doch mal, wir haben die Redner, das ist so gestoßen, aber ich mache mal ein Schluss. Das kann aber ein AGO-Anstrahl auf Wiedereröffnung stellen. Sparen. Damit würde ich dann diesen Antrag abstimmen. Wer ist dafür, diesen Antrag anzunehmen? Wer ist dafür, diesen Antrag anzunehmen? Wer enthält sich? Wer enthält sich? Wir sind einstimmig dagegen. einstimmig dagegen, einstimmig dagegen. Das ist einstimmig. Das ist einstimmig. Das ist erst jemand von Laub nehmen. Dieser Antrag kann von außen. Unsere Staatsordnung sieht derzeit nicht vor, dass Piraten von außen den Antrag stellen. Wir können uns jetzt durchlegen. Man muss sich hier vor Ort und man klickt, den man stellen möchte in den Antrag und dann können wir da unten. Es würde gerade darum gehen, dass man, ich glaube, ich bin nicht verstanden, dass wir auch auf Diaspora vertreten werden oder so eine eigene Instanz aufsetzen. Das ist ein verteiltes Social-Web-Gedöns. Das ist nur die Zentrale. Genau. Das ist die Basel. Wer möchte diesen Antrag übernehmen? Wollt ihr reinnehmen? Könnt ihr mit mir nur sprechen? Wir können es auch bei der Antragstelle machen, oder? Wechsel euch mal nach vorne. Ist egal. Macht durch. Okay. Dann darfst du einfach nach vorne gehen. Ach du. Wo geht's denn? Es wird der Antrag gestellt, dass wir zeitnah eine, ich nenne es jetzt mal Fanpage, also auf einen Diaspora-Pod einrichten. In diesem Fall, ja. Ach, voll. In diesem Fall, GeraPod.de, das scheint ein Pod zu sein. Und aber langfristig uns darauf festzulegen, dass wir einen eigenen Pod dafür bauen, das muss man sich vorstellen. Das ist bei Diaspora. Praktisch setzen wir die Software aus unserem eigenen Server auf und haben dann praktisch unsere Daten unter unserer Kontrolle. Das ist das Schöne, dieses dezentrales System. und dieser Antrag stehen wir auch. Gibt es da so Rede, Ron Mellon? Ja. Vielleicht auch aus der Sicht der AG Öffentlichkeitsarbeit, wo ich demnächst mitarbeiten möchte. Ich möchte euch auch fordern, den Antrag abzulehnen und möchte gleichzeitig dazu sagen, dass wir eine Diaspora-Instanz aufsetzen werden, also dass wir auf einen Pod gehen werden. Aber es hängt jetzt hier nicht damit zusammen, dass wir diesen Antrag bestätigen. Ablehnen deshalb, weil erstens gibt ja hier einen konkreten Pod vor, Diaspora. Das finde ich zu weitgehend. Wir wollen den Pod selber auswählen können und da gibt es andere, die vielleicht geeigneter sind. Zweitens, Punkt zwei, dass wir als Landesverband eine Eigenstands aufsetzen, ist eher Zukunftsmusik. Das sollten wir heute nicht entscheiden. Das kann vielleicht im ersten Schritt mal die Bundespartei tun. Sollten wir uns jetzt nicht zwingen zu verpflichten, ich kann aber sagen, dass wir in der AG alles jetzt angehen werden, das umzusetzen, das soll zu Diaspora gehen. Das ist nicht nur ein Verteidensnetzwerk, sondern es ist ein O-Presource-Netzwerk und hier sind alle Daten bleiben persönlich, also sie sind auf eine ganz andere Weise geschützt, also wirklich privat, als das bei Facebook ist. Also es ist eine sehr positive Sache, also ich unterstütze das, auf Diaspora zu gehen, aber diese konkrete Formulierung würde ich euch bitten abzulehnen. Und wer das sehen will, der Kreisverband ist bereits bei Diaspora und ich würde auch anhängen zu Identica zu gehen als der Twitter-Alternative. Die Sachen zu koppeln, nicht das eine abzuschalten für das andere, sondern diese Dinge zu nutzen gemeinsam. Jan Wetter? Also ich kann da keine festlegende Sache finden, da steht beispielsweise vor. Nein, da steht eindeutig eine Geraspora-Seite, das ist ein ganz definierter Server. Und darunter steht beispielsweise HTTPS, nein, Geraspora, ja gut. Steht eindeutig. Und das scheint auch sein, keine Intention zu sein von dem Antragsverhalten. Wenn das so ist, okay, dann muss man natürlich auf jeden Fall dafür sein. Was wichtiger wäre, wie viel Manpower braucht wir da auf dem Admin-Team? Dafür braucht man keine Manpower. Ah, gut. Ganz einfach. Ja, dann würde ich einfach sagen, können wir auch den Antrag dementsprechend ändern, dass wir nur das erstmal so wahrgehalten, dass wir uns grundsätzlich dafür entscheiden, dort eine Fanpage zu eröffnen, den zweiten Punkt dann komplett streichen und das dann die konkrete Umsetzung der AG Öffentlichkeitsarbeit rüberlassen. Michael, ich weiß. Ja, also ich wollte noch sagen, ich bin der Meinung, man sollte nicht da auf die Bundesebene warten, weil es ist schon ein Vorteil, wenn die Piratenpartei da überhaupt gefunden werden kann auf so einer Plattform. Und lieber, wir haben es erstmal auf Landesebene, als da ist gar nichts da oder vielleicht nur Greifswald, das wäre vielleicht ein bisschen arg wenig und Bundesebene ist da ein Vorteil. Und dann eine etwas seltsame Frage, gibt es da eigentlich auch Like-Buttons dafür? Nicht in der Folge wie Facebook da sagt, nein. Ja, nee, also ich, mit den Like-Buttons, da würde ich auch sehr gerne was dazu sagen, aber ich glaube, das ist jetzt schon zu spät. Aber ich bin eigentlich nicht jemand, der sowas ablehnen würde, also ich wollte, dass es in eine positive Richtung bringt. Ich darf jetzt nichts sagen. Ich finde, dafür ist jetzt schon ja alles gesagt worden, wir ziehen das jetzt schon ein bisschen länger, dass jeder sagt, dass er im Prinzip das aber toll findet. Und ich finde, im Landesparteitag ist nicht das Gremium, was entscheidet, ob wir auf so einer Plattform gehen oder nicht. Das soll die AG-Höffentlichkeitsarbeit machen. Wenn da drei Klicks sind, dann sollen sie drei Klicks machen. Aber es geht jetzt glaube ich um diesen Antrag und nicht darum, was wir wollen, was wir gut finden. Ich würde generell befürworten, wenn es gibt es Bedürfung-Diskussionen, da sind wir gerade drin, die, die dahinter steckt, das Einfachste, dass es dezentral ist, dass es im Urzahn, dass es das Datenschutzrechtlich nicht so bedenklich ist wie Facebook. An sowas würde ich mich beteiligen, an solchen Abschluss, aber jetzt direkt sozusagen, gehen zu Diaspora und denke nicht hierher. Das schließt mich da an. Sascha. Ja, ich sehe es eigentlich auch so, so habe ich es ja auch gemeint, also natürlich machen wir das, prüfen wir das, aber dieser Antrag, der ist hier in der Intention zu konkret. Vielleicht zum Verständnis, weil du das sagtest, wir müssen nicht einen eigenen Server aufsetzen, um zu Diaspora zu gehen. Brauchen wir gar nicht. Darum trennt er das ja da auch. Vielleicht zum Verständnis, und es gibt nicht diese Like-Button über Facebook, dass dort Daten auch gezogen gesaugt werden, sondern es gibt natürlich, was man vielleicht bei AdSys oder so hat, man hat natürlich die Möglichkeiten so ein, ja wie so eine Bookmarking darüber zu betreiben, also ohne dass da Daten, weitere Daten fließen. Das gibt es auch. Du kannst auf der anderen Seite auch auf Diaspora klicken und kommst auf unsere Seite. Das ist kein Problem. Tischen. Ich habe die Antwort auf die Rednerliste. Es gibt Gegenräder. Das ist nicht der Fall. Wer möchte, dass wir die Rednerliste schließen? Ja. Ich möchte auch die Unterricht. Ich will auch noch etwas sagen. Okay. Wer ist dagegen, dass wir die schließen? Gut. Wer möchte noch rauf, die Rednerliste? Letzte Chance. Ja, ich habe noch. Dann hattest du einen GO-Antrag. Ja, ich würde sagen, wir können das Ganze jetzt auch abkürzen. Ich möchte gerne einen GO-Antrag Überweisung an die AG Öffentlichkeitsarbeit stellen. Ich wollte mich da auslösen. Ja, ja, gibt es Gegenrede, dass wir das an die AG Öffentlichkeit überweisen. Aber den anderen müssen wir brauchen den Abschluss als erstes und dann will ich sehen. Wir müssen über den Abschluss von den den kannst du jetzt nicht verändern. Achso. Das heißt, dass wir auch als E-O-Antrag zu Geschäftsaufgaben das ist ein Tagsaufgaben. Das ist einfach ein neuer Antrag. Das ist ein neuer Antrag, ja. Das ist ein GO-Antrag, das kann er machen, der zu beweisen. Wenn der Antrag auf Überweisung abgelehnt wird, dann... Für mich war es ein neuer Antrag auf Überweisung. Nein, nein, das ist ein GO-Antrag. Okay. Wer ist dafür, dass ich die die Öffentlichkeit... Ich bin der Meinung, es gibt keinen GO-Antrag auf Überweisung. Doch, gibt es. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Das ist schon so gut. Das nächste Mal, dass ich sowas höre. Wer ist dafür, dass sich die Presse damit beschäftigt, dass er eine Öffentlichkeit gebührt wird? Das ist aber wichtig, dass wir uns nicht... Das ist nämlich beschäftigt. Ja, gut. Ich gebe es dafür. Wie die Piraten sind die nächsten Regale. Die Öffentlichkeit wird auf ihrer Tatsache überstehen. Nein, das hat sich nicht erledigt. Wir haben noch einen Antrag. Ja, wir haben noch auf der Rednerliste dich. Bank. Nein, du warst der GO-Antrag. Genau. Ich wollte eigentlich nur, dass wir da Probleme mit denen jetzt so beschlossen hätten, weil A natürlich dieses Dias-Vorrat definiert ist und B, dass wir nicht damit beschlossen hätten, gleichzeitig, dass jemand das tut, aber dadurch, durch den GO-Antrag hat sich das damit der Idee ist. Jetzt hat mir wieder ein Antrag, der beschlossen ist, aber keiner macht es nachher. ganz oft Topic, aber ich möchte nicht zerausschleichen, ich möchte mit meinem heutigen Abschied bekannt gehen, weil ich nach Hause muss. Ich sitze zusammen auf meinem Arten. In guter Weide. Dann stimmen wir diesen Antrag jetzt ab. Wer ist dafür, den Antrag in dieser Form anzunehmen, dafür auf die Biospora eine Seite veröffnen und später irgendwann mal einen Teil nehmen? Nennen wir das COT? GO-Antrag? Ja, jetzt ist ein paar Quatsch, aber wir haben überwiesen, den Antrag in den Arbit. Nee, soll ich einen Antrag oben über abstimmen? soll ich einen Antrag oben über bei der Wege abstimmen? Nee. Die Öffentlichkeit wird sich trotzdem beschäftigen. Das ist in sich, in sich. Wenn das überwiesen wird, dann ist überwiesen. Ja, das würde heißen, die Öffentlichkeit sich beschäftigt irgendwie so ein Geospora einzusetzen. Nein, die beschließen jetzt einfach nicht, aufgrund die Einöffentlichkeit beschäftigt sich nicht damit. Ich bin dafür, dass wir einen Antrag mit der Fondsabläge haben. Und dann wird alles gelaufen. Ich muss auch sagen, dass wir diesen Antrag ein paar Fondsabläge und die AG-Öffentlichkeit schreibt sich selbst aufgefahren. Ja, wo ist der Sinn mit dem Verweis von einer AG? Das heißt, dass jemand nicht am Kopf ist, um die Sache allgemein. Aber die Antrag muss ja doch ein Antrag machen. Wenn wir einen Antrag überweisen mit Geschäftsbauernsabtrag, dann fassen wir uns damit das nicht an, sondern dann ist der überwiesen an die Arbeitsabläge. Die können ihn jetzt bearbeiten und irgendwann verändern wieder ein hinsetzen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Weiteres. Keine Ahnung, es wird keine Rede. Eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, und zwar eine Sache um Transparenz. Es gibt die Forschungsmail-Liste, die ist transparent, es liegt da in einem bestimmten Bereich, der heißt Forschungsmail-Liste Public. Da kann sich jeder eintragen und genau sehen, was wir dort auf der Forschungsmail-Liste schreiben. Das heißt, es ist wirklich viel offen, dort kommen keine Mails auf, die datenschutztechnische Bedenken haben, und sonst schlägt da wirklich alles auf, also es wird da selten irgendwas rausgefiltert. Nur mal so als Hinweis für euch, dass ihr da sehen könnt, was wir untereinander auch beredet. Vielleicht werde ich dazu noch mal was auf der Mails schreiben, dass ihr genau wisst, wo ich da eintragen könnt. Dann wird es in nahe Zukunft eine konstituierte Sitzung des Forschungsmaßes geben, die werden wir hoffentlich streamen, da wir uns dort ein Geschäftsabschlag und so weiter geben müssen, werden die wahrscheinlich jetzt nicht großartig das Blödsinn, was ich gerade sagen wollte. Natürlich für die Öffentlich. Die wird aber streamt über Mumble dann wahrscheinlich, die wird dann bei irgendjemandem sein, wo Technik herrscht oder so weiter haben. Wird aber auch noch angekündigt. Das werden wir aber jetzt nicht in zwei Wochen machen, sondern so schnell wie möglich. So als Hinweise. Als nächstes möchte ich gerne den Punkt einbringen, nächster LPT. Das wäre auch interessant, dass wir, glaube ich, wir brauchen noch einen inhaltigen LPT, sonst machen wir nur Wahlen, dass wir uns da auch noch weiterentwickeln. Ich würde sagen, dass wir uns Februar, März in dem Bereich vielleicht treffen, als Vorschlag von mir und dann in einer Stadt eurer Wahl. Die würde ich natürlich jetzt nicht vorgeben. Das stelle ich jetzt einfach mal zur Diskussion. Ja, hätte ich einen Vorschlag zu machen. Ich finde es sehr so katholisch, wenn wir in Stralsund nächsten Landesbeteilter machen. Und ich persönlich würde mich dafür einsetzen, dass wir das von Geistert aus auch unterstützen, weil jetzt ja doch ein paar in Stralsund auch sind, in Schwerin sich da was neu formiert. Und es wäre vielleicht ganz schön, um denen da nochmal einen Schub zu geben. Für Vorschlag. Also wir sind uns einig, ich möchte ein Meinungsbild einholen, ob das in Ordnung ist, wenn wir im März, im März einen ersten langen Parteitag machen. Das wird da nicht passieren. Ja, Februar, März hat nicht fair, ist das ungeeignet. Das ist normalerweise Klausurenphase. Okay, ein bisschen Einwand für Studenten etwas. Mitten im Semester hat das die Minister und die Leute sagen, ja nee, aber nächste Woche muss ich irgendwie noch meine Seminararbeit abgeben. Das läuft bei uns auch, vor allem in der Vorlesungsfreien Zeit. Hast du ein Geistert? Für mich wäre passender. Also Ende März würde gehen oder Januar schon. Das wäre, fände ich, passender. Ich würde generell das nochmal zur Disposition stellen, ob wir uns einen Beschluss legen wollen. War die Frage, ob das überhaupt ein Beschluss war? Nein, es ist kein Beschluss, es ist nur ein Meinungsbild, das wir uns daran orientieren können, weil Einladen zu diesem Temus jeder Vorstand. Ich möchte nur, das ist jetzt von der Wahl, das so geht. Dann wäre ich auch dafür, dass wir das im März legen, weil die Klausurenzeit ist im Februar, Januar, Februar, März, deswegen Ende März wäre es besser. Weil viele Studierende nun mal hier sind und deswegen wäre das sinnvoll. Okay. Johannes? Wenn du daraus einen hauptsächlich inhaltlichen Parteitag machen willst, dann fände ich selbst grob festgelegten Terminen ungünstig, weil ohne Inhalte kein Parteitag. Also die müssen erstmal erarbeitet werden, ich muss jetzt erstmal die Leute finden, ich muss die Strukturen machen, das dauert alles. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass wir irgendwie innerhalb von fünf Monaten da den ganzen Tag Inhaltsanträge diskutieren können. Ja, ich bin der Auffassung, das hätte ich in der Auffassung auch noch eingebracht dazu, wir sollten uns dort bemühen, auch wenn wir, sagen wir mal, der Parteitag in der Vorbereitung nicht alle, wir werden wieso nicht alle Themen auf einen Parteitag schaffen. Es gibt so viele Themen, die jetzt schon drin, das reicht schon für einen Parteitag, bin ich der Auffassung. Wir sollten diese Themen zusammenfassen in den nächsten Tagen, dass jeder mal, können wir jetzt auch festlegen, ob man eine Mailinglist dazu macht oder ein Pet oder was dafür aufmacht und dann wird in den Petten hingeschrieben und dann sollten wir die Themen zusammenfangen und dann sollte man den Parteitag im März vorbereiten und dann sollte man den durchführen. Ist das ein Geohrtrap oder ein Akt? Gegenrede, ich habe es Wahlprogramm geschrieben, hier sind keine Themen auf dem Tisch, es findet keine politische Diskussion statt. In der Vergangenheit jetzt, also vielleicht, müssen wir uns da mal nach vorne gucken, also im Kreislauf sieht das mittlerweile ganz anders aus. Du redest von der Vergangenheit. Also ich bin da ein bisschen bei, dass es schwierig ist, aus den Entwicklungen der letzten zwei Wochen, in die Zukunft zu gucken und zu sagen, im März müssen wir darüber reden. Wenn die Entwicklung war und bis zur Landtagswahl passierte gar nichts, ist es jetzt für mich schwierig zu sagen, jetzt haben wir die Berlin-Wahl und jetzt sind wir gerade sowas mit Freude und inhaltlich diskutiert. Ich glaube, der M-L war zumindest auch eine Diskussion jenseits von Facebook. Da geht nicht ganz mit. Weil, wir müssen uns in der Auffassung, das muss ich doch in den Antrag raus. Schluss, um die Punkte zu sagen. Wir müssen uns eine ganz klare Auffassung, wir haben uns heute schon mal angeschnitten, zur Frage Fremdenfeindlichkeit, Ausländer, Hass, Rassismus, Autoritätsdenken. Die ersten drei Punkte sind komplett ziemlich klar. Im letzten Punkt muss man nochmal eine klare Position zu schaffen. Wir müssen eine Diskussion führen über Umgang mit Vergangenheiten. Das ist auch nicht zu Ende diskutiert. Wir haben jetzt zwar einen Fall, aber wir haben überhaupt nicht gesprochen, wie wollen wir neue Fälle aufnehmen? Wie wollen wir denen eine Möglichkeit geben, offen damit umzugehen, ohne dass uns normal sowas passiert? Ja, also das Thema ist ja noch nicht geschaffen dafür. Mir geht es um Fragen, wie wollen wir uns organisieren in der politischen Bildung. Die letzte Zeit hat gezeigt, dass wir wenige in der Lage sind, politische Ereignisse die stattfinden, so zu organisieren, dass wir auch schnell Meinungsbild zusammenbekommen. Es geht also darum, dass wir Leute dazu befähigen, politische Bild zu erkennen und dann auch möglichst schnell ein paar Leute zusammenzuhaben in bestimmten Arbeitsgemeinschaften. Ich weiß, dass es ein Strukturproblem auch ist, aber zusammenzuhaben und dann auch Meinungsbild nach außen tragen zu können. Das ist genau das, was Johannes in seiner Bewerbung gesagt hat. Wir müssen die Struktur tragen. Wenn wir die nicht haben, müssen wir nicht uns überlegen, wann wir uns treffen wollen, um über Inhalte zu sprechen. Fertige Inhalte abstimmen. Ich muss halt das Wort. Jan, Peter. Also, ich sehe keinen Grund, kein Gegenfluss da drin, uns das für Ende März fortzunehmen und dann gerne unter Umständen der Forscher noch nachguckt, gibt es da wirklich keine Dinge und ist da wirklich nichts in Bewegung, dann lassen wir das. Was natürlich küsst wäre, aber ansonsten das für mich anfangen, arbeiten, arbeiten, wäre natürlich gut. Ja, also das, genau so meine ich das. Also, wenn wir uns selber um Ausbremsen, so hast du es nicht gemeint, Nils, aber so kommt es eben an, bei mir zumindest. Es ist natürlich der Blick in die Vergangenheit, so wie es bisher lief, und es lief überhaupt wahnsinnig schlecht, gebe ich dir völlig recht, kann nicht sein, aber wir haben jetzt 30% neue Mitglieder, und das sind überwiegend Leute, die Kompetenzen mitbringen, die jetzt was machen wollen. Und die bremsen wir aus, wenn wir sagen, Leute, es liegt nie gut, du sagst eindeutig, bis März wird es auch nicht besser laufen, weil Johannes braucht die Zeit und so, er wird es ja nicht alleine machen. Die Strukturen werden ja zum Teil jetzt schon vor Ort geschaffen und sind in den letzten Wochen geschaffen worden. Und die Themen sind da definitiv, also bei uns auf jeden Fall, wir können da schon ein bisschen was machen. Ich würde das auch so sehen, wie das Jan-Wieter gerade sagt, offensiv aufforderend sagen, wir schließen jetzt, wir wollen das gerne tun, und dann kann man ja vorher gucken, ob nicht genug da ist, aber wir können jetzt nicht sagen, es ist dann nichts da. Also, da kommt man in den falschen Hals, ein bisschen sanft Druck aus, wenn man in Termine hat. Liegen wir Freunde? Ja, also das ist eigentlich, die Vorredner, den möchte ich mich gerne anschließen, auch wenn ich nicht mit abstimme hier. Es ist einfach, wenn man ein Ziel vor Augen hat, dann wird man auf dieses Ziel hinarbeiten. Und es ist etwas anderes zu sagen, wenn wir jetzt eine Gruppe zusammenfinden, müssen wir halt bis März arbeiten, um irgendwas vorzuweisen, als wenn man eine Gruppe zusammenfindet und sagt, ja, irgendwann in ferner Zukunft, vielleicht am Ende des Jahres, sollten wir dann mal ein Ergebnis vorweisen können, damit wir da irgendwie auf einem Parteitag drüber reden können. Michael? Ja. Gut, ich komme jetzt in so einem Kontext raus, ich wollte eigentlich noch nicht auf dich answorten. Viele Sachen werden auch im Bundesparteitag auch gegensteckende Diskussionen sein, also da müssen wir jetzt auch reihsam das Reih-Ebene runterbrechen, weil gerade dieses Vergangenheitsthema ist ja ein bundesweit Thema geworden. Ansonsten bin ich eigentlich auch dafür, dass wir tatsächlich dann dynamisch entscheiden wie weit sind wir im Januar, Februar und danach gucken, was sinnvoll ist. Ich möchte jetzt einfach nur ein Meinungsbild einholen, ob Straße tatsächlich als Ort in Ordnung ist. Bleibt ihr dafür? Wer dagegen? Gut hier. Gut hier. Dann, es gab aber noch Wortmeldungen, die würde ich gerne noch Michael, du wolltest noch was sagen? Ja, also aus meiner Erfahrung ist, für mich ist ein Deadline immer gut, weil erst wenn ich eine Deadline habe, dann kriege ich auch meinen Hintern eigentlich ein bisschen hoch und von daher denke ich auch, Themen sind genug da und viele Leute haben auch Themen die sie halt noch nicht jetzt ausgearbeitet haben und all das sollte eigentlich kein Problem sein. Ich bin eigentlich auch der Meinung, dass man das im März machen sollte. Einmal hat man dann eine gewisse Gewährungsprobe. Viele Sachen können anlaufen, die heute beschlossen worden sind. Man kann gucken, wie weit ist man gekommen, wo hakt das und kann da angreifen, neue Verantwortlichkeiten klären und neue Sachen wieder auf Kurs bringen. Und dann ist Aprile der Letzte, die ich auch meine. Ja, ich bin auch gemangt, wir sollten jetzt unbedingt an Themen arbeiten, die wir selbst auf den Bundesparteitag und einbringen können. Also es geht ja nicht, dass wir dann quasi immer nur abnicken oder Nein sagen. Das ist für diesen schon zu spät. Naja, ich meine jetzt nicht für die Nächsten. Das ist ja jetzt auch der Nächsten. Achso, ja. Mich. Ja, also mein Vorschlag, dass wir Ruf Ende März anfeilen für den FPT und dass der Vorstand am 1. Februar dann ein eindeutiges Statement zugeht. Ob es sinnvoll ist oder nicht. Ne, das ist ein Meinungsbild. Seid ihr dafür? Also ich, ja oder nein. Können gleich beide Karten, wenn jemand angehen kann. Okay, dann halten wir das nicht fest. Dann wäre aber am 1. Februar wird es dann eine Entscheidung für den Vorstand zu geben. Spätestens. Gut, das war's von mir. Achtung. Dann gibt es von mir auch irgendwie eine allgemeine Information und zwar wurde auch schon an mir mal angebracht, dass wir die ARG-Öffentlichkeit am 30. nächsten Woche Sonntag 14 Uhr in der Karte das geht noch bei den Medien in der Stärz die Tage eine Klausurtagung wasche am besten also wegen dem Ort also der Ort steht schon fest das ist in dem soziokulturellen Zentrum Speicher am Katerinberg oben unter dem Dach im Beratungssaal 14 bis 18 Uhr etwa Grupp thematisch es wird darum gehen dass wir die Öffentlichkeitsarbeit und auch die Pressearbeit neu ordnen versuchen Strukturen zu finden gucken ob wir Workflows und auch vor allem Kommunikationsstrukturen für die AG für uns finden die uns sinnvoll erscheinen und die wir an der Stelle austesten wollen es geht auch weiterhin darum dass wir schauen dass wir die ganzen Projekte irgendwie geordnet kriegen dass wir da Gruppen starten und die sich beispielsweise mit der Webseite und es wiegt die Schümmel oder im Allgemeinen wir brauchen immer noch wir können jetzt endlich das Funk vorher verwenden das heißt wir können endlich die Pressebefalle draufschicken und wir haben uns hier nur 13 Kontakte drin da kann jemand mal die Seiten abgrasen und die E-Mails die E-Mail-Adressen und mal eine Zeitung zusammen solche Sachen werden da besprochen werden da wollte ich noch Hinweisen wer Interesse hat kann beischauen Arbeitgeber ist mit der E-Mail-Adressen machst du noch mal eine E-Mail ja ich stelle es noch auf der Seite noch irgendwie Kugelkreis aber Kugelkugel gesagt gibt es noch weitere Wortmeldungen interessanter wir gehen da über weitere Punkte ja ich habe noch dazu zu fragen gibt es jemand der nicht auf der Mail-Adressen liest das heißt das ist doch mal der Hinweis dass man sich da eintragen könnte gibt es noch Anträge also wenn der Zweite keine weiteren Punkte mehr gibt ich würde noch ja ich würde mich dann schließen wir hier mit den Landesparteitag Danke Die Wahl sollte bräuchten die Wahl der Fall bräuchten die Wahl hast du ein bisschen Bevorragung gesagt